Man kennt ihn, ja, plus 17, Freihafen-In-Time eingeschickt, normale Geschichte, tyrannisch, ja. Richtig Spaß gemacht, kam ich wieder überhaupt nicht klar, so die Truppenteile, ne. Wir haben ja viele Keys, da kann man mega viel lernen, da haben wir Gruppen, die alles geben, ja, aus verschiedenen Perspektiven, wo sauber gespielt wird und so weiter und so fort. Und dann haben wir so Konsorten wie Harry, die da reingehen und wo ich überhaupt nicht klarkomme auf das, was ich da sehe. Wisst ihr, was ich meine? Richtig geisteskrank, richtig geisteskrank. Pleitendieb, neun Monate, Shaggy mit 14 und Pokolos mit 17, geil, immer weiter, immer weiter nach oben hier geschnell, gucke da. Vielen Dank für eure Abos, liebe Leute, freut mich sehr, wir haben Talanji, tötet alles, so, Rastercard hat es eben schon gesagt, siehste, ich spreche Talanji an. Leicht getriggert, der gute Mann, wenn wir über seine Tochter reden, tötet alles, alles und jeden. Hat mir jetzt ein Vulbramon gemacht, namens Pelzfaust, wollte eigentlich den Namen Plüschfaust, aber zu viele Buchstaben. Haben wir nicht auch einen Plüschfaust immer mal dabei in den Raids, also ähnlich? Ich bin verwirrt, Freunde, zu viele pelzige Namen in letzter Zeit, ne, deutlich zu viele pelzige Todesritter mit ähnlichen und anderen und sonderbaren Namen, das ist an sich ganz toll. Aber wenn du da den Überblick bewahren willst, holla, da müssen Dreadmaster und Fredon mal wieder aufräumen. Ich war ja gestern noch kurz im Stream, aber drunk, hab Schädelschmerz. Also ja, das ist leider damit ein Hergehen, ne, das bleibt nicht aus, aber das zeugt ja auch davon, dass der Abend dann hoffentlich entsprechend lohnenswert und schön war. Ist zumindest bei mir immer so. Ich hatte, glaube ich, noch nie einen Kater und der Abend war dann kacke, ne, weil wenn der Abend kacke ist, dann trinke ich nicht so viel, damit ich am nächsten Tag in Ruhe zocken kann, um die verlorene Gaming-Zeit auszugleichen. Aber wenn es geil war und man sich dazu entschlossen hat, ab und zu mal in die Flasche zu gucken, ja, um zu wissen, wie spät das ist, dann muss man das leider auch mit in Kauf nehmen, ne. Gefällt zwar keinem, aber gehört dann leider dazu. Endless Pay, na, Lujen, plus 17, unter plus 20, Harry lässt nachher, er muss ja ab und zu da nicht auch menschlich erscheinen, ne. Stell dir vor, der schickt jetzt schon irgendwie plus 30 oder so in Time ein, dann würden ja a, alle anderen, die auch sehr schöne Keys eingeschickt haben, würden die schlecht dastehen. Zum anderen würden wir ihn dann irgendwie als Bot betiteln müssen und dann würden wir der CDU beitreten und so weiter und das wäre ja irgendwie auch keiner. Deswegen, ja, in der Ruhe liegt der Key und so weiter. Plüsch-Faust ist mein Char, also siehste, wusste ich doch, wir haben einen hier. Endless Pay, 5 Monate, dankeschön, freut mich sehr, freut mich sehr. Das Spezielle heute nicht vergessen, was ich hier in Discord geschrieben habe. Ja, wir werden wohl, denke ich, mal in der Pause dann ganz normal machen können, ne, einwandfrei. Einwandfrei, einwandfrei. Du bist auch toll betrunken, also ja, das kommt ganz drauf an, ob man in meiner Nähe ist, vermutlich, oder nicht, oder wer in der Nähe ist und nicht, ja. Solche Geschichten. Cyber Felix, dankeschön, auch für dein Abo, freut mich sehr, freut mich sehr. Seht ihr, was passiert ist? Seht ihr, was passiert ist, wenn ihr am Anfang gleich so gönnerhaft reinzacht? Wir kriegen gleich wieder Emote-Rain, alle, mit The Good Old Hype Train. Welcome, Freunde, bitte einsteigen. Bitte bereit machen, schöne Emotes in Empfang zu nehmen. Das ist ganz geil dabei, ne, egal welches Level wir knacken, wir kriegen trotzdem irgendwas. Das ist total lecker, Mann. Das ist total lecker. War ganz nice, hab jetzt ein Video von meinen Freunden, die oberkörperfrei gegeneinander kämpfen. Ja, deswegen auf Ehrenbasis immer niemals Filme und Fotos machen ab einem bestimmten Suff-Level, ne. Was im Suff passiert, bleibt im Suff und so weiter. Ich bin mal mutig und trau mich mal, auf dem Flugmaunt, auf Good Old Jikun, den Kreis zu fliegen. Oh, Leute, Wahnsinn, oder? Valosh, danke für dein Cheering und Mogomania, auch dir vielen, vielen Dank für dein Abo. Das andere waren Killquests, nee, warte, das ist gar keine Killquests. Hä? Äh, da, ach, guckt mal. Wie fies, da sind die so dicht beieinander, dass man die eine gar nicht sieht. Da hätte ich jetzt fast hier 1200 Bluttrolle getötet. Dabei muss ich nur eine. Spontaner Genozid. Verguckt. Hoppla. Man kennt es. Heute Nachtfestung, äh, Nachtfestung, absolut. Sonntag, Nachtfestung, Albtraumprüfung. Jeden Sonntag, immer Sonntags, beide Fraktionszeiten. Absolut korrekt. Den kriegen wir so, oder? Er muss jetzt keine große Gruppe suchen. Ich glaube, dat funktio nuckelt. Monra, dankeschön für dein Cheering. Je, auch am Stese, hallule. Männliche Freunde, Dream würde sehr viel Geld für dieses Video bezahlen. Dream sieht man im Hintergrund am Fenster, weißt du, wenn du bei dem Video näher ranzuchst, dann siehst du ihn im Hintergrund so. Schön am Fenster lurken, Junge, eilwandfrei. Sehr, sehr gute Sache. Kann man den Loa des Todes eigentlich töten? Ich denke schon, aber wie wir wissen, ist der Tod in WoW ja oft nur der Anfang. Der wird auch irgendwie an die Shadowlands stärker als alle anderen vermutlich sogar gebunden sein und sicherlich die ein oder andere Karte, das ein oder andere Ass im Ärmel haben. Ja, also, es würde mich sehr wundern, wenn Vonsamdi jetzt frühzeitig sein Ende findet, zumal wir ja wissen, dass er auch einen Auftritt in einem Dungeon in den Shadowlands hat. Also, ich glaube, um den müssen wir uns keine Sorgen machen. Und er ist ja ein Trickser und deswegen wird er für alle Eventualitäten entsprechend vorbereitet sein. Ziemlich sicher, ziemlich, ziemlich sicher. Gut, das war eine schnelle Runde, Freunde. So wünschen wir uns das, so wollen wir das haben. Warum greifen mich Mobs an? Geht nach Hause, ich bin Blutika, Wächter, bam! Was für ein Bastard-Mob. Jetzt kommen hier immer mehr, oder was? Wieso bin ich denn in Fight? Ich habe nichts getan. Ich kack mich voll, das kann doch nicht sein. Dann Juba, acht Monate. Dankeschön. Danke, danke. Wie läuft es im Main-Raid? Und ganz gut, also wir hatten ja jetzt nicht nochmal, ne? Raid-Tage sind Montag und Donnerstag. Wir haben Normal nochmal gerecleert. Alles First Try Hero, sowohl Furorion als auch mal Ootdown. Und da geht es dann jetzt im Folgenden ganz entspannt weiter. Bisher keine großen Probleme. Bin gespannt, wo unsere Boss-Blocker liegen werden. Die gab es bisher eigentlich in jedem Raid. Sei es wegen Damage, sei es wegen Einspielen, sei es wegen Zeit. Und jetzt wird ganz gepimmelt, ne? Ganz easy gepimmelt eigentlich. Nicht nur gepimmelt, sondern ganz easy, locker und fluffig durchgepimmelt. Und dann gucken wir mal, wo wir landen am Ende, ja, des Raids, ne? Im Idealfall landen wir am Ende des Raids. Habe ich Bock drauf. Geil. Nipsch, Hallöchen. Jeder Sonntag ein Albtraum. Man kennt ihn sehr genau. Das ist leider absolut wahr. Die Streamer-Agro. Siehst du, ich kenne nur Streamer-Loot. Jetzt sei ja auch noch Streamer-Agro. Da kriege ich so einen Hals, weißt du. Von ihm muss ich es aber generell sagen. Ich bin, kurz vorm Stream bin ich wieder richtig genutzt worden vom Internet, ne? Er habe nämlich geshoppt, er habe Valentinstagsgeschenke gekauft. Und habe, ja, halt Valentinstagsgeschenke gekauft. Punkt. Und habe dann in diesem Shop, weil es die Chance gibt, hin und wieder Gutscheincodes zu erwerben, habe ich meine Account-Daten hinterlegt. Ich habe einen Account erstellt auf dieser Shop-Seite. Ich glaube, ich besitze bei diesen ganzen Webshops, die es mittlerweile gibt, 70 Trilliarden verschiedene Accounts. Und habe dann eben meine Bestellung getätigt, ne? Und so weiter. Stand auch hier und da, Valentinst, Gelöte und Lieferung und alles gepasst. Super. Dann schicke ich die Bestellung ab. Gucke in meinen Postfach, um hier, ne? Account bestätigen und so. Und 10 Minuten. 10 Minuten. Bevor ich diesen neuen Account erstellt habe, weil ich den alten vergessen habe, whatever. 10 Minuten, bevor ich meine Bestellung getätigt habe, wurde mir eine Mail geschickt mit einem 20% Gutscheincode auf alle Valentinstagsgeschenke. Was ist das für ein Timing? Was ist diese Matrix, in der wir leben, Alter? Da gebe ich die Bestellung auf, checke danach mein Postfach und kriege an diesem Tag, an dem ich bestelle, jeden anderen Tag bestellen können, 10 Minuten vorher einen Gutscheincode, den ich rückwirkend nicht benutzen kann. Die verarschen uns doch. Online-Shops sind dann nur noch dazu da, um wütend zu werden, oder? 20%, Junge. Und einfach nicht bekommen. Kriegst du einen Hals, Junge. Da willst du, willst du der Sparmaster sein, weißt du? Richtig Mr. Spar von und zu Fuchs. Und dann natzen sie dich mit einer Zeitschleife. Was soll das denn? Wir haben Emotes bekommen. Vielen, vielen Dank an alle, die gerade beim Hypetrain getimeterweise reingegönnert haben. Das ist eine sehr, sehr schöne Aktion von euch, liebe Leute. Danke, danke dafür. Und wir haben schöne Emotes bekommen. Geile Sache. So, ähm, ihr müsst mal ein bisschen, ein bisschen noch vertickern, dass wir jetzt auch die Vorratstruhe noch bekommen können. Das finde ich sehr, sehr schön. So, und da sind tolle Sachen drin. Ja, noch ein Pad. Das ist nicht mal mehr teuer im AH vermutlich, ne? Wenn ich das schon dreimal habe, das ist auch alles nicht schön, Junge. Bist du mad? Ja, geht auf jeden Fall. Geht. 20% nimmt man schon gerne mit, wenn man sie kriegen kann, ne? Aber, ja, geht schon, ne? Gibt Schlimmeres. Gibt auch deutlich Schlimmeres. Sie hätten ja auch sagen können, hier ist ein nachträglicher Gutschein-Code. Du musst jetzt 20% mehr bezahlen. Das ist zum Glück nicht der Fall gewesen. Hier graut das Bild aus und es spielt traurige Musik, ne? Big O für die 20, ja? Das ist typisch mein Timing, weißt du? Das ist genau mein Timing. Alle Sachen so kurz auf den letzten Drücker machen. Ja, die letzte Sekunde der Liefergarantie mitnehmen. Und dann natürlich vorher nicht gecheckt, ob irgendwo Gutschein-Codes im Umlauf sind. Dann gibt es ja auch einige im Bekanntenkreis, die vorher noch irgendwelche Seiten checken und irgendwelche Abos haben von Blogs, die den ganzen Tag das Internet nach Gutschein durchforsten. Und so ist ja auch Wahnsinn. So krass bin ich nicht, aber fast. Aber fast. Wie läuft das Rare-Mount-Gefahre bei dir? Sehr gut, brauche im Tal. Jetzt nur noch die Wolkenschlange, die man fangen muss. Und die Wolkenschlange aus dem Gewölbe. Alle Chars sind soweit abgestellt. Ob ich mir das Campen antue mit dem Lasso, weiß ich noch nicht. Drei Chars haben das, vielleicht finde ich so random. Ansonsten Israel-Luden auf jeden Fall. Die nächste in der Camp-Reihenfolge. Hundemount von Arnden heißt der Gute. Habe ich gestern bekommen. Ich habe mir gestern Abend die Wolkenschlange von Railun im Gewölbe bei Char 32 gegönnt. Eben gerade die Wolkenschlange vom Lasso. Morgen dann die Aufzuchtsdrohne. Und ich habe alle Mounds und Rares aus 8.3. Läuft bei dir. Dann bist du auf jeden Fall ein bisschen vor mir. Aber ich habe auch noch nicht die Stufe geknackt, wo ich wirklich so mad bin und das täglich wirklich mit über 30 Chars mache. Das heißt, ich habe ja immer so 10 bis 15, sage ich mal, habe ich abgestellt. Bis da lief es auch ganz gut. Mal sehen, ob mich Railun oder die andere Wolkenschlange jetzt so sehr triggert, dass ich auch ein bisschen expandiere, was die Charakter an den Spawnpunkten angeht. So, hier gab es auch noch eine schöne Truhe, Freunde. Die nehme ich auch sehr gerne mit. Junge, das haben wir jetzt an Gold gemacht. Hier, hör mal. Ja, 18.171. Na, aber die nehme ich mit. Die nehme ich mit. Na, aber hallo. Ultarion, Frasher, hallöchen. Darf ich eurer Gilde beitreten? Immer gerne. Wenn die Gilde voll ist, dann bitte über das Gildentool bewerben. Denn ihr wisst, es ist Sonntag. Über 100 Leute on. 1.000 Member drin. Das ist die Grenze. Und wenn wir dann mal in die Bewerberliste schauen, dann wisst ihr, es herrscht reger Andrang. Und deswegen, ja, immer am besten über das Tool bewerben. Und sobald was frei ist, rutscht ihr dann entsprechend nach. Gut, die porten wir uns noch rein. Und dann starten wir mit Nachtfestung. Widerruf einfach den Gutschein, um die zu nutzen. Ja, gleich Anzeige, Dreadmars. Gleich Attacke. Dream, hallöchen. Was kriegt denn dein Frauchen? Darf ich nicht erzählen? Das nehme ich im Chat-Tribo. Darf ich gar nichts zu sagen. Schöne Sachen. Fred, Fredchen. Great. Grüße euch. Hallöle. Seit wann gibt es im Blizzard-Shop 20%? Ja, na, gerade, du weißt. Geheimer Mitarbeiter-Bonus und so. So, ne, ganz tricky. Ganz, ganz tricky. Guti. Schauen wir mal, was wir... Oh, der hat das rote Schild. Ich will so ein Augenschild. Ich brauche es ganz, ganz dringend. Mit welchem Char ich vor allem mitkomme? Ihr seht, die Hauptmenagerie ist abgestellt zum Railun-Campen. Da da heiß, da da heiß, da da heiß. Ich habe eigentlich ein bisschen Bock auf Hunter. Aber nicht so Bock auf BM. Da komme ich, glaube ich, nachher mit dem Survival mit. Ich überlege, überlege. Priester. Alter, Priester habe ich so lange nicht angefasst. Dabei finde ich das Mock mit der Xalatas-Variante so nice. Ja, komm, wird mal der Stoffi aller. Da wird sich gegönnert. Na, aber hallo. Er kann doch Bestellung stornieren, mit Gutschein neu bestellen. Ja, das mache ich vielleicht nachher noch mal gucken. Aber dann sind die pissig, weißt du. Und dann schicken die das zu spät los oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht berechnen die das auch nach. Vielleicht berechnen die das auch einfach nach, weißt du. Vielleicht sind die ja nett und sagen, Mensch, wir gönnen den Kunden einfach mal so, wie es so ist. Hast du eigentlich eine Community-Gruppe? Ja, wir haben so ziemlich alles. Das ist Discord, Teams wie Gilde, Community, Battle.net, wie auch Char gebunden ist. Alles vorhanden. Da könnt ihr euch gerne austoben, wie ihr das möchtet. Bei uns auch am Stadthafen verteilen sie auch schon Sandsäcke. Ich habe auch ein bisschen irgendwie, naja, jetzt nicht Schiss, aber auf Wind bin ich auch nicht ganz so gut zu sprechen irgendwie. Wind aus dem Darm, voll okay. Ja, aber ansonsten, ansonsten schwierig, schwierig, schwierig. So, wir porten uns und dann geht das hier los mit einer schönen Festungsrunde. Schon wieder ein Z-Boy-Upgrade, Junge. Was hier los ist? Alle drei Sekunden neues Add-On-Upgrade. Ich raste komplett aus. Ich bin nur noch dabei, irgendwie Game zu starten, Game zu verlassen. Game zu starten, Game zu verlassen. Naja, wenn es sonst nichts ist, dann können wir damit auch noch leben. Dann müssen wir einfach 20% mehr subben. So, das ist doch mal konstruktive Kritik, oder? An meinem Bestellverhalten. Müsst ihr einfach 20% mehr rein subben und dann haben wir den Ausgleich auch. Easy Game, oder? Gar kein Problem. Twitch Prime ist kostenlos. Lol. Nein? Okay. Kann es bitte mehr von diesen ungeschnittenen Visionen oder Dungeons von dir, Sherun, Bolias und Rocktool geben? Ja, na, schneiden wir einfach raus. Kein Problem. Das Video neulich war hammergeil. Ja, viele haben auch geschnitten, äh, geschnitten. Viele haben auch geschrieben, äh, ungeschnittene Mad Moments, ja. Ja, und ja, so ist es halt oft an den Abenden. Wenn alle gut raus sind und alle mitmachen, ja, dann haben wir auch öfter mal Videos und Runden, wo ich wirklich auch nicht viel schneiden muss. Wo ich ab und zu mal eine Atempause rausschneide. Und dann wisst ihr ja auch, wenn ihr die Mad Moments schaut, da gibt es eben Parts. Da ist ein Dungeon ein Part, ja. Und dann gibt es Parts, da sind so 20 Dungeons ein Part oder so. Oder Raids und Dungeons und Twings durcheinander und all solche Geschichten. Und, äh, dementsprechend, äh, ne, ist das immer auch abhängig davon, wie alle mit am Start sind, wie müde alle sind, wie es läuft. Ja, und dann, ja, wenn ich das erkenne, dann kann es durchaus sein, dass es auch solche Uncut-Sachen mal gibt. Und allerdings muss ich auch sagen, dass es manchmal, auch wenn es sehr lustig und gut läuft, dass ich dann trotzdem Sachen rausschneiden muss, weil es dann zu lustig teilweise läuft. Ja, gerade Rocktool mit seinen miesen rechtsradikalen Humorschellen, das ist schon teilweise schwierig. Da muss man sagen, mh, das kann man so nicht hochladen, es sei denn, ich möchte diesen Monat und das folgende Jahr auf meine YouTube-Einnahmen verzichten. Und das würde der Krankenkasse gar nicht gefallen. Ich wohne am Waldrand, mal sehen, ob ich den nächsten Stream noch erlebe. Ich drücke die Daumen, mein Guter, ich drücke die Daumen, mit der Macht des Deutschraps wirst du überleben. Ich weiß es, ich kenne das, ich kenne das ganz genau. Die neuen ungeschnittenen Mad Moments mit 20% mehr Götterspeise, so sieht es nämlich aus, so sieht es aus. Das Gute bei längeren Mad Moments, ja, kann schön Werbung schalten, ne, ne, das mache ich ja, da fühle ich mich immer so asozial, ne. Ja, für mich die Regel, ich weiß gar nicht, ob ihr das mitbekommt, ihr habt ja eh alle Adblocker, aber ich sage bei mir immer, wenn das Video länger als 20 Minuten ist, oder so circa 20 Minuten, dann schalte ich einmal Werbung in der Mitte. Aber es gibt ja, es gibt ja wirklich Videos und Creator, da machst du das Video auf, das ist 10 Minuten eine Sekunde, weil sobald du 10 Minuten geknackt hast, kannst du ja Werbung schalten, wie oft du willst. Nicht nur vorne und hinten, sondern auch mittendrin. Und da haben die in 10 Minuten, haben die 3-4 Mal Werbung drin, Alter. Das, äh, weiß ich, da verstehst du doch gar nichts mehr. Da sagt er doch gerade, hey Leute, willkommen zu Werbung, meinem neuen, wie, Werbung. Da weiß ich immer gar nicht, wie geht das denn, oder? Weil du willst natürlich als Creator, willst du natürlich auch ein bisschen Patte verdienen, ist ja klar, mit YouTube Patte verdienen 2020, lachkig auf meinen eigenen Nacken. Aber, äh, du willst ja auch irgendwie, dass die Leute, die dann eben die Werbung gucken und damit supporten, dann nicht zugeschissen werden und gar keinen Bock mehr haben, ein Video zu gucken. Weil, da verstehe ich gar nicht, wie, wie man das so, das Video zuscheißen kann, oder? Darf ich gar nicht, würde ich doch selber dann nicht mal gucken. Aber gut, ist ja nicht unser Bier, soll ja jeder machen, wie er das möchte. Gruppe Lohl, vorne L-O-H-L, wer mitkommen möchte, kann das sehr gerne tun. Server übergreifen für die Horde, denkt dran, am Wochenende wird es in der Regel ein bisschen voller. Aber, das heißt, es wird höchstwahrscheinlich nicht jeder mitkommen können. Das bleibt nicht aus. Sven Similia, Hallöchen, erstmal Onion Steak Baller, na, hallo, guten Hunger. Guten Hunger, guten Hunger. Ja, bei manchen ist ja Nadebalken fast gelb, so ein Ding ist das nämlich, ne. Weiß ich auch nicht, was da dann abgeht. Ach, Mann. So, gucken wir mal, ob wir ein schönes Grüppchen zusammen bekommen. Werden wir Hexenmeister haben, Freunde, werden wir porten können. Oh, Gebrech-WLAN, das ist mein Name. Hallöchen, willkommen in unserer Gruppe. Und wie immer, Freunde, ihr kennt unsere Regeln, ihr wisst es genauestens genau, so wollte ich das formulieren. Wir porten natürlich alle ran und wir pullen bitte auch nur die Bosse, wenn wir tausendprozentig doppelt und dreifach sicher sind, dass auch wirklich alle in der Nähe sind, beziehungsweise dass alle auf den Boss hauen können. Wir haben sogar zwei Hexer, ein wahrer Segen für unsere Gruppe. Und damit ist auch das erste Grüppchen schon voll. Reihenfolge, wie immer, Nachtfestung, Albtraumprüfung. Ihr seid nicht gezwungen, alle mitzukommen. Ihr könnt auch in den Pausen, wenn er sagt, Albtraumprüfung brauche ich nicht, auch rausgehen. Dann laden wir wen nach, machen die Gruppe wieder voll. Kein Stress. Geil, unsere Schulleitung meinte gerade, dass wir wegen dem Sturm Sabine zu Hause bleiben sollen, wenn es geht, weil die Schule vielleicht sogar geschlossen wird morgen. Und zwar für immer. Geil, ja, ist doch klasse. Als bei uns mal ein Orkan war, als ich in der siebten Klasse war oder so und fucking Bäume umgefallen sind und die sogar im Radio gesagt haben, dass es den Eltern freisteht, ihre Kinder zur Schule zu schicken oder nicht, mussten wir trotzdem noch einen Entschuldigungszettel nachreichen, weil die Lehrer meinten, nö, hier war ja nichts bei uns im Ort, wo wir so dachten. Hallo, im Radio sagen die, wir konnten uns das aussuchen und wir sind voll traumatisiert vom Sturm. Nö, ihr legt entweder Entschuldigung vor, weil er krank war oder nicht. Richtige Pisser. Meine Lehrer waren auch stellenweise so richtig, richtige Pisser, Alter, ganz ehrlich. Ich fasse es nicht. Witcher, sieben Monate, ich kann es nicht glauben. Vielen Dank für deinen Support. Das freut mich sehr. Weil mich die Werbung bei YouTube so abgefuckt hat, irgendeine Werbung für irgendwelche komischen Anime-Spiele, habe ich mir YouTube Premium geholt. Das ist auch eine neue Form von Marketing. Einfach so heftig auf den Sack zu gehen, dass man dann wirklich irgendwie bezahlt, nur um die Werbung komplett wegzuhaben. Richtig sickige Geschichte. Hat man eine Frage, wie kann man in der Schwarzwäldsgießerei die Abkürzung benutzen, nachdem man die Quest fertig hat? Wenn du die wirklich fertig hast, dann kannst du reingehen und dann siehst du ja direkt vor dir diese Brücke, die dann eigentlich kommt, wo du dann zu Schwarzfaust kannst. Und da stehen links und rechts hinter diesen Mob-Gruppen stehen zwei Steine. Die musst du einfach anklicken und aktivieren, beziehungsweise reicht auch nur einer irgendwie. Ich nehme immer beide wegen der guten alten Zeit und dann deaktivierst du diese Lava und die Brücke kommt rausgefahren und genau für diese Steine hast du im Vorfeld quasi das Siegel hergestellt. Krummkeule, Hallöchen. Ja, alles gut, ich kann nicht meckern. Ich kann nicht meckern. Mein Haus ist nicht weggeflogen, daher Entschuldigung. Ja, sorry, ich habe überlebt. Tut mir leid. Das ist leider so. Ein Vito, Hallöchen. Kann bei uns auch vom Land, dass wir daheim bleiben können, sollte es passieren, dass wir in Gefahr sind. Die Schule soll aber informiert werden. Ja, also wir haben natürlich Bescheid gesagt. Mein Onkel und meine Mutter haben dann natürlich in den Schulen auch angerufen, haben gesagt, Kinder bleiben zu Hause. Mein Cousin kam dann zu mir. Wir haben den ganzen Tag Ratchet & Clank gespielt. War eine geile Sache. Aber den Lehrern hat das irgendwie nicht so gefallen. Aber meine Lehrer waren sowieso öfters mal durch. Die kamen einfach gar nicht klar. Egal, was wer gesagt hat. Die waren jetzt hier der Lehrer aller. Und wenn die das anders sehen, dann ist das eben so. Also, Crafty, bei deinen Videos von 2018, was war das für ein Follower-Sound? 2018 hatten wir, glaube ich, noch O-Ton. Japanisch. Ah, wohl, meine Stimme stirbt gerade, Alter. Oh mein Gott. Hatten wir O-Ton, Japanisch, Zorro, wie er auf Thriller Bar gerade Ruffy rettet, indem er Kuma da einmal schön aufschlitzt, ne? Bam, Junge, in die Fresse. Geil, Überszene. Überszene, Kind, wer die Szene nicht ehrt, auf jeden Fall. Dirty Nerdy, Hallöchen. Bei uns sind auch Montag alle Schulen dicht. Wir mussten früher über brennende Kohlen barfuß durch Gletscher und durch einen Raum, wo dauerhaft Seitenbacher Müsli-Werbung lief. Wir sind auch immer angekommen. Ja, aber es hat einen verändert hier, oder? Es hat einen verändert. Die Juten, Hallöchen. Ist die Quest auch im Raid? Ja, und zwar, wenn ihr die eisernen Jungfern besiegt habt in der Schwarzwäldsgießerei, dann könnt ihr ja rechts wieder hoch zum Fahrstuhl. Und links geht es zu ganz vielen Kisten, so ein Kistenlabyrinth. Und wenn ihr durch dieses kleine Kistenlabyrinth linksrum quasi rennt, dann ist da ein Mob und der gibt euch eine Quest. Wenn ihr dann im folgenden innerhalb von vier IDs alle Viertel-Endbosse tötet, dann könnt ihr da die Quest abgeben und im folgenden direkt bis zu Schwarzhaus skippen. Dauert eine ganze Weile, aber ja, diese Quest gibt es im Raid nach den eisernen Jungfern. Toll, ich bezweifle, dass das wirklich eiserne Jungfern sind, aber hey, weil wenn man die tötet, sagt Schwarzhaus, sie waren mir die Liebsten. Passt irgendwie nicht, oder? Hier ist noch nichts, vermutlich erst morgen früh, wenn ich zur Arbeit muss. Ich freue mich nicht, auch wenn ich Stürme liebe. Ich mag auch Stürme durchaus, verdammter Weep, jeder nach Hause dreamen. Ich mag auch durchaus mieses Mistwetter, aber Stürme, da hatten wir gerade unser Haus neu fertig gebaut. Ihr wisst, mein Vaterzimmermann, mein Opazimmermann, die haben immer gebastelt und noch eine Etage drauf gesetzt und hier noch einen Raum und hin und her und da hatten wir gerade das Häuschen fertig. Und war noch nicht alles so richtig komplett, so 100%. Ihr kennt die Storys von Bolias, ihr kennt es vielleicht selber vom Hausbau, whatever. Und da war noch nicht alles so richtig dicht und da kam dann auch Orkan. Der Orkan hat A, meinen Baumhausbaum zerlötet, samt Baumhaus, was ich gerade vor einer Woche fertig gebaut habe. Und B, hat der Wind und der Regen so gemeinschaftlich gegen unsere Wände gepeitscht, dass es einfach reingeregnet hat. Richtig nice, bevor dann alles richtig verdichtet war. Weil irgendwie im Sommer, wer rechnet damit, dass spontan Orkan ist, Alter. Sollte erstmal alles trocknen, das Holz muss sich aussehen und so ein Shit, keine Ahnung, frag mich nicht. Und dann hat es reingeregnet, ich wollte die Treppe runtergehen, da war nass, ich bin ausgerutscht und erstmal zäh verstaucht. Deswegen seitdem bin ich auf Wind und so weiter irgendwie nicht mehr ganz so geil zu sprechen. Und sobald Orkan ist, schwierige Geschichte. Das arme Baumhaus oder Dreadmaster, was wäre ich für ein Öko-Fritze geworden, wenn das heute noch stehen würde. Aber ja, seitdem mag ich das nicht mehr so. Kann ich voll nicht leiden, ey. Giant, hallolchen. Kann ich voll nicht leiden. Rock-Tool auch da, hi-hi. Logge um auf Shami für den Nighthold Run, dann lande ich im Tal. Direkt neben mir wurde Hali gerade genatzt. Gucke im Tool, LOL, noch nicht da, also fix für eine neue Hali-Gruppe geguckt. 50% noch, schnell killen. Mount dropped, dafür aber zum Eden weit zu spät. Aber Mount dropped oder fairer Deal, würde ich sagen. Stabiler Ausgleich, GZ geht raus. Bean Benny, Sirius, hallöchen. Montag bei Craft, Baumhaus steht, Dienstag bei Craft. Baum mit Baumhaus weg. Ja, so ist das Leben. So ist das Leben. Christa, grüße. Hallöchen. Was machst du, wenn deine Lieblingsdönerbude vom Orkan zerlödet wird? Ja, mit Aufbauen, auf Ehrenbasis einfach. Das muss passieren. Da muss man dann zusammenstehen in solchen Katastrophen. Aber ich hoffe, es hält sich in Grenzen mit der totalen Verwüstung des Ostens. Die machen wir erstmal auf politischer Ebene. Topkek, Lell. Und dann geht es vielleicht mit den Naturkatastrophen weiter. Als meine Eltern ihr Haus aufgestockt haben, war es einen Winter mal so kalt, dass bis in den Flur Eisblumen zu finden waren. Ja, ist schon geil, ne? Wenn man so sein Haus baut. Und das ist ja so ein laufender Prozess. Ja, das geht ja weiter. Da gibt es ja jetzt keinen genauen Anfangs, keinen genauen Endpunkt und so weiter. Und ja, dann weiß man genau, woran man ist, wenn es dann völlig eskaliert. Richtig geil, Junge. Total. Rage, 22 Monate. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Freut mich sehr. Die Skip-Quest in der Gießerei war ja noch ganz okay. Abgesehen davon, dass man die Quest erst bekam, wenn die Jungen von bereits tot waren und man dafür eine zusätzliche ID benötigte. Mhm. Die in der Zitadelle war schlimmer, weil du erst den unteren Bereich fünf Wochen lang und dann den oberen Bereich fünf Wochen lang freischalten musstest. Die muss ich ja zum Glück nicht mehr kennenlernen, denn Mount ist ja in einem dieser eigentlich Freischaltungs-Quests, Freischaltungs-Runs. Doppelt gemoppelt, da ging es jetzt nicht. Ist ja das Mount zum Glück schon gedroppt von Ahi. Ansonsten, ja, war ich auch schon so ein bisschen am Kotzen. Erst 5000 Mal Blutschatten killen und dann irgendwie Manurot und nicht und hin und her und bäh. Skip-Quest, oder? Ich kack mich komplett voll. Mit Tränen aufbauen, ja, das Salz unserer dönerlosen Tränen. Ja, damit bauen wir ein neues Land, das Dönerland. Und, geil, wie war das bei Werner, wo sie ja irgendwie auch die Extremisten so ein bisschen hops genommen haben, ne? Auf Scheiße und Katzenstreu bauen wir unseren neuen Staat. Das war auch höchst interessant, ne? Das war eine tolle, tolle Vorstellung, oder? Zu sagen, wir bauen einen neuen Staat auf Scheiße und Katzenstreu, Junge. Da weiß man auch gleich, woran man ist. Das sind klare Ansagen. Natürlich, wir sind wie Eis. Ja, lassen wir das, Rock Tool, ne? Lassen wir das. Ach, Mann. Keine Sorge, erst entlädt er sich safe wieder über den Westen. Was soll das denn? Um Gottes Willen, der Sturm, er bevorzugt irgendwie die deutsche Teilung. Der bevormundet, ne? Die Gruppen, die alten und die neuen Bundesländer. Das ist nicht schön. Dieser Sturm ist nicht 2020-konform. Black Drift, hallöchen. Firefrog, dazu habe ich dir eins zu sagen. It's kind of magic. Ja, das ist wahr, oder? Das ist genau wie K-Pop, Dreadmaster. Das ist so eine Art Magie. Eine Art der Magie. Moin Digi, Fornax, hi. Ewig nicht hier gewesen. Was habe ich verpasst? Oh, du, einiges. Einiges, vieles tolles, bundesverschiedenes. Ja, den Sinn des Lebens haben wir geklärt. Tipps zum Kacken gab es. Story, 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 Spoiler und Offenbarungen von WoW. Ja, also ganz, ganz viele Sachen. Wirklich, ist immer tricky. Ganz, ganz tricky. Wie ist der neue Patch? Was muss ich machen? Vieles. Sehr, sehr vieles. Du musst eine neue Rufaktion grinden. Du musst den neuen Raid clearen. Du musst dir das Beste, neue verdorbene Gear sammeln. Du musst die Umhangquests machen. Du musst Visionen beschreiten, um den Umhang zu verbessern. Um immer mehr neue Verderbnis anhäufen zu können. Du musst den neuen Affix in dem Plus bewältigen. Also du lockst im Grunde ein. Und du wirst erschlagen und hast zu tun. Und dann hast du zwei Optionen. Entweder du nimmst die Herausforderung an. Oder du flüchtest dich vor deinen virtuellen Pflichten ins Real Life und Flames im Forum. Das Blizzard scheiße ist. Activision noch mehr. Und WoW erst recht. Das sind die beiden Optionen. Ich empfehle die mit, ne, sich der Herausforderung zu stellen. Die ist deutlich spaßiger für alle Beteiligten. Geil. Captain Dezibel. Acht Monate. Dankeschön. Dante mit sieben. Und Carryline mit vier. Da wird auch gleich mal eskaliert hier hintereinander weg. Finde ich super. Danke euch, Freunde. Vielen, vielen Dank. Die Skip-Quest interessierte mich nur, bis der Höhenfeuerangriff genervt wurde. Inzwischen kliere ich HFZ gerne komplett. Gibt ja massig Gold. Auf jeden Fall. Und hier und da ja immer mal noch ein schickes T-Mock-Ding. Wobei, wenn du seit geraumer Zeit das Ganze sowieso komplett klierst, hast du vermutlich alles. Aber, ne, das lohnt sich schon hin und wieder. Aber so ein Random-Drop noch irgendwie, ne, dann gibt's ja durchaus auch Bosse mittlerweile, wo nachgepatcht irgendwie ein Pad droppen kann oder so. Von Mounds, Illusion und Koma abgesehen. Schon nice. Schon nice. Hüte deine Zunge, du Pummler. Schön. Wirst du nichts nochmal mit K-Pop vergleichen? Weder durch, geh mit der Axt, um Gottes Willen. Ja, ich hoffe nicht rhythmisch. Ich hoffe nicht ganz so rhythmisch. Ansonsten hast du nämlich gleich diverse Bands beschworen. Da muss man immer aufpassen. Okay, cool, Grinden, World of Grinden also. Ne, er ist kacke, so wir verstehen uns so. Siehst du, einwandfreie Geschichte. Sehr, sehr gut. Die Emotes, ne, da sind sie wieder. Ich finde die Valentins-Emotes auch sehr schön. Kloa hat vorhin auch schon gesagt, er hätte gern die Optionen, viele davon, gerade die Bearbeitungsoptionen, über unsere Kanalpunkte dauerhaft zu behalten. Ne, hat da sehr, sehr schöne und sehr verstörende Emotes von Barlow und auch von mir verunschte. Ja, ich meine, aufgehübscht, ja, schon toll, was Twitch da mittlerweile auch alles für Bastelmöglichkeiten zur Verfügung stellt und Emotes und nie bespreadet. Und großartig, ne? Da ist Sylvie komplett sad, weil Nathanos nicht bei ihr ist, oder? Ist das nicht traurig? Ach man, das ist nicht schön. Hey, Craft, schön dich wieder zu hören. Ja, Leo G, hallöle, füge dich zum Feierabendbierchen, wollte ich schon sagen, ne? Da fehlt dort die Satzhälfte, die ich noch gar nicht vorgelesen habe, aber dennoch hatte ich sie im Hinterkopf. Weißt du, wie ich meine? Ich lese nur den Anfang, ich lese deinen Namen und weiß, wie es weitergeht. Das ist einfach schön, Grüße gehen raus. Das wird nun montags gespielt, also es sieht nach Warcraft aus. Es sieht sehr, sehr stark nach Warcraft aus. Ich meine aber, dass wir Warcraft hoffentlich relativ problemlos durchgezimmert bekommen, in nicht ganz so vielen Wochen und Monaten. Ich hoffe, so schlecht bin ich auch nicht. Und dann werden wir auf jeden Fall mal gucken, ob wir nochmal eine Umfrage machen oder ob wir gleich mit Mass Effect und auch Assassin's Creed weitermachen. Weil ich a, selber dolle Bock habe auf Mass Effect, b, mich richtig viele Leute damit nerven. Und c, ich auch Assassin's Creed eigentlich ganz nice finde, deswegen gucken wir mal, wie das aussieht. Zumal das ja auch beides immer ganz oben mit in den Umfragen ist und viele andere Games sowieso gegen abstinken. Von daher gucken wir mal, ob wir auf Grundlage oder mit der Grundlage dieser Umfrage dann erstmal generell weitermachen, bevor wir jedes Mal wieder eine Umfrage machen. Wisst ihr, was ich meine? Mal schauen. Reuven, hallöchen, schön am Stream lurken. WoW spielen und Kaffee und Kokos Makronen, na hallo. Man gönnt sich sonst nichts, oder? Einwand frei. Finde ich gut. Suche Hilfe für die Schattenkramquist. Oh, ich spüre plötzlich starke Schmerzen. In jeder Zelle meines Körpers. Ich kann den Satz leider nicht weiterlesen. Aber ja, soll jemand keine starken Schmerzen versprühen, wenn er Schattenkramquist hört, dann führt euch gerne frei. Tut euch zusammen. Naja, es ist ja nicht geheim, dass man die Legendary Items mocken kann. Und deswegen viele auf der Suche danach sind. Rocktool in Love mit dem Mafia-Patenfrosch. Großartig. Dark Souls 3, Gurkenhero. Der Alkohol hat sein Tribut gefordert. Ich merke das schon bei solchen Aussagen. Rocktool muss viel arbeiten. Das ist wahr, siehe hier Schlagzeile. Sowohl bei Flugbahnen als auch bei Fährverbindungen kommt es am Sonntag zu Ausfällen und starken Beeinträchtigungen. Die Deutsche Bahn bereitet sich auf größere Schäden vor. Na hallo, da muss Rocktool wirklich mal wieder den Hammer in die Hand nehmen. Und dann geht das nach vorne, einwandfrei. Finde ich auch super, gestern beim World First Race wurde ja auch schon ein bisschen diskutiert. Wie jetzt alle nach Hause kommen, wie Method auch nach Hause kommt oder nicht. Bleiben sie halt da. Wey, leben in den Studios. Jemen seins, ne. Jemen seins. Haben wir Priester dabei. Ja, ne. So eins, zwei. Wenn jemand die Set-Handschuhe braucht vom Priester, dann könnt ihr die gerne bei mir abholen. Und bitte dran denken, wenn ich, wenn ich, wenn ich über, wie heißt es denn, Alaa, über Set-Teile rede, ne. Dann denkt bitte auch dran, dass nur die Klasse dieses Sets, die auch tragen kann. Wir hatten letztens wieder die Situation, dass ich Palas-Set-Handschuhe rausgegeben habe. Die hat dann Krieger gewonnen. Und dann war richtig Let's Fetz im Schlagzugs-Chat, wenn ihr wisst, was ich meine. Holy shit. Holy shit. Glaubst du, die jüngste Änderung seitens Activision Blizzard in Bezug auf künftige Streams mehr auf YouTube zu setzen, wird Auswirkungen auf die Twitch-Streamer-Szene haben oder ist das sehr unbedeutend? Ne, ich hoffe, es ist sehr unbedeutend, weil momentan müssen wir schon sagen, YouTube versucht sich da zu entwickeln, versucht vieles richtig zu machen, aber Streams außerhalb von Twitch ist schon, was ich jetzt da sage, kannst du ein Omega-Lull-Gif noch posten, ne. Und das war es dann irgendwie mit Resonanz. Ich denke schon, dass das keine unbedachte Entscheidung war. Ich denke, dass da alle Optionen entsprechend abgewogen wurden. Und Twitch, glaube ich, immer noch nicht irgendwie die Nötigkeit hat, auf die Firmen zuzugehen oder irgendwie mehr zu bezahlen, um die zu halten. Die haben so viel andere Sachen immer noch am Start, dass sie sich dann nach wie vor auch nach diesem ganzen Mixer abwerben und sonst was, glaube ich, nach wie vor überhaupt keine Gedanken machen müssen. Ich denke aber, dass es auch eine Chance sein kann. Also ich denke, es kann eine Chance sein, zu einem von Blizzard selber, jetzt auf YouTube quasi, irgendwie expandierend einfach schön den großen Hund dann rauszulassen aus der sonst so kleinen Hundehütte und mal ein bisschen den Platzhörsch wieder zu mimen. Und daraus können natürlich verschiedene auch tolle neue Änderungen für YouTube, für die YouTube-Szene, Video, wie Stream-technisch irgendwie letztendlich daraus resultieren. Also ja, ich hoffe, sie haben sich das richtig zurechtgedacht. Und ich hoffe, dass wir verschiedene positive Auswirkungen bekommen in jederlei Hinsicht. In jederlei Hinsicht für alle Creator auf vielleicht sogar letztendlich sämtlichen Plattformen. Mal gucken, was da passiert. Aber ich habe mal gehört, ja, genau so. Genau so, genau so. Sie bereiten sich auf größere Schäden vor. Sie bereiten sich also auf Rocktool vor. Ja, so ein Montags-Rocktool ist bestimmt auch ganz unangenehm. Da muss man ready sein. Da muss man ready sein. YouTube wird es nicht rausreißen, aber das Geld stimmt. Klar, letztendlich ist es eine finanzielle Entscheidung vor allem. Aber natürlich eine finanzielle Entscheidung, wo einige Chancen auch letztendlich mit einhergehen. Und wo sich YouTube, denke ich, weiterentwickeln kann. Wo auch in Blizzard, wo auch in Activision mit dran wachsen kann und größer werden kann. Und ja, es bleibt abzuwarten letztendlich, wie sich das entwickelt und was es für uns alle für Auswirkungen gibt. Aber ich bin da ganz positiv gestimmt und hoffe, dass das sich in reine Positivität letztendlich auch entwickelt. Man bekommt keine Overwatch-Leak-Tokens mehr fürs Zuschauen. Aktuell wegen YouTube. Ja, dann, Schion, müssen wir sagen, scheiße. Ich will meine Gratis-Tokens. Was soll das? Ja, okay. Das ist jetzt natürlich mit der Umstellung. Wird das ein bisschen dauern. Da ist Twitch ja auch ein bisschen weiter. Meinte ich ja am Anfang. YouTube leitet da einiges in richtige Bahnen. Versucht natürlich auch viel richtigerweise nachzumachen, zu kopieren, sich weiterzuentwickeln. Aber Twitch ist ja so vernetzt. Das ist ja schon Next Level. Das ist ja nicht umsonst Twitch, wie wir es kennen. Und dementsprechend mal sehen, was draus wird. Chancen für alle sind da. Es hat mich auch überrascht, als ich das gehört habe. Ja, habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Von daher hoffe ich mal das Beste. Moffett, Hallöchen. Grüße. Kann man die Vorlagen nicht auch mit der gleichen Rüstungsklasse lernen? Nein. Wenn wir über T-Sets reden, die einer Klasse zugewiesen sind, dann geht das auch nur mit dieser Klasse. Jetzt hier diese Stoffarm-Schienen. Da sehen wir, da steht nichts mit Priestern. Hier bei den Handschuhen allerdings schon. Ja, und solange da nichts mit der Klasse steht, dann geht das mit der Rüstung auch. Wie bei diesen Armschienen. Wenn die wer braucht, gerne abholen bei mir. Aber mit den T-Sets ist das nochmal ein Stück weit anders. Auf Mixer hat Ninja in diesem... Ninja. In diesem Moment unter 4000 Zuschauer. Das ist ein Witz. Also Mixer wird niemals größer. Der hat nur vier... Also, Freunde, 4000 Zuschauer. Gut, nehme ich alle. Dann komme ich gar nicht mehr hinterher mit euren Beiträgen. Aber das ist für seine Größe, wer das ein bisschen verfolgt hat, das ist ja wirklich nichts. Das ist ja so ein Fliegenschiss auf der Scheibe, wenn du auf der Autobahn unterwegs gewesen bist. Nicht mal mit dem Auto, wenn du einfach schnell gerannt bist mit dem Motorradhelm, weißt du, so eine Geschichte ist das. Das ist schwierig. Ja, und klar, und Geld reicht manchmal eben nicht aus. Und auch ein schönes Gesicht oder ein großer Name reicht nicht aus, um jetzt wirklich Massen von Zuschauern, von Konsumenten jetzt einfach auf Dauer zu überzeugen von einem Produkt, wenn es letztendlich schlechter ist oder nicht so weit entwickelt wie der Marktführer. Der ja dann nicht umsonst der Marktführer ist. Also, mal gucken, wie das weitergeht. Mal gucken. Ich bin dem grundsätzlich gar nicht abgeneigt. Bin voll dafür für Wettbewerb und Kampf zwischen den Monopolen und was, weil eh nicht alles. Aber bis das wirklich so weit ist, bis wir von solchen Kategorien und Monopolen sprechen können, dauert es, glaube ich, noch ein bisschen. Und da ist es, glaube ich, gar nichts Schlechtes, wenn sich auch die Gamefirmen ein bisschen andersweitig umschauen und hier mal expandieren, da mal unterstützen. Ja, das Geld, was fließt, das kann ja auch wieder investiert werden, kann ja auch wieder ausgebaut werden. Also, mal gucken. Ich bin da ganz positiv und mal sehen, was passiert, wenn wir abwarten, weil was anderes können wir eh nicht machen. Oder gibt es schon Forenbeiträge und irgendwelche Petitionen, die man unterschreiben kann für Blizzard zurück zu Twitch, obwohl da gar nichts passiert ist? Bestimmt, oder? Weil, was frage ich eigentlich? Safecall gibt es eben. Ich finde YouTube halt schwierig, seitdem ich das mitbekommen habe mit dem Stream von Markiplier. Den kenne ich nur von den Five Night at Freddy's Videos oder so hieß das Game, ne? So ein Schocker-Ding, dessen Zuschauer extrem gebannt worden sind, richtig Account gelöscht, weil er irgendeinen Algorithmus rumgesponnen hat. Ich meine, der Großteil hat den Account wiederbekommen, aber ja. Ja gut, YouTube ist natürlich mit der ganzen Rechtssituation auch immer noch ein bisschen genatzter. Ja, zum einen, bis da jetzt auch unsere, ich sag mal, Parteiorgane repräsentativ von uns ausgehend verstanden haben, dass es auch Unterschiede zwischen Videoerstellung und Streaming gibt. Das ist, glaube ich, auch generell bei allen nicht angekommen. Und dann diese ganze Geschichte mit den US-Regelungen, ja, mit dieser Kinderrechtsregelung da jetzt, was du als Creator auch immer angeben musst, ist dieser Content für Kinder, ist er es nicht. Von den Strafgeldern will ich mal nicht anfangen zu reden, wenn du das verkackst. Wenn deine Kinder dann auf einmal nur noch Let's Plays Let's Plays in ihrem YouTube-Kanal-Feed haben. Von daher ist YouTube generell natürlich eine schwierigere Geschichte, weil da auch, glaube ich, noch mehr Leute ein Auge drauf werfen. Und das ein bisschen, naja, greifbarer für viele sogar ist als Twitch und diese ganze Streaming-Geschichte. Und das jetzt irgendwie unter einen Hut zu bekommen, gleichzeitig aber Video und Streaming zu splitten, das ist ja auch erstmal eine Herausforderung. Ja, allein für die Köpfe unserer 70-jährigen Politik-Heinis, die dann da auch wieder über verschiedene Rechtslagen entscheiden dürfen. Es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Auf jeden Fall. Ein dreistelliger Millionenbereich ist schon eine gute Spritze. Ja, da kann man was mit anfangen, oder? Ja, hallo, also ja, du, würde ich auch nehmen. Aber würde ich jetzt auch nicht Nein sagen. Wie kann ich all die Raids im LFR-Modus ablaufen? Mir fehlt die ein oder andere Rüstung. Da musst du immer zu den Anmeldern, die verschieden rumstehen tatsächlich. Die von MOP stehen zum Beispiel bei den leeren Suchern im Heim des Wissens, im Teil der ewigen Blüten. Die von Legion stehen in Dalaran vor der violetten Festung, wo man früher die Dailies und Weeklys annehmen musste. Also die stehen immer ein bisschen verstreut, je nachdem, in welchem Addon du unterwegs bist. Da dann meistens so hauptstadttechnisch gestaffelt, nur dann ein bisschen in der Nähe etwas versteckter. Rechte Kinder? Ja, auch ostdeutsche Kinder dürfen ins Internet, Dreadmaster. Das war jetzt diese, wie hieß das? Koppa? Koppa war, glaube ich, die Abkürzung. Oder war es Kappa? Lell? Ähm, das war diese amerikanische Rechtsdebatte vor kurzem, wo dann auch wieder Riesenaufschrei war und YouTube ist zu Ende und wir können alle nichts mehr machen und man verdient jetzt weniger und hier gar nichts und ach, fast nicht alles, ne? Und das war eben dazu da, dass der Content für Kinder, speziell für Kinder besser gekennzeichnet wird und neue Richtlinien bekommt, dass nicht Leute sich irgendwie hinstellen und die ganze Zeit nur auf Nacken von Product Placements den Kindern irgendeinen Scheiß andrehen und eigentlich auch nur eine Dauerwerbesendung sind, ja? Und all solche Faktoren wurden da eben beachtet und solche Umstellungen treffen irgendwie, oder solche Rechtslagen treffen YouTube immer ein bisschen krasser als Twitch und damit gehen natürlich auch einige Probleme, seltsame Algorithmen, strengere Kontrollen und so weiter einher, was nichts Schlimmes sein muss, aber wenn diese Algorithmen noch nicht so ausgereift sind und noch nicht so funktionieren, wie sie sollen und dann eben wirklich super hart durchgreifen, schwierig, ja? Sehr, sehr schwierig. Temok am Ende von Prüfungen auf jedem, auf jeden, auf jeden. Ganz WoW auf Mixer hat insgesamt 102 Zuschauer auf der ganzen Plattform. Dieser Stream hat dreimal mehr Viewer als Ganz WoW auf Mixer, das spricht Bände, auf jeden Fall, wobei man auch fairerweise sagen muss, wir sind natürlich auch der superlative WoW-Stream, LEL, und das ist halt schon auch krass, zumal ja auch so eine neue Stream-Plattform, und das hat man ja immer wieder auch gesehen in den letzten Monaten, Jahren, whatever, natürlich auch vielen gerade Leuten eine Chance gibt, die mit Streamen anfangen und du denkst, so, da wäre ich jetzt der erste, krasse, auf Twitch habe ich keine Chance gegen die Masse, 70 Trilliarden Leute mit Linkin-Park-Playlist, die an LFR-Progress-Stream, ja, wie soll ich das schaffen? Dann gehst du irgendwie mit, ja, mit dem Hype, mit dem Trend auf eine neue Plattform und, ja, dann ist da trotzdem keiner, dann hast du das Gefühl, noch weniger Zuschauer als vorher, weil es wird keiner benutzt, so, ist halt auch mies, haben sich bestimmt auch einige ordentlich was verbaut, die dann gesagt haben, so, Leute, das war der letzte Twitch-Stream, jetzt geht's auf Mixer, das ist viel geiler, ja, und dann stehst du da und irgendwie Mixer benutzen drei Leute und einer davon guckt dir zu, oder bist du selber? Ist halt auch schwierig, ja, kann man sich auch verwirren und verirren in diesem Gestirb dann von Anbietern und Co., alles schwierig, alles sehr, sehr schwierig. Metal Lycra, hallöchen, nun anwesend musst du noch Saugroboter reinigen, alles voller Katzenhaare, da hat Sirius zum Glück ein sehr kleines Reinigungstool, ja, dessen Bedienung er wirklich auch verinnerlicht hat und damit kann er quasi auch in die kleinsten Ritzen des Staubroboters, Alter, des Staubsaugroboters kommen, das ist eine sehr, sehr gute Sache, nur die Guides dazu darf er nicht veröffentlichen, er ist leider nicht jugendfrei. Jetzt, wo das Music World First Rennen zu Ende ist, wird es, denke ich, bald wieder News zu Shadowlands geben, ja, davon gehe ich auch stark aus. Shadowlands geben, erst vor ein paar Tagen wurde ja das Buch zum Übergang angekündigt, denkst du, wir bekommen noch diesen Monat neue News, doch erst später, März, April, diesen Monat weiß ich nicht, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass sie diesen Monat generell für 8.3 gelönt und Justierungen und Rays und sonst was eben verplant haben, aber März, würde ich sagen, geht es dann auch los, da kann man, glaube ich, auch spätestens mit einer Alpha rechnen, mal gucken, aber ihr wisst, ich kann noch nicht schätzen, kann auch alles völlig falsch sein, ja, das ist jetzt auch nicht irgendwie fundiert auf letztes Jahr war es so und bei jedem Add-on, wenn das Buch rauskommt, dauert es so lange, bis das Add-on kommt und so, habe ich alles überhaupt nicht im Kopf, keine Ahnung, aber rein gefühlstechnisch, ne, ist halt so eine Geschichte. Buggy, Hallöchen, grüße dich, Reinigungstool, genauso, ja, wenn dein Lippenstift wieder mal vom Staubsaugroboter, warum macht mir das Wort so zu schaffen, irgendwie gefressen wurde, dann muss man gucken, dass man den Schaden irgendwie begrenzt, das ist wohl so. Kannst du da nicht zwei Kanäle zusammenlaufen lassen, auf beiden gleichzeitig live sein, kann man, glaube ich, in einem gewissen Rahmen, beziehungsweise konnte man, bis die Plattform da stellen, weil sie gesagt haben, machen wir nicht. Wenn du also gewischt, äh, gewischt, Alter, ich bin immer noch beim Staubsauger, wenn du erwischt wirst oder gemeldet wirst, dass du beispielsweise gleichzeitig, ich meine sogar auf YouTube und Twitch-Streams, dann ist die Chance da, dass du auf beiden einfach entsprechend einen Strike hast hier hast, oder welche Form der Verwarnung oder des Löschens oder was auch immer. Deswegen gab es ja damals auch die Entscheidung, als einige das gemacht haben, ich glaube, Unger hat das auch eine Zeit lang gemacht, oder auch viele größere Leute, klar, kannst du ja auf beiden Plattformen dann ganz gut deine Zuschauer erreichen und irgendwann gab es dann mal so einen Einschnitt und, ja, seitdem ist das nicht mehr so gern gesehen, mit den verschiedensten Folgen, als Partner vor allem nicht. Als Partner unterschreibst du ja sowieso noch mal sonst was für Sachen und bindest dich dann, ja, bist ja dann gepartnert auf dieser Seite und, ja, dementsprechend musst du dich dann entscheiden. Nicht irgendwie tanzen auf mehreren Hochzeiten, da muss man dann gucken, wie das aussieht. Limit hat World First geholt, genau, Limit war World First und Method war die Nummer 2. War gestern, oder? War das gestern erst? Die Zeiten, sie verschwimmen, Freunde, ich sehe nur noch Staubsaugroboter vor meinem geistigen Auge umherfliegen. Das ist auch alles nicht schön. Ich habe es endlich mal wieder geschafft, bei dir vorbeizusehen. Na, siehste, Maus Eber, Grüße gehen raus. Daiko Mania, auch am Start. Hallöle. Ich liebe ihn einfach, Rocktool und sein Roboter. Er ist immer da, wenn man nach Hause kommt, ne, das ist toll, man kann den Roboter anschreien, er hat wieder die Wäsche nicht gemacht, wieder den Geschirrspüler nicht ausgeräumt, ja, die miese Ratte. Er ist immer für einen da, ob man will oder nicht. Das Spiel verarscht mich doch. Twink hat noch einige Low-Teile, also Teile vom Low-Gear und Abgesandtenkisten, droppen genau für die zwei bis drei Slots. Kenne ich leider auch sehr genau, auch wenn es euch nicht so vorkommt, weil ich in letzter Zeit sehr, sehr passenden Loot bekommen habe, aber oft genug habe ich es auch wirklich so, dass du ein, zwei Teile hast, wo du es nicht brauchst und sei dir sicher, dass du diese Teile immer wieder und wieder bekommst. Kein Reitier, Boys, ne? Kein Reitier. Das ist sehr, sehr traurig. Ich weine große und dicke Krokodilstränen. So, Matt. Ich danke euch fürs Mitkommen. Ich hoffe, ihr habt viele schöne Teile bekommen und wir machen gleich weiter mit dem Albtraum. Geil. Von gestern auf heute 50 Inseln für Stufe 80 gemacht. Ich erschieße mich. Ja, krass. Auf jeden Fall. Hätte ich auch gar keinen Bock drauf, aber wenn ich da jetzt an diese Tafeln denke, wo sie ja beim World First Race so ein bisschen die Raider interviewt haben, gefragt haben, wie viel habt ihr gemacht in Vorbereitung, da waren halt so 1000 bis 2000 dabei. Also, sei froh, dass du da noch nicht hin bist in diese Gefilde. Schattes. Hallöchen. Grüße. Als Affiliate darf man das auch nicht. Siehst du, da fängt es schon an. Und ist ja auch richtig. Ist ja irgendwo auch richtig unsinnig. FX God. Grüß dich. Aversion auf Platz 3. Na aber, hallo. Next Hype Easter. Na sicher. Na sicher, ihr. Na sicher, ihr. Guti. Ich fliege mal in die Richtung, bevor wir starten. Oh, passendes Albtraum-Mount hier gezogen. Gucke mal. Schönes Ding, du. Bevor wir starten, machen wir natürlich die Gruppe nochmal voll, füllen dann auf die Plätzchen und dann geht das weiter. Der deutsche Staat und seine abgefuckten Vorschriften. Für jeden Forts eine Vorschriftrichtlinie oder sonst was. In was für einem Land leben wir denn? Arms Germany. Da könnt ihr mich aufregen. Hör mal richtig. Oder. Geh die mal mit meiner Faust auf den Tisch hauen. Junge. Crazy stuff. Crazy stuff. Wirklich. Ich fände es auch deutlich geiler, in einem Land wie der Türkei oder Syrien zu leben. Oder China. Uh. Uh. Gefickt einfach, ne? Einfach alles gefickt mit der Aussage. Asgard, 10 Monate. Dankeschön. Grüße dich. Hallöchen. Hältst du dir die Limitierung? Von 10 instanzierten Bereichen pro Stunde heutzutage noch für angemessen. Es haben hier immer mehr Leute Twings und davon auch immer mehr. Eine Limitierung pro Jar wäre okay, aber 10 pro Account ist schon arg eng. Kommt halt drauf an, was man macht. Also da habe ich wirklich in den seltensten Fällen bisher dran gekratzt an dieser Grenze, muss ich zugeben. Aber, äh, ja. Ob das noch zeitgemäß ist, zumal sie ja jetzt auch mit Shadowlands Leveln wieder ein bisschen beschleunigen wollen. Ja, und dann generell das Twinken hoffentlich auch wieder ein bisschen attraktiver wird. Hashtag Accountweite Essenzen. Ja, gehe ich da bei dir auf jeden Fall mit und würde sagen, Char gebunden macht das Sinn. Ja, Account gebunden könnte man das mal lockern, aber wer weiß, was wir damit wieder entfesseln würden. Na, was dann wieder für Lex und Co. auf uns zukommen. Wenn die Server diesartig, diesartig, Freunde. Geil, schönes Wort. Wenn die wieder offen sind, in dieser Hinsicht, oder? Unlimitiert. Oh, oh, oh. Da werden wir alle bestimmt sterben. Da kommen wir dann öfter in den Dungeon rein, aber sterben jedes Mal. Geil. Nee, bin nicht ganz bei dir auf jeden Fall. Ja, finde ich, ist ein guter Vorschlag. Atheros, hallöchen. Grüße, Grüße, Grüße. Seien Sie gegrüßt, jeder wusste ich. Deswegen habe ich gleich weitergemacht. John Scarecrow, hallöchen. Hallöchen. Gibt es was Neues wegen Accountweite im Ruf? Nö. Accountweite in BFA ist generell eine schwierige Geschichte. Das ist generell so ein Ding, wo Blizzard sagt, oh, nee, da wollen wir hier jetzt eher gar nicht drüber reden. Wollt ihr einen Keks? Wollt ihr irgendwie einen Krabben mauen, was seitwärts läuft oder so? Hört auf, solche Fragen zu stellen. Also Accountweite haben sie in BFA, ich will jetzt nicht sagen verschissen, aber wirklich viel Potenzial wurde da jetzt gerade ab 8.2 nicht genutzt, müssen wir ja mal sagen. Ich will mich jetzt nicht beschweren. Wir haben ja zum Glück einige Erfolge, gerade in Bezug auf die verbündeten Völker und deren Freischaltung, die wirklich ganz gut, sage ich mal, accountweit funktionieren. Ja, oder dahingehend designt wurden, aber insgesamt, äh, uff, großes Uff. Also damit müssen wir, glaube ich, auch nicht rechnen in der nächsten Zeit. Gruppe LOL, Freunde, ihr kennt es, Horde Server übergreifen, wir porten dann ran. Wie immer bitte dran denken, dass wir nur pullen, wenn auch wirklich alle da sind. Deswegen jetzt auch gleich erstmal auf entspannt bisschen porten und gerade im Albtraum auch dran denken, ne. Wir haben hier extra instanzierte Bereiche in diesem großen instanzierten Bereich. Darum bitte nicht vergessen, das war auch bei Ursock und Co. den Trash mitnehmen und eben auf alle entsprechend warten. So, da sind wir schon wieder voll. Vielleicht heute Illusion und Xavius Schultern, ich bin ja richtig aufgeregt und gespannt. Mal gucken, für Lex musst du nur ins Tal gehen oder nach Uldum heute wieder Leute retten. Oh, oh, Melrid, nee, hör mir auf. Es ist so schlimm immer, ne, es ist so schlimm. Weil ich gerade drauf hingewiesen wurde und ich mir auch schon Gedanken gemacht habe, ist dir die weibliche Mogu aufgefallen? Ja, die patrouilliert da, ne. Musst du da den Text zu den beiden Mogu-Konkubinen in Erinnerung rufen? Den habe ich tatsächlich nicht mehr im Kopf und das schreit natürlich nach Verbündeten Völkern, Dreadmaster, ne. Ich erinnere auch an meine 8-3-Videoreihe. Ein, zwei Leute haben sie bestimmt zu Ende gesehen, das waren nur 3-Stunden-Videos oder so. Wo wir ja auch bei dem einen Quest-Sex von Lehren Surajou erfahren, dass es natürlich eine tolle Sache wäre, wenn wir die Rajani finden und mit denen kooperieren. Das wären ja ganz viele neue Möglichkeiten, die sich da auftun würden, hat er gesagt, ne. Verbündete Völker-Boys, was ist da los? Ultra-Bock auf Mogu. Auf der Hordenseite würde ich sagen, wir haben uns damals geeinigt, ne. Die Horde kriegt Mogu, die Horde kriegt irgendwie Mantis, die Horde kriegt die Sesrak aus Valdun und die Allianz kriegt dann Käfergnome und Steingnome und irgendwie noch Wüstengnome. So, ich glaube damit, oder? Da hätten wir auf jeden Fall einen Kompromiss dann zwischen den Fraktionen auch gefunden. Da hätten alle dann relativ neue, coole, epische Modelle auch, was die Rassenwahl angeht. Und das war damals dann unser Vorschlag, als wir uns das erste Mal darüber unterhalten haben, wie das vielleicht weitergehen könnte. Wobei auch fraglich ist, ob sie dann ein paar ältere Modelle jetzt auch aus 8.3 mit dem verbündeten Volkssystem, wenn es denn in dieser Form, in dieser Produktion auch bestehen bleibt mit Shadowlands, ob sie dann überhaupt den Rückschritt machen und nicht dann neue Völker aus den Shadowlands nehmen, sondern alte aus 8.3, ne. Das ist schwierig, aber ich denke bei sowas immer sofort an verbündete Völker, ja. Ultra-Bock, Ultra-Bock, Ultra-Bock. Rasila, Hallöchen. Grüße, Grüße, Grüße. Dort steht, Gerüchten zufolge sind die einzigen weiblichen Mogu... Ach so, sie sind die einzigen weiblichen Mogu, die existieren. Ja, die Mogu wurden ja auch damals von den Titanen zum Kampf geschaffen, ja, um zu dominieren und zu beschützen und zu töten. Und er ist natürlich so ein massiver, steinerner Männerkörper. Oh, ob ich das sagen darf in 2020? Schwierig, aber der ist dann schon besser für die Schläge und den Krieg gerüstet, als jetzt ein weiblicher Mogu. Von daher mal gucken, ob wir da eine zufällige Mogu-Zivilisation gefunden haben. Die dachten, Bruder, Krieg ist vorbei, jetzt ficken alle und darum haben die ganz viele Frauen-Mogu erschaffen oder so. Mal gucken, wie es da weitergeht. Auf jeden Fall könnte ich mir eine nice verbündete Volksquest-Reihe durchaus vorstellen, ne. Da ist die erste Anzeige wieder, ja, scheiße gelaufen. Ist leider Sonntag, Woken Hero kann es stecken lassen, ne. Kann es stecken lassen. Tenji, sieben Monate, Dankeschön. Das freut mich sehr. Ja, Quest kannst du nachmachen. Guck mal, auf der... Es ist schon wieder weg, warte, was für eine Quest, ich weiß gar nicht, worum es geht, ne. Auf der Quest-Tafel in der Hauptstadt nach der Quest von Dalaran. Ach so, hat jemand irgendwie geboostet oder so, oder Demon Hunter und komm nicht nach Dalaran oder so. Ja, da kann man auf jeden Fall mal den Abenteuerführer checken, hier ein bisschen durchscrollen, ne, oder diese Anschlagtafel in den Hauptstädten überprüfen. Oder mal in so einen gut gelaunten Hort von Anführern reinfliegen, in die Borg Sturmwind. Ja, und so, da werden auch manchmal verschiedene Events und Quest-Starts dann getriggert. Da muss man ein bisschen suchen. So ein bisschen, bisschen suchen, Herr Achmann. Aber mal im Ernst, die Gute kommt mir unfertig vor. Keine Stimme. Dank mir wurden die von Blizzard als Frauenquote eingebaut, Ehrenmann. als sie sich die Rajani ausgedacht haben. Ja, und ist ja auch durchaus nicht unsinnig, dass wenn da jetzt ein Clan ist, der nicht nur auf Krieg setzt, nicht nur auf Zerstörung, nicht nur auf diese Clan-Kriege, die wir ja auch aus dem Mugushan-Palast sehr, sehr genau kennen. Und dementsprechend ist ja durchaus sinnig, dass sie sich weiterentwickeln, ja. Und dann irgendwann auch bei den Mugu, Wahlrecht für Frauen und sie ist dann da eine Kommandantin oder was auch immer. Ja, also das kann man ja so auf witzig getrimmt auch mit den normalen Geschichtsstrenken irgendwie verbinden. Und da fände ich das durchaus nicht unsinnig, auch was du erzählst, dass wir da jetzt vielleicht auch mehr weibliche Mugu bekommen. Einzige Problem, was ich dabei sehe, wir sind halt am Ende des Add-ons, deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass da leider nicht mehr allzu viel zu kommt. Aber ja, das könnte der Anfang vom Ende sein, was die Verbündeten Völker in dieser Hinsicht angeht. Haben wir ja damals nicht anders gemacht, als wir uns die Vulpera, die Mechagnome und so angesehen haben. Haben die unterschiedliche Geschlechter, haben die verschiedene Animationen, haben die ein mögliches Rassenreittier, haben die einen Fraktionsbanner, ja, wie könnte man die in dieses System einarbeiten. Und vieles davon haben wir durchaus auch bei den Rajani, vielleicht sogar das erste mögliche verbündete Volk. Damit Übergang doch noch als super Überraschung im Pre-Patch von Shadowlands oder so. Ja, das dann auch neutral ist, was dann auch bei beiden Fraktionen irgendwie mitmacht. Insofern, mal gucken, mal gucken, mal gucken, aber leider im selben Atemzug scheidet da irgendwie was aus. Das soll mit denen weiter voranschreiten. Vielleicht sogar so eine Questreihe bekommen, wo wir mal was über die Mugu-Frauen, über deren allgemeine Kultur, die Zivilisation lernen, weil die kennen wir ja nur als kriegerisches und vor allem männliches Volk. Wäre natürlich auch ein interessanter Aspekt, aber... Naja, ich sehe das nicht so kommen, leider, ne. Ich sehe das leider, leider nicht so kommen. Nie wieder Alkohol, Gnolle, Hallöchen, wir reden hier über Mugu-Frauen. Was sagst du dazu? Mugu-Sex, finde ich gut. Die Anschlagbretter zeigen auch nur das Menü vom Abenteuerführer an. Na, seht ihr, da hätten wir es wieder, oder? Wer da oder da lieber klickt, der kann das natürlich gerne tun und sich aussuchen. Voll schön. Abgesehen davon hatte ich mich schon länger gefragt, wie sich die Titankonstrukte fortpflanzen. Bei den Zwergen waren die Frauen ja auch einfach da. Ja, es ist einfach passiert, ne. Das ist jetzt eine gute Frage, ob Blizzard über solche Fragen nachdenkt oder ob wir nur als kranke Hunde wieder am Sonntag über solche Sachen nachdenken. Ob die da ihre Maschinen dann benutzt haben und gesagt haben, hm, irgendwie die Völker, die wir versklaven, die haben auch andere Geschlechter. So, das wollen wir auch. Wir wollen ja nicht irgendwie weniger haben als die oder schlechter sein als die. Keine Ahnung. Das ist eine sehr gute Frage, der, glaube ich, folgenden nicht so nachgegangen werden wird. Das Ende ist unvermeidbar. Hat mir ein Sors heute geflüstert. Und dann wurde er undeutlich und hat nur noch genuscht. Er ist auch wieder besoffen, ne. Gnolle ist ein Sors, confirm. Ich raste aus. Moku Sex, ich wiederhole, nie wieder Alkohol. Ja, manchmal werden einem die Schrecken dann erst bewusst. Das ist so. Das ist so. Vor Orgrimam ist einer auf dem Wolf. Der gibt einem die Chance, zum neuen Dalaran zu kommen. Das ist der, der damals auch die Startquests gegeben hat, eben für die verhärte Küste, ne. Wo Vol'jin und Varian dann ihr Ende gefunden haben. Da kann man das skippen. Das könnte auch so ein Punkt sein, der interessant ist. Nicht sein könnte, sondern ist. Mit neuen Völkern könnte Blizzard, finde ich, gut die Content-Lücken füllen. Ja, durchaus. Aber ob die das so sehen, ist immer höchst fraglich. Und gerade jetzt so als Überbrückung, wo sie gesagt haben, es kommt eigentlich nichts mehr. Insofern, mal sehen, wie sie uns mit schönen Basteleien erfreuen. Oder eben auch nicht. An Moku-Frauen glaube ich erst, wenn die ersten Küchenmodelle der Moku-Gedata meint werden. Boah. Ich habe gerade versucht, so ein bisschen die Schubkarre aus der Scheiße zu ziehen. Und dann kommt ein Agran und denkt sich, Bruder, lass es drin. Lass einfach drin, ist kein Problem. Ich habe eine kuriose Münze bekommen, das ist mega geil. Freunde, ich sage ja übrigens immer in den alten Legion Raids, oder allgemein in Legion Raids, wenn wir da unterwegs sind, wenn ihr keinen Loot bekommt, denkt dran, ihr bekommt erweckende Essenzen. Das ist die Währung, die irgendwo hier in euren Abzeichen sein sollte. Da könnt ihr, ihr seht das hier von All the Things bei mir angezeigt, könnt ihr in Legion Dalaran Legendary Items kaufen. Die sind nicht nur geil in Sachen T-Morg, die sind auch interessant, wenn mal wieder Zeitwanderungs-Event ist. Ihr wisst, sie skalieren auch rückwirkend, heißt, wenn nächstes Mal irgendwie Burning Crusade, Vodka, Zeitwanderung ist, dann könnt ihr diese Legendary Items in diesen Dungeons benutzen und die Bonis sind wieder aktiv. Also gönnt euch auf jeden Fall von euren erweckenden Essenzen in Dalaran regelmäßig mal einen Abstecher zu diesem Legendary Händler. Und hin und wieder bekommt ihr auch kuriose Münzen, die ich gerade bei mir nicht finde. Hier sind sie, kuriose Münzen, die droppen immer mal. So als Legendary Drop Ersatz haben wir das immer genannt, als Legion Aktiver. Und auch da gibt es einen Händler in Legion Dalaran, der ich meine Spielzeug und auch einen Mount verkaufe, nämlich so eine Kriegsschildkröte. Also wer regelmäßig in den Loot Runs mitkommt oder generell in Legion unterwegs ist und immer nicht so das Drop Lack hat oder generell viel am Start ist, vergesst auf jeden Fall nicht, dass ihr auch mit den Ressourcen, die ihr freischaltet, viele, viele tolle Sachen wie Legendaries, T-Morgs, Twink Equip, beziehungsweise eben auch Reittiere freischalten könnt. Checkt Dalaran, checkt eure Münzen und den Loot. Gender Beauftragter der Mogu. Ja, in diese Ecke wollte ich nicht gleich expandieren, aber wie es so ist, wie es so ist. Wenn du Mogu, Verbündete der Horde oder Allianz werden lässt, dann werden die Pandaren was dagegen haben. Oder immerhin haben sie seit langem unter ihnen gelitten. Ja, aber das ist ja ein neuer Clan. Das ist ja so, jetzt nicht jeder miese Mogu, das ist ja irgendwie ein neuer Clan. Da müsste man nochmal gucken, was haben die bisher so gemacht. Ja, auch unter Raden und mit Raden und als er weg war, wo haben die mitgemacht. Aber wenn selbst Lehrensucher Cho, als er einer unserer Super-Ober-Pandas sagt, ist eine coole Sache, und Taran Su und seine Shadow-Pan im gleichen Atemzug uns Dailies geben, wie auch die Kollegen der Rajani, also die alle irgendwie zusammen funktionieren, dann glaube ich, dann ist es durchaus hinzubekommen, dass auch der Rest der Panda halt sagt, ja, ist schon nice und zum Gleichgewicht und zum Ski und zu unserer großen wandernden Insel gehört es ja auch, dass man verzeiht und neue Chancen sieht und whatever. Wieso ist Mogu als zweite neutrale Rasse? Wäre eine coole Idee. Sehe ich aber momentan irgendwie überhaupt nicht. Sehe ich so zu 1% oder so noch kommen. Aber 1%, Freunde, ist 1%. Für die Münzen kann man, wenn man 150 hat, einen Mauen kaufen. Siehste, da hat man doch bestimmt langsam mal zusammen, wenn man die immer mitpimmelt bei uns. Sollte man nicht vergessen. Sollte man nicht vergessen. Legendäre Händler, Essenzen, what? Gnolle, komplett besoffen. Geiler Typ einfach. Geiler Typ. Ich weiß noch, damals, als Gnolle nüchtern war, da kam er immer rein, hat seine Weisheiten mit uns geteilt. Er hat irgendwie sowas gesagt wie, Freunde, über Gewicht redet man nicht, über Gewicht hat man. Ja, solche Geschichten. Und heute ist er nur noch besoffen und erinnert sich nicht mal mehr an die Essenzen. Freunde, es ist alles verrückt geworden. Gut, dass du mich dabei hast. Wenigstens einer, der etwas ernsthaft ist. Oh, neues T-Mock ist fertig. Da haben wir ihn. Sehr gut, finde ich klasse. Nersul, Grüße. Checkt euer Leben, auch das. Kommt doch mal auf euer Leben, klar, Freunde. Mount kostet 150 kuriose Münzen. Spielzeug, glaube ich, 50 oder 100. Der Händler ändert täglich sein Angebot, also die angebotenen Waren. Und er hat nicht jeden Tag alles. Absolut. Also ein Auge drauf haben. Ja, und wer da regelmäßig so ein Kram bekommt, sollte nicht vergessen, auch dafür schöne, schöne Sachen und viele bunte Smarties zu kaufen. Ich hätte gern die Kyrianer aus den Shadowlands als Allied Racer. Da habe ich sehr, sehr viele Kollegen, die ich auch gerne spielen würde. Ja, ich weiß nicht, ob die überhaupt die Schattenlande verlassen können. Das werden wir dann rausfinden müssen. Und wir wissen, wenn Blizzard Bock auf was hat und die Spieler Bock auf was haben und das trifft sich irgendwo sehr genau, dann kriegen die das schon hin. Und irgendwie brechen die das dann übers Knie, dass das trotzdem funktioniert. Wissen wir ja auch. Wenn für Prüfung was frei ist, bitte dann nochmal die Gruppe aufmachen. Auf jeden Fall. Also wenn was frei wird, dann machen wir vor den Raids auch immer kurz nochmal die Gruppe auf. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Wie, wenn wir mal wieder kurz aufhören und als Ali und Horde auf die Mappe hauen, um dann den nächsten größeren Feind umzukloppen. Ja, sei es nur irgendwie für einen Monat oder für einen Patch. Sei es nur für diese Zeit. Ganz, ganz traurig. Ich will morgen frei haben, Crate. Ja, nochmal, mit Inbrunst nochmal rausgeschrien in die Welt. Na klar. Hab morgen Mathe-Test und kann gar nichts. Ja, das sind ja jetzt auch zwei unabhängige Infos einfach. Ich hab morgen Mathe-Test, Satz Ende. Und ich kann gar nichts. Das ist ja, ich sag mal, da kann man ja auch stolz drauf sein, dass man das so äußern kann. Dass man da das Selbstbewusstsein hat, damit auch voranzuschreiten. Das ist doch schon mal ein richtiger Schritt in die auch richtige Richtung, Crate. Dann kann das auch weitergehen. Es muss einfach ausfallen, die Hoffnung. Ja, da sehe ich mich genau in dieser Situation, ja, als das bei uns das eine Jahr auch war mit dem Orkan. Hey, Craft, kurze Lore-Frage. Früher hieß es doch, dass für den Lichtking die Klinge Frostkram und die Rüstung von den Dämonen geschmiedet wurde. Von den Schreckenslords, absolut richtig. Zählt ingame nur der Helm zur Rüstung. Eigentlich nicht, aber die Krone der Dominanz, so heißt das Ding. Habe ich auf YouTube auch kurz nach den Shadowlands-Blizzcon-Infos zwei sehr, ähm, naja, genaue Videos zugemacht. Sehr nah an den Büchern und so weiter sind wir ein paar Fragen auf den Grund gegangen. Wer Fragen dazu hat, gerne mal in die Lore-Playlist schauen, gerne die Videos checken, die wir gerade im Rahmen der Blizzcon dann zu diesen Themen gemacht haben. Und die Krone der Dominanz ist nochmal ein Stückchen krasser als der Rest der Rüstung. Ne, die ist schon heftig. Wenn du da reinhaust mit einem Messer und haust so eine Kerbe rein, dann zieht sich das sofort wieder zusammen und regeneriert sich und so. Aber, ähm, die Krone ist nochmal so ein extra Special-Ding. Gibt's da noch irgendwas? Ne, unseres Wissens nach gehören die Sachen schon zusammen und wurden auch entsprechend gefertigt. Ich weiß nicht, ob Bolvar die Rüstung von Arthas noch irgendwo rumliegen hat. Ja, wir wissen ja auch nicht genau, wo Arthas rumliegt. Irgendwie gibt's immer wieder die Theorien, er liegt in Sturmwind rum, auf diesem großen Gemeinschaftsfriedhof, da ist ein leerer Grabstein, das muss Arthas sein. Dann hatten wir diese witzige Quest mit dem Postgelöt, ne, in Legion. Und da sind wir dann für Johnny Imbar unterwegs und da liegt Arthas Leichnam aber immer noch oben auf der Eiskrone rum, haben sie einfach liegen lassen. Die Ameisen werden ihn schon auffressen. Also vieles auch ein bisschen, ähm, ein bisschen ungelöst, sag ich mal, oder einfach ad acta gelegt, weil nicht so interessant und ist ja auch scheißegal, wo der Körper von Arthas ist, ja. Dem wird so schnell keiner wiederholen wollen. Was wollen sie auch mit dem? Da ist ein Shadowlands als Geist deutlich interessanter. Aber was völlig richtig ist, ungeachtet jeglicher Unsicherheit und Spekulation ist, dass die Schreckenslords in den Schatten landen und das werden wir ja auch finden, diesen Ort. Sowohl die Krone der Dominanz als auch die Rüstung als eben auch Frostgram entsprechend geschmiedet haben. Ja, das ist absolut korrekt. Ich will auch morgen frei haben, allerdings nicht wegen Sturm, sondern weil mir Übles schwant. Mein adipöser Stoffwechsel ist ja so langsam, dass der richtige Kater erst 24 Stunden nach dem Ende des Saufens beginnt. Heute Nacht um 3 Uhr. Geil, Gnoll. Aber wenn du dich schon mal darauf einstellen kannst, dann hast du ja schon die halbe Miete. Ist ja auch was Schönes. Sahades, das ist ebenfalls schön. Sieben Monate, Dankeschön. Ganze sieben Monate verfolge ich diesen Craft und seine Craftler. PS, was denkst du, wann denkst du, wird Shadows Rising erscheinen? Ich glaube, das wurde schon gesagt, oder? Juli? Also das müsste mit überall stehen eigentlich. Das wurde mit geleakt, gedatamined, confirmed, bestätigt, rausgehauen. Keine Ahnung. Also für das Buch haben wir in ungefähr Monaten ein ungefähres Release-Datum. Aber frag mich nicht. Ja, Juli war richtig sehr gut. Habe ich, ne? Chance war 1 zu 12. Habe ich gut gerettet. Ganz kurz was anderes. Tu mir nachher beim T-Morg einen Gefallen. Stell mal mit jemandem eine Duell-Flagge und dein... Warte, dein was? Dein, dein, dein. Äh... Wo ist der Dreadmaster jeden, Alter? Wo ist... Er ist verschwunden. Er ist ein Zauberer. Achso, und dein Duellant soll mal die Waffe ablegen und dich zum Angriff anklicken. Wir wissen, ob seine Kampfhaltung bei dir angezeigt wird. Wurde damals bei meinem Jäger nicht... Tu mir gefallen. Stell mal mit jemandem eine Duell-Flagge. Duellant soll dich mit abgelegter Waffe angreifen. Aber das können wir doch auch so nachstellen, oder? Können wir gleich, bevor wir Xavius gleich pullen, Freunde, kann mal einer unserer Millis... Das geht ja auch, oder? Seine Waffe ausziehen und mal gucken, ob das funktioniert. Weil Duell kriegen wir, glaube ich, in den Instanzen, in den Raids auch bloß nicht hin. Da kann man, glaube ich, nicht duellieren. Aber das können wir ja dann trotzdem so einmal sehen, oder? Ob das funktioniert, wenn die Waffe abgelegt ist. Ich meine, ich jetzt vielleicht nicht bin kein Millie, aber das kriegt... Oh, warte, hier. Na ja, gucke. Shara hat das gerade mal gemacht. Meinst du das? So. Hat auf jeden Fall eine Ready-Fight-Animation, ne? Das scheint ganz gut zu funktionieren. Jetzt wurde gleich gepultert, keiner Waffe an. Geht um mein Thema. Ach so, es geht um dein Thema. Ich dachte, du wolltest gucken, ob es irgendeinen Grafik-Bug allgemein gibt. Dankeschön an alle, die ja gerade ihre Waffen ausgezogen haben. Ach so, ja, dann können wir das natürlich probieren. Kann nur sein, dass ich das bis dahin vergesse. Du weißt. Audianerin, Hallöchen. Klar, ich stelle mich darauf ein, genieße meine letzten Stunden und werde einfach morgen meinen Rucksack von innen mit Frischhaltefolie auskleiden. Dann bin ich für den Notfall gerüstet. Ja, falls nämlich ein Döner All-You-Can-Eat-Buffet aufmacht auf dem Weg, ja, dann kannst du da nämlich deinen Rucksack mit befüllen. Das ist eine großartige Idee. Sehr, sehr gute Sache. Hex, Hallöchen. Grüße. Ich meine, wenn er dich antickt. Ja, ich habe schon verstanden, was du grundsätzlich willst. Ich habe nur überlegt, wie wir das mit dem Duell verlagert bekommen, weil da müssen wir ja irgendwo außerhalb sein und dann müssen wir in einer Location sein, wo ein Duell geht und dann müssen wir das quasi so machen. Von daher, ja, war das jetzt nur mein Plan, das zu umgehen, weil ich nicht genau wusste, was du jetzt genau sehen möchtest. Aber in Bezug auf das T-Mock macht das dann natürlich Sinn. So, geil, oder? Situation einfach geklärt, a la was ist da los? Was da los? Jetzt will ich Döner mit extra Soße, ja, das ist mein Leben in einem Satz eigentlich. Döner könnte ich immer essen, selbst als wir Döner bestellt hatten, als Shairoon hier war und wir schön Döner-Teller genascht hatten, aber schön mit Pommes, Junge, schön Knobi und Junge, war geil. So, ihr habt den Teller zugemacht, ne? Also diese Pappverpackung, wie man es kennt und ja, dann hatte ich Bock auf den Döner, also dieses Gefühl eben. Schade, schade, sehr, sehr schade. Schmier mir heute Abend die Lippenbutter meiner Freundin aufs Brot. Ja, Sirius nascht gerne Lippenstifte, das haben wir vor kurzem rausgefunden, ist ein geheimes Laster seinerseits, also da wir regelmäßig drüber reden, jetzt nicht mehr ganz so geheim, aber ja, er lernt damit zu leben und ja, er gönnt sich da reichlich. Hier mal ein bisschen Erdbeere, hier mal irgendwie ein bisschen, gibt es auch Lippenstifte mit Schokoladegeschmack, bestimmt, oder? Es gibt mittlerweile Kerzen, die irgendwie riechen, wie die Leute, die sie produzieren, Alter, an verschiedenen Körperstellen, da gibt es schon auch Lippenstifte mit Schokolade. Von daher, ja, gibt auch schlimmeres Essen, klar. Ja, ich liebe Döner und gutes Fleisch, doch versuche umzusteigen auf vegetarisch wegen der ganzen Massentierhaltung, EDC. Sehr nobel, esse jetzt vegetarisch, wünsch mir Glück, ich drücke dir die Daumen. Ich drücke dir die Daumen, dass du das durchziehen kannst und dass du auch, naja, genug Sachen findest, die dir schmecken, ja, auf diesem Weg. Geil, dieses Gerücht werde ich nicht mehr losen. Na ja, Sirius, das Problem ist, es ist kein Gerücht, ne? Das ist, das ist das Problem, aber Kerzen, die nach Leberwurst riechen, ja. Diese Geschichten, auf jeden Fall. Meinst du die Vagina-Kerze von Gwyneth Petrow? Ja, absolut, absolut, absolut und war irgendwie überall, ne? Ich glaube, sogar auf Facebook hat irgendwer was dazu geteilt und du weißt, wenn Vagina-Kerzen auf Facebook angekommen sind, dann ist unsere Gesellschaft wieder irgendwo ganz falsch abgebogen. So, Freunde, was ist denn hier mit Lederschultern? Was ist denn hier mit Lederschultern? Zeigt mal her. Wir haben, äh, Schultern, na, das sind die Falschen, das haben aber auch noch nicht alle gelootet, ne? Wir haben einen Ulmenzweig. Grüße an Christian Ulmen. Und ansonsten hält sich das sehr in Grenzen mit dem Loot, hör mal. Das war, das war, es ist safe, der mitbeschissenste Xavius-Loot, den wir je hatten. Nice. Schön, Freunde. Schön, da wurde wieder nicht mit Liebe gelootet, ich merke das schon. Wir machen mit Prüfung weiter. Wer Prüfung mitkommen möchte, bleibt in der Gruppe. Ansonsten könnt ihr gerne Platz machen, dann füllen wir auf. Vielen Dank fürs Mitkommen bis dato. Mettbrötchen mit Zwiebeln? Ja, na klar, natürlich. Aber wenn wir über Döner reden, dann ist das auch, äh, ist das so eine ganz andere Geschichte normal. Die andere Seite der Medaille, wenn man es so sagen möchte. Was für eine Kerze? Naja, äh, die eine, äh, Dame, die gerade angesprochen wurde, die hat halt eine Kerze rausgebracht, die wie ihre Vagina duftet. Hey, Vagina-Lell. Und, ja, die war halt binnen Sekunden gefühlt dann irgendwie ausverkauft, ne, und so weiter. Da hat der Onkel auch ein bisschen im Podcast drüber gesprochen, wollte sich auch eine bestellen, wurde aber leider auch nicht in die EU geliefert, und so weiter. Und, äh, ja, so, die kostet halt 70 Dollar oder so, ne, irgendwas zwischen 70 und 100 Dollar, keine Ahnung. Die ist halt komplett krank, Mann, was ist eigentlich los? Soll nicht scheiße. Der, der dir folgt, Hallöchen. Grüße, also ist kein Gag. Ihr konntet für wirklich teuer Geld, konntet ihr eine Kerze bestellen, die wie der Unterleib von dieser Dame riechen soll. Toll, oder? Geil, Junge. So, da weiß man wieder, wofür man arbeiten geht. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Könnt ihr bitte aufhören, über Döner zu reden? Ja, wir versuchen ja gerade schon über Geschlechtskerzen zu reden, Rocktu, reicht das nicht? Will nicht schon wieder Geld ausgeben, um Essen zu bestellen? Aber es muss passieren, Rocktu, du weißt, es ist eine sehr ehrbare Art und Weise, Geld auszugeben. Ganz klare Geschichte. Lumpi, Moinsinn, Hallöchen. Ich habe neulich mal die veganen Mühlenschnitzel probiert. Von der Konsistenz okay, aber nur Panade war nicht so ganz mein Fall. Da wäre es ganz schön, wenn es sie auch ohne Panade zu kaufen gäbe, damit man die selber machen kann. Ja, das ist so eine Anregung, die suchen ja auch nach Anregungen, Arteros, ne. Also, da freuen sich die Firmen auch, wenn du denen solches Feedback gibst, könnte ich mir vorstellen. Was sagst du zum World First Race? War ein großartig spaßiges Event. Das hat super viel Spaß gemacht, egal wo ich zugesehen habe. Auch Props an unsere deutschen Caster, ja, auch was Aversion, was Nex und Kimu da aufgebaut haben. Mega viel Spaß gemacht, super Event, ja. Und gerne wieder, das ist so mein Fazit auf jeden Fall. Gerne wieder, gerne auch mit cooleren Bossen. Oh, oh, oh. Oh, hat er nicht gesagt, ne. Hat er nicht gesagt. Hat die ihm in das Kerzenwachs gepisst? Ne, also die Story war, glaube ich, die Story war, glaube ich, dass sie während dieser Kerzenproduktion halt dabei war. Und als sie diesen synthetisch generierten, hergestellten Kerzenduft gerochen hat, hat sie wohl gesagt, oh, das riecht ja wie meine Vagina. So, und dann kam sie auf die glorreiche Idee, das auch so zu verkaufen. Ähm, ja, keine Ahnung, zu so einer Entwicklung gehören halt immer zwei Gruppen dazu, ne. Die, die es anbieten und die, die es kaufen, also. Ach, ne. 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 Nein, ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ach man, Evergreen hat es auch nochmal geschrieben, ne. Die Kerze wurde nicht, die Kerze wurde nicht nach ihrem Vaginalduftdesign, sie sagte zu einer Duftkerze, diese rieche wie ihre Vagina. Das wurde dann als Werbespruch genutzt, ja. Ach, ich, ich freue mich aber, dass viele von euch das gar nicht kannten und dachten, das ist ein Joke. Ne, das freut mich sehr, das gibt mir immer so ein bisschen Hoffnung, dass wir nicht ganz verloren sind, dass das nicht so weite Kreise zieht, dass es jeder mitbekommt. Aber ja, das ist tatsächlich passiert. Das ist tatsächlich passiert vorne. Gruppe Lohl, gleich offen für Prüfung der Tapferkeit, fühlt euch gerne, gerne frei. Frage vom Casual-WOW-Spieler in die Runde. Nach wie vielen Runs habt ihr so an Lars Asche bekommen? Boah, ich glaube schon 100 rum. Lese immer, lese immer viel von Extremen, hunderte Runs, aber auch viele First Trice, das ist halt superlack, ja. Es ist megalack, da wird auch jeder gefühlt eine andere Zahl haben, letztendlich. Weiß nicht, was davon glaubhaft ist und wollte einfach mal in die Runde fragen für Reale zahlen. Ne, die Droprate von Lars Asche ist genauso low wie von jedem anderen Mistmount dieser Kategorie. Und es ist halt einfach Glück und die Trice erhöhen sich auch nicht. Sirius schreibt gerade, er ist bei Try 657, der nächste schreibt 12, ja, 497. Also, es ist einfach lack, wenn du Glück hast, gehst du rein, ziehst du den First Try. Ja, wenn du Pech hast, dann kotzt dich dieser eine Prozent bis zum Maximum aus und dann beim tausendsten Try oder so hast du es. Oder 1500, whatever. Ne, es ist wirklich einfach Glück, von daher, ähm, ja, wirst du da, glaube ich, auch keine Statistik finden, die dir irgendwie, in welcher Form auch immer, Befriedigungen verschaffen kann, ja. Es ist letztendlich wirklich einfach Glück. So, jetzt seid bestimmt auch einige Wunden aufgerissen bei so manch einem, aber das ist ganz gut. Dann kommt ihr nicht in die Versuchung, die Kerze zu bestellen, liebe Leute. Könnt ihr, wie gesagt, auch gar nicht. So viel dazu. Und wir füllen erstmal die Gruppe auf und machen dann weiter. So, wir haben noch drei Plätze hier und wir haben noch zwei Plätze da, dann sind wir voll. Wie immer, bitte daran denken, nur zu pullen, wenn wirklich alle da sind und bitte auch schön mit Porten. Unsere Hexer sind bestimmt schon da, können wir gleich mal rein. Finde ich nice. Argus Mount hatte ich auch im First Try, sogar im Craft Stream, ne, wie es so ist. Also es ist reines, reines Lack, was man natürlich ausreizen kann, wenn man mit mehreren Chars reingeht. Ja, dann maximiert man natürlich die Chance, aber auch jeder dieser Chars hat diese einprozentige Dropchance. Und die bleibt eben auch so. Fake also, dann schicke ich die Kerze zurück. Genau so, Baron 900 Trice, ne, fucking Stratholm. Uuuuh, belassen, 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 belassen. Ich hatte zu Classic das Baron Mount bekommen, war einer von dreien, die das Viecher auf unserem Server hatten. Good times, ne, good old times. Heavy. Ich bin damals mit einer Gruppe rein und habe es errollt, habe mit wem anders die gleiche Würfelhöhe gewürfelt, was zu spät gemerkt wurde. Bis heute waren da einige nachtragen. Das glaube ich sehr, sehr gerne. Das glaube ich sehr, sehr gerne, dass das so ein Schlag in die Magengegend ist, ja, dass das auch eine ganze Weile dann auch anhält. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Auf jeden Fall. Was ich noch sagen wollte, ich war so drunk, dass ich aus Versehen den SOS-Knopf in der Bahn gedrückt habe. Das war eine schöne Unterhaltung. Ja, das ist immer schwierig, ne, wenn man auf seinen eigenen Suf nicht mehr so klarkommt. Das ist halt wirklich keine löbliche Situation dann. Dann kann man nur noch Schadensbegrenzung betreiben und, ja, dann passiert leider auch eine Menge Scheiße. Schade, schade. Ich hatte den G-Mod First Try im LFR, dort in Nordic. Dann müssen wir dich leider hier jetzt bannen für so eine Ansage. Lol, ich wollte erst SW Five Chasten, also alle Kisten machen, alle Viertel. Habe jetzt stattdessen einfach mit der Maske die zweite Maske geholt. Man muss ja basically nur mit einer Maske aktiv die Tier 3 Gebiete machen, also Altstadt und Magierviertel in SW und Teil der Ehre bzw. Teil der Weißheit in OG. Und habe jetzt einfach Altstadt gemacht, weil die easy ist im Vergleich zum fucking Magierviertel. Aber, ja, ihr habt die zweite Maske. Firefrog, passend zum Karneval, ne. Einfach gegönnt hier, die Tactics in den Visionen. Geht's ja, die geht raus. Ich hatte Voidys Mama im First Try, aber Sirius, das ist nichts Besonderes. Sie hat 100% bei uns allen getroppt. Leon, Hallöchen. Hallöchen, lol. Freunde, ja, wir porten ran, ihr kennt das bei Odin. Wir teilen uns ein bisschen auf, Gruppe 1 und 2 auf die linke Seite. Gruppe 3 und 4 bitte auf die rechte Seite, das war jetzt die Maske vermutlich, ne. Die Beschreibung, Schmerz gewährt Einsicht. Ja, das kennen auch viele, wenn früher Onkel Roy besoffen irgendwie ins Zimmer gestolpert kam, ne. Das kennen einige auch noch, aber wir wollten keine Wunden mehr aufreißen, Freunde. Wir wollten nur Loot holen. Wir wollten nur Loot holen. Gruppe 1 und 2 links. Gruppe 3 und 4 rechts. Und dann, wenn alle da sind, ziehen wir die ein bisschen auseinander und pullen einmal rein, Junge. Schön rein pullern. Finde ich super. Finde ich wirklich super. Drachen des Südwinds First Try. Na, Release, aller Gegönner. Du hast einen 104er eingeladen. Und... Echt? Nice, auf jeden Fall. Ja, das könnte schwierig werden, ne. Das könnte dann in der Tat schwierig werden, Freunde. Ihr wisst, ihr könnt gerne bei den älteren Raids auch mitkommen, ungeachtet eures Gearscores. Aber ihr müsst natürlich dann auch ein Level haben, mit dem ihr die Raids betreten könnt. Mit Level 10 könnt ihr dann trotzdem nicht Legion Raids und so weiter mitgeben. Nur nochmal so an dieser Stelle. Wir machen mal Ready Check. Wir gucken mal, wie das gerade aussieht. Und wir sind sehr gespannt auf die allgemeine Verteidigung. Und dann machen wir nochmal aufschnell, würde ich sagen. Oder hoppala, das wollte ich gar nicht. Dann können wir den Platz ja nochmal neu besetzen. Das ist vielleicht das neue ID haben, ne. Sonst haben wir immer mal Leute, die schon ID haben und das dann erst merken, wenn schon drei Bosse da sind und dann rausgehen. Und das neue ID haben ist jetzt nicht hoch genug im Level zu sein, um überhaupt reinzukommen, Freunde. Das ist so, ne, dieses zu schnell dabei gewesen. Dieses zu schnell dabei gewesen, das ist dann auch irgendwann nicht mehr gesund. Aber passiert, passiert, passiert. Gut, unser Decay wird noch rangeportet und dann geht das los. Woidys Mutti war dieses beharte Mammut aus Archivons Kammer. Absolut, genau. Das große schwarze Kriegsmammut. Wir können froh sein, dass keine Kerze nach Dreams Mom riecht. Dafür könnte man schon mal beten, oder? Ich bin eigentlich nicht der Mensch, der betet, aber dafür könnte man es eigentlich mal machen. Mahagumea, elf Monate. Huhu, Dankeschön. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Alburia, grüße dich. Hi. Was habe ich letztens gelesen? Ich weiß gar nicht, ob das alt ist, aber ihr musste schnaufen. Kennt ihr das, wenn ihr gar nicht so lacht? Sondern man muss herzhaft schnaufen über so ein schönes Meme oder irgendeinen Beitrag, irgendein Video, ja. Und das war auch so eine Chat-Konversation. Und da wurde jemand halt als miese, unfähige, Unfrau, Alter. Als miese, unfähige Jungfrau beschimpft. Und er hat dann nur gesagt, das ist schwarzehnerziehend nicht so ein Scheiß. Frag mal deine Schwester. Und da meinte dann der andere wieder, ja, ich habe aber keine Schwester. Und da meinte er dann nur, ja, musst neun Monate warten, ne. Das fand ich auch richtig schön verpackt, Alter. Das war, das war Mutterdissen. Aber stabil. Wisst ihr, wie ich meine? Das, das war, das ist Kunst. Das ist richtig nice. Da freue ich mich auch immer, wenn mal wer anbeißt. Auch so bei den ganzen alten Sachen, ne. Letztens auch mit Rocktool. Irgendwie hat er auch nicht sofort erkannt. Und hat irgendwas erzählt. Und ich, ich meinte dann auch, ja, Rocktool, wo ist jetzt der Bus? Und er meinte dann auch, hä, welcher Bus? Und ich meine dann auch mit den Leuten, die das interessiert, ja. Es ist geil, wenn so diese alten Sachen funktionieren, ja. Ich finde das super immer. Und ich freue mich auch immer, wenn ich irgendwo was sehe. Ist mir dann auch scheißegal, ob das fake ist oder nicht. Ich finde das immer super, wenn es potenziell nur irgendwo funktionieren kann. Und da ist ja toll, dass langsam die ganzen jüngeren Generationen auch ans Internet herangetragen werden. Ja, und die kann man alle wieder verarschen. Von drück alt F4 bis hin zu deine Mutter und wo ist der Bus? Ja, finde ich super. Das ist so ein bisschen das Geile, ja, wenn man nur Kiddies in der Gruppe hat. Oder so. Das Aha ist auch wieder on point. Da geht fast gar nichts. Ja, Lumpi, das hast du gestern ja auch leer gekauft. Hör mal. Kein Wunder, dass die erstmal Atempause brauchen. Ach Mann. Ach Mann, ach Mann. Ganz traurig. Gordak auch da. Don Schobe. Hallöchen. Anduin liebt mich nicht mehr. Wieso das denn? Hast du ihn erschlagen mit den ganzen Armreifen? Oder wie haben wir uns das vorzustellen? Das ist ja wirklich auch nicht schön. Da mag dich Anduin nicht mehr. Er liebt dich so gar nicht mehr. Das ist belastend. Weil er hat ihm so viele Armreife geschenkt, dass er eine Blume draus gebastelt hat. Und dann auch so, ne, ich lieb sie, ich lieb sie nicht und so. Schön hier am Gänseblümchen aus Armreifen. Tolle Geschichte auf jeden Fall. Ganz, ganz tolle Geschichte. Ich habe heute auch noch gar nichts gemacht, ne. Ich habe heute wirklich nur Sagen eingesprochen. Sagen eingesprochen und ein Plus-Kommentary fertig gemacht. Ihr müsst noch Dailies machen nachher. Und wehe, die Zonen lenken. Wehe. Okay, ich hoffe, Freunde, ihr habt alle die Dailies schon fertig. Und ich kann dann schön ganz alleine, als einziger Spieler, kann ich im Tal und in Uldum ganz aufentspannt meine Dailies fertig machen, Junge. Ich hoffe ja, weil diese leckende Scheiße, oder die will man doch nicht. Die wünscht man doch keinem. Wenn du im Restsuff einfach nur deinen Vulpererjäger durch ein paar Low-Inis prügeln willst und dann einen Tank hast, der in Gnomeregan einfach die halbe Ini zusammen pullt und wenn man dann zweimal wiped und sich die anderen Beschwerden ankommt mit ja, der Scheiß-Hunter pullt mit seinem Pad. Also fairerweise kann das super schnell passieren, auch als erfahrenster Spieler der Welt, wenn man in Gnomeregan am Anfang einfach runterspringt. Dann rennt das Pad nämlich drumherum und pullt alle Trocks von außen dazu, ne. Also das kann schon passieren, das passiert auch gar nicht so unoft, aber ja, wenn er es halt war, dann ist er halt total bescheuert mal wieder. Total bescheuert, wirklich. Zonen ging so. Ja, ging so. Ist mir nicht gut genug, Atheros. Da bin ich eine verwöhnte Mutti, ja, und möchte gern wirklich meine leckfreien Zonen haben. Ich weiß, das ist völlig wahnsinnig. Vorher, wo er noch im Mantel vom Thron stand und jetzt in Rüssi da sitzt, hat er sich immer so süß verbeugt und sich bedankt, jetzt nicht mehr, ja, irgendwann ist ausgereizt Crackbite, irgendwann ist seine Anduin-Bedankungs-Stempelkarte auch voll, ja, und selbst wenn sie dann an der Tankstelle noch sagen, sammeln sie Punkte, dann brauchst du mit der Karte auch nicht mehr ankommen. Irgendwann ist fertig. Irgendwann ist fertig. Gerade in Voldun, einer sagt das Alpaka an, ich reite hin, mir fehlt das Futter und der Typ tradet mir das, boah, Lazy Orc. Spielst du Classic oder was? Ja, das ist geil. Das haben wir jetzt schon leider nicht mehr ganz so krass, aber am Anfang in den ersten Wochen von 8.3, ja, wie da wieder zusammengearbeitet wurde, wie man sich Tipps gegeben hat, wie man sich geholfen hat und so, das, das war schon Boss, oder? Das war schon wirklich Boss und das zeigt ja immer wieder, es geht auch, nur irgendwann, wie mit Crackbites Stempelkarte, hat halt keiner mehr Bock, ne? Da hat dann einfach keiner mehr Bock, 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 Junge. Super traurige Geschichte. Ja, das weiß ich, deshalb lasse ich das immer frei und das hatte beim ersten Vibe, achso, und hatte das beim ersten Vibe sogar komplett vergessen. Als Hexer, kenne ich die Tragik, ja, wollte ich gerade sagen, als Hexer kämmern sich aus mit den Pets, die noch Mist machen. Aber egal, ich habe endlich einen Aion-Server gefunden, mit der besten Version, die es jemals gab. Und richtig war es los, als ob man nie weg gewesen wäre, ne? Man lockt sich ein, alle drehen sich um, Crackbite aller. So eine Geschichte ist das. Sehr, sehr gute Sache, Freunde. Das war Helia GZ zu euren Sets, zu euren vollständigen T-Mock-Ensemble, beziehungsweise Platte haben wir dabei. Wir haben Leder dabei, das ist doch schön. Wir haben nur Platte und Leder? Ey, echt jetzt? Wow, okay. Ja, du, von mir aus, gönnt euch Mies. Schöne Fullsets. GZ raus, T-Mock, wie immer, am Ende vom Run, von Nachtfestungen und Co. Ampropo Dailies, warum kriegt Blizz das eigentlich nicht geschissen, dass benutzbare Sachen, die Flaggen zum Zerstören oder Ähnliches, für jeden separat sind, das wäre geil, ne? Und sie kriegen es ja bei vielen Sachen hin. Also sie scheinen sich ja bewusst dagegen zu entscheiden, bei manchen Systemen, bei manchen Quests, Weltquests, Dailies und Co. Ganz, ganz traurig auf jeden Fall. Backstein, Hallöchen. Ja, ganz gut, erster Run ist durch. Einwand frei, bin sehr zufrieden bisher. Ne, Juni, Hallöle. Naja gut, Gnolde kennt sich ja auch nicht richtig mit Hexern aus. Egal, ob betrunken oder nüchtern. Oh, das wird er sich noch lange anhören müssen, ne? Das wird er sich noch lange anhören müssen. Oh, oh, oh. Bitte denk an die Duellflagge. Ja, aber meinst du jetzt hier? Können wir hier duellieren? Ne, können wir halt nicht. Können wir halt gar nicht. Oder wie? Dann musst du es mir nochmal erklären, dann war ich doch verwirrt. Ich dachte, du wolltest dann vielleicht außerhalb wieder noch irgendwas zeigen oder machen. Oder doch jetzt hier. Und meinst du doch außerhalb? Dann musst du doch nochmal aufklären. Dann war ich vorhin doch zu Recht verwirrt. Ihr habt es nämlich nicht verstanden. Ach, fuck. Ah, du hast es nicht verstanden. Ja. Geil. Ich habe nicht verkackt. Dreadmaster hat es nicht bedacht. Das ist ja schön. Das freut mich. Monkey, die Ruffy. Hallöchen. Grüße dich, grüße dich. Ich dachte, das ging im Red. Ja, ist ja kein Problem. Man kann ja auch nicht alles wissen. Man kann ja nicht alles wissen. Dann müssen wir hart improvisieren. Improtheater. So. Von der ersten mal gucken wir uns ein bisschen Sets an. Hier muss man eben was trinken. Meine Stimme ist schon wieder überhaupt nicht gut, auf dieses Wetter zu sprechen hier. Wir müssen mal eben kurz ASMR trinken machen. Ah, und dann geht das weiter. Geil. Wann eigentlich endlich Product Placements von Tee-Firmen? Boah, jetzt arbeitet wer von euch für eine Tee-Firma. Ich trinke so viel Tee. Es ist wirklich nur noch zum Abfeiern. Und ich hätte gern Product Placement mit Teekanne oder so. Andere so Energy-Drinkende und ich so Tee, Bruder. Man kennt ihn. Muha haben wir am Start. Schön in Rot. Schön in Rot mit der Sichel von Antoros, mit dem Monkheim natürlich aus MOP, mit Druiden-Sets auch aus MOP, Thronis Donners. Und das Ganze so ein bisschen albtraumhaft rot. Ja. Man kennt es auf jeden Fall. Das ist ein Rot-Blau, was nicht zusammenpasst. Wo siehst du hier Blau? Meinst du jetzt das Set? Also die Schultern wirken ein bisschen lila. Wir wissen, hier unten ist generell mal ein bisschen komisches Licht, weil wir in einer fucking Unterwelt sind. Aber wie es so ist, liebe Leute. Ich finde, es ist eine Kombi, die unter diesem Design-Aspekt des Albtraumhaften, des Roten, was wir von Xavius und Co. kennen, durchaus gut passt. Ich finde aber, dass die Farben sich zu doll abstoßen. Sprich, hier oben diese super dunklen Schultern und dann hier diese sehr erdigen braunen Handschuhe und auch dieses Robenelement hier unten, was stellenweise durch das Licht auch ein bisschen anders wirkt, als es generell ist. Aber das wirkt ein bisschen zu abstoßend einfach. Wisst ihr, was ich meine? Die Schultern haben so viel. Die haben Äste, die haben Stacheln, die haben Totenschädel mit drin, Rot, Animation, dunkles Schwarzfäden. Ja, und die Handschuhe wirken so zu hell einfach, zu wenig schwarz. So, da kann man vielleicht nochmal optimieren. An sich aber sehr cooler Grundgedanke. Auch den Hut finde ich eigentlich ganz cool am Tauren. Dazu die Sichel. Grundsätzlich passt da das Design, grundsätzlich passt da die Farbe. Aber ein bisschen optimieren kann man, glaube ich, gerade im unteren Bereich auf jeden Fall nochmal. Tee ist geil, probier mal heiße Lippe. Die riskiere ich nur. Die heiße Lippe. Lol, Schmelke, Hallöchen. Wir haben Boboi, Schattenwölf. Oh, mit den schönen Spektralsensen hier auch MOP. Oh, und das ist mal wieder ein Set. Ich freue mich, das ja mal zu sehen, ohne sofort kotzen zu müssen. Das müsste Schlacht um Orgrimma sein. Schlacht um Orgrimma vom Schamanen. Dieses Sterndeuter-Set gelönt, mit einem der schlimmsten Helme, die jemals designt worden sind. Als Vulpera interessant gepimpt mit diesem Totenschädelgürtel. Der finde ich ganz gut, doch dazu passt. Gerade mit den Farben. Kein Panda mehr. So fucking sweat. Und super ergänzt mit diesen auch weißen Stern-Kristalllicht-Echsen dazu. Ihr seht die Schultern, die gehen animationstechnisch sogar super weit. Das hier alles, diese Sternenartigen Strukturen, die gehören immer noch zu den Schultern. Das ist dieser Ausstoß von diesen titanischen Konstrukten darin. Megacoole Kombi. Auf jeden Fall skaliert finde ich auch wunderbar am Vulpera und auch mit den Echsen sehr schöne Waffen dazugenommen. Sega Fredo. Hallöle, grüße dich. Wir haben Defunze Uschi von der ZDF-Krittparade. Man kennt sie mit, oh, sehr schön, mit Katterwaffe. Schön hat Schwert, kein Classic-Spieler auch noch. Na, aber hallo. Wir haben ganz viele verschiedene Teile. Helm sieht auch ganz gut aus am Vulpera. Jetzt lügst du. Jetzt, jetzt, jetzt lügst du. Jetzt habe ich dich überführt. Dazu ein bisschen Eiskorn-Ziladelle, goldene Augen, ein bisschen Schwarzfelsgießerei, ein bisschen auch vom Todesritter beziehungsweise Krieger mit reingemischt und geschaut, dass man sowohl dem Paladin ein bisschen treu bleibt, gerade über diese brennenden Licht- und Feuereffekte, aber auch so ein bisschen weiter geht ins Dunkle. Ja, expandiert wurde hier so ein bisschen ins Rote, ins Platten, ähm, naja, Totenschädel besetzt, so sehen wir hier so ein bisschen verzerrt, in den Armschienen beziehungsweise Handschuhen. Also das geht auf jeden Fall schon. Ist vielleicht ein Stück weit zu bunt. Weißt du, was ich meine mit diesen lila Schultern, diesem roten Stoff in der Brust und so weiter, dann ein bisschen mehr Grau in den Handschuhen. Da kann man vielleicht nochmal reduzieren, grundsätzlich aber thematisch mit der Waffe dazu und dem Paladin an sich. Eine nice Kombi-Frage ist jetzt nur, bist du auch Paladin? Ja, Glück gehabt, nicht, dass gleich rauskommend ist Krieger. Von daher, ja, durchaus schöne Kombi, aber auch hier kann man, glaube ich, ein bisschen optimieren. Ja, ich meine Potenzial zu sehen, dass man da noch optimieren kann. Sparta, Little Moon, grüße euch. Hallöchen, Hallöchen. Wir haben Felinara in einem schönen Lila-Set mit Blümchen, Blume am Stizzle. Da ist, glaube ich, so gut wie gar nichts von einem Set. Wir haben hier eine Variante vom Mönchil, von dem Stab, ne, Shiji, unser roter Kranich, in dem Fall auch eher ein bisschen ins Lila, ne, gehend. Und natürlich eine Kombi, die auch am Vulpera funktioniert, ja, ähm, ohne jetzt irgendwas groß skaliert zu haben. Keine auffällige Waffen-VZ ist sowieso nicht möglich mit den illustren Artefakt-Waffen, keine übergroßen Schultern oder so. Also das funktioniert natürlich auch sehr, sehr gut. Auch bemessen an der Fellfarbe, da wurde auf alles geachtet. Insofern, ja, schöne Kombi. Schöne Kombi. Und apropos, starke Mogu-Krieger. Ha? Die kennen wir. Wir haben einen nicht ganz so starken Mogu-Krieger. Monra. Monra, das sieht sehr verstörend aus. Auch da sind wenig Set-Sachen dabei. Ich meine, Gürtel vom Todesritter zu sehen, das könnte irgendeine Wottel-K-Brust sein. Schultern könnten sogar noch Pre-Wottel-K sein. Ja, die Schwerter, das dürften die Neuen vom Todesritter jetzt sein, die mit den verbündeten Völker-DKs kamen. Dazu fette grüne VZ, der Helm vom Kopflosen Reiter, Halloween-Event. Und das Set ist genauso schlimm, wie es geil ist, ja. Weil dieses Set, das will schockieren, das will kacke und gruselig sein. Und das will jetzt gar nicht auch perfekt glänzen oder so. Er hat natürlich geguckt, dass alles ein bisschen grün ist. Wir sehen, das ist gerade in den Handschuhen auch manchmal nur so lala gelungen. Natürlich funktioniert auch mit dem grünen Goblin, sehr schönen Waffen dazu, aber schwierige Kiste letztendlich. Schwierige Kiste, aber unter dem Fun-Faktor, unter diesem nicen Helm vor allem, der das Ganze natürlich auch trägt, schon eine sehr, sehr nice Kombi. Auf jeden Fall. Wie es gibt für den Decay neue Quests beziehungsweise Schwerter, wenn du dir ein verbündetes Volk als Decay beziehungsweise einen Panda erstellst, spielst du ja nicht in dem alten Startgebiet, sondern kriegst du eine neue Introzone mit Bolvar und Darion Morgren. Und wie bei den verbündeten Völkern üblich, wenn du da was erstellst, musst du dann kurz mit denen labern, kommst dann in deine Hauptstadt und kriegst da dann eben auch eine entsprechende neue Waffe. Wenn du dir keiner stellen willst, kannst du in der Klassenhalle der Todesritter bei dieser Monstrosität auf der unteren Ebene auch die neuen Waffen nachkaufen, aber das sind eben die, die jetzt mit den verbündeten Völkern im Rahmen ihrer Intro der Essenite Questreihe quasi eingeführt wurden und die kriegt man als Todesritter für lau hinterhergeworfen. Crab X haben wir, ja, schönes Set, sehr unüblich für einen Blutelfen. Wir haben natürlich hier oben den schönen Mond vom T8, wir haben hier diese blitzenden Schultern, also alles sehr druidisch, sehr stark schon animiert, also haben wir auch schon ein bisschen, naja, weiter fortgeschrittene Addons in Sachen Animation, und Co., so ein bisschen über BC, Vodka und Co. dann haben wir, jetzt wissen wir auch, dass es ein Schorke ist, unsere Königsmörder, unser Schorken-Artefakt, was auch sehr schön, hallo, sehr schön funktioniert mit dem generell gelblich-braunen Farbtenor, der sich durch das ganze Set zieht, ne, bei einem Schorken kann man sich natürlich streiten mit diesen Blitzen und so weiter, mit diesen auffälligen Animationen, ob das passen soll, aber bei diesem Schorken ist hier generell nicht schorkisch verstohlen normal und deswegen gliedern sich da, finde ich, auch die Dolche sehr, sehr schön mit ein. Ist die obere Ebene? Oh, ist die obere Ebene? Okay, sorry, ja, also bei dieser Monstrosität, ne, wieder, ist wieder DK-Man und kennt sich nicht aus in der Klassenhalle. Wie teuer sind die Schwerter? Ist wirklich für lau, irgendwie, keine Ahnung, Gold oder so oder 10-Ordens-Ressourcen, also habe ich mir nicht mal gemerkt, weil es wirklich sportbillig ist und wenn nicht erstellst, wie gesagt, kurz einen Panda-Todesritter, machst du die Intro-Quest, Sache von 30 Sekunden oder so, weil nur labern und zuhören, ja, und dann hast du die auch in deiner Sammlung gespeichert, also da kommt man ran und die eigentliche Challenge ist es, die nicht zu haben, sag ich mal. Wir haben Rasila auf seinem schönen Alpaka hier, wow, das ist eine Untode, oder, mit dieser Frisur, das ist eine Untode, schöne Vodka-Stab am Stizzle, ich glaube, Schultern auch noch, eine noch ältere Robe, schön die lila Brille, Junge, so sahen die PvP-Ficker aus, zu meiner aktiven, heftigen Schorken-Arena-Zeit mit Wrath of the Lake King, man kennt ihn, ja krass, also, das ist ein Set, was mich schockiert, was aber trotzdem schockierend gut irgendwie zusammenpasst, ja, und was mir auch so ein bisschen nostalgische Kicks in meine miese Nerdfresse beschert, sehr cool, sehr, sehr cool, und es passt komischerweise, bei den Schultern auch so das Gold, das Blau wie in der Robe, das Gruselige ist, am Gruseligsten ist das, das passt, das ist das aller, aller Gruseligste, wirklich, habe gestern Abend noch Post bekommen, vom Spätkurier, war ein Lohnzettel vom alten Ausbildungsbetrieb, bekomme 1500 Euro nachgezahlt, dass sie mir zu wenig Ausbildungsverbindung gezahlt haben, lol, Sparta, Glückwunsch, kann ich sagen, oder? Da macht man doch aber gerne die Tür auf für so eine Post, na super, freut mich, einwandfrei, einwandfrei, Frankensteins Schwester, ja, genau so, genau so, wir haben Trendsekunde, ja, und Trendsekunde, denken sie, boah, Bubis sind nice, ja, Brustrüstung, eher nicht so, und hat hier sehr schön diese Mantis-Klingen, die wir, glaube ich, jetzt auch im Tal wieder erbeuten können, die aber schon länger auch im Game sind, und dazu so ein bisschen, ja, Lederteile, die auch eher Richtung Mönch gehen, möchte ich meinen, ja, mit diesen blauen Orbs, mit diesen Sphären und so weiter, und farblich funktioniert natürlich trotzdem einiges, ja, auch diese Busenbinde erfüllt ja so ein bisschen das Elfische, wird ja auch getragen von der Elfe, ja, Rot und Gold natürlich, dasselbe haben wir bei den Haaren, dasselbe haben wir bei den Waffen, dasselbe haben wir in Arobe, also farblich passt das schon, geht aber natürlich dann auch ruckzuck Richtung Slutmog, ich muss gar nicht in den Chat schauen, um zu wissen, was da gerade wieder für entsprechende Emojis und Co. benutzt werden, zoome mal näher ran, geh da nach Hause, deswegen ist so ein Set natürlich immer kritisch, aber dafür, dass hier bewusst gesagt wurde, ich blende meine Brustrüstung aus, wurde hier wirklich farblich auf jeden Fall alles getan, was man entsprechend hat, Augenbinde, wenn ich bitten darf, du, wenn du da Augen hast, dann würde ich mal zum Arzt gehen, auf jeden Fall, aber ja, jedem seinen Schüleraustausch nach Tschernobyl, Hawk auch am, siehste, wir haben Iro Tenshi, und Iro Tenshi hat auf jeden Fall so ein bisschen Verderbnis gesammelt, du bist ein Vulperer, ja, jetzt seh ich's an den Füßen vorne, jetzt seh ich's an den Füßen, crazy stuff, crazy stuff, und das ist natürlich ein schönes, scharf verdorbenes Set, was super harmoniert, mit diesem übergreifenden Verderbnis-Effekt von 8.3, sowohl der Stab, als auch das Set an sich, dürfte MOP sein, dürfte Hexer sein, wenn ich mich nicht irre, und ich finde, das funktioniert am Vulperer sehr, sehr krass, weil, ähm, das gerade mit den Teilen, die man noch sieht hier, dieser mächtige Schweif und auch die Klauen und so weiter, oder selbst wenn man auf den Kopf verzichten solle, Herz der Angst, genau, ähm, dann ist das auch so ein Widerspruch, ne, dieser kleine Fuchs und dazu, dann dieses super verdorbene Set, ja, dass er so übernommen ist, dass sein fucking Helm irgendwie nicht auf seinen Stoffkonsum klarkommt und direkt am Kauen ist, ja, also komplett geisteskrank, finde ich sehr, sehr cool und funktioniert auch super mit dieser 8-3-Verderbnis-Mechanik, wie ich finde, schon lässig, sehr, sehr lässig, das macht aber Lust auf Fleisch, Alter, jeder wollte an die richtigen Stellen geschauen beim Thema, ne, finde ich gut, finde ich gut, wir haben Afro und Afro, denke ich, Demon Hunter Set, schon relativ klassisch, aber nicht immer und überall, kleine Hörnchen, Augenbinde, dazu grüne Tätowierungen, grüne Gläven, relativ standardisiert und dann alles ein bisschen, bisschen simpler gehalten, ne, bisschen am Schorken orientiert, wenn ich da auf diese Kunai-Symbole im Gürtel schaue, alles ein bisschen gräulich, bisschen bräunlich, sehr, sehr simpel und ich finde, das funktioniert sehr, sehr gut mit dem Kontrast von diesem krassen Neongrün, mit diesem Teufelsfeuer, ja, finde ich sehr, sehr nice, ist jetzt nicht übertrieben speziell, ist auch nicht übertrieben auffällig, aber soll es eben auch gar nicht sein, ne, sonst wäre nämlich was anderes gemockt worden und das funktioniert so sehr, sehr gut. Oh, Alter, das, das ist, also, das, das ist so ein Ding, wo ich immer dran denke, wenn mein Opa fragt, lieber Enkel, was machst du im Internet und dann habe ich dieses Bild im Kopf und dann kann ich es einfach nicht erklären, was ich da mache. Dann kann ich es einfach nicht erklären, ne, das ist ganz traurig, das ist, was soll denn das, Mann, das ist, vor allem die Garros-Schultern dazu, da sind wieder Leute getriggert, die sind noch gar nicht geboren worden, wisst ihr wie ich meine richtige Bewertung habe, jetzt reicht's, ich hole die Flint, jetzt ist genug, ja, jetzt, jetzt ist genug Stream zu Ende. Geiles Morgschreiben, ist seriose, ja, also, ähm, das soll halt komplett verstören, das schafft es, rotes Fell, grüne Brille, Garros-Schultern, das ist, das ist einfach nur ganz, ganz schlimm und die Säbel hier von den Samurai-Fischleinen, ne, aus 8.2. Du, also, wichtig ist, dass es dir gefällt, so, wir, wir haben, Charaduin am Stizzle und der macht eine kleine Charade für uns, oh, der Champion, übrigens auch ein neues Schwert von den DKs, ne, sehr, sehr coole Waffen, definitiv dazu, das rote, ich wollte Gold sagen, vorne bin farbenblind geworden, das rote PvP-Pendance-Set, natürlich zur Nachtfestung, einwandfreie Geschichte, funktioniert wunderbar, auch am Tauren, wunderbar mit den neuen Waffen, wunderbar am Todesritter, natürlich, nice, sehr, sehr nice, Wäbling auch passend dazu gewählt, schöne Kiste, was ist das hier noch, das Auge von Jobby, ja, selbst Entsorce, seht ihr das, selbst bei Entsorce und seinem Auge, treten die Adern schon hervor, ich fasse es nicht, jetzt ist hier Achterbahn, jetzt ist hier Achterbahn, Highcraft, ich war der mit der Hallie-Geschichte von Beginn, ah ja, ich erinnere mich, auf jeden Fall, und wenn ich das so sehe, hat Hallie auf jeden Fall keinen Mock gedroppt, das ist super viel durcheinander gewirbelt, das ist die Klinge von Archimond, wenn ich mich nicht irre, die mythischen Schultern vom Krieger aus der Nachtfestung, der Helm, den wir von den ersten Tortolana-Quests sogar bekommen haben, beziehungsweise so ähnlich auch von Insel-Expeditionen, Vrykul-Technisch kriegen, ein bisschen Random-Gelöt aus Cutter, wenn ich mich nicht irre, ein bisschen Platten-Gelöt aus 8.2, also super viel, super viel durcheinander gewirbelt, was stellenweise funktioniert, ich mag die Mischung, ich mag die Mischung von der Waffe mit so ziemlich allem, außer Schulter und Kopf, ich finde Schulter und Kopf harmonieren weder miteinander, noch mit irgendwas anderem, die sind einfach nur fett, die sind protzig, und die wirken leider sehr aufgesetzt und Random dazugewürfelt, den Rest finde ich sehr, sehr cool kombiniert, mit dem PvP-Gelöt aus 8.2, dazu so Random-Cutter-Kram, der von der Zerstörung von Todesschwinger auch so ein bisschen geprägt werden sollte, also das ist an sich ganz cool, aber oben vielleicht ein bisschen reduzieren, vielleicht ein bisschen gucken, dass du die Rottöne noch unterbekommst oder das Gold, weil das wirkt irgendwie gar nicht nice und überschneidet sich nur, da kann man glaube ich nochmal gucken, ansonsten nice Idee, schießt wild um sich, bleib stehen, du Kampf-Fussel, ich brauche einen neuen Umhang, ja, die armen Vulperer hier, wir geben sie in Lebensgefahr, wenn sie bei uns mitkommen, ganz traurig, Niriand, haben wir am Stissel, mit Frosch-Francy, gut gealtert, die Dame, finde ich klasse, finde ich klasse, er weiß schon, was Transmogen ist, ihr seid fies, Leute, ihr seid fiese, was würde ich nicht mal denken, Niriand, ja, mit relativ alten Faustwaffen, das ist auch BC, oder, das ist doch hier wieder Sunwell-Gelöt, beziehungsweise PvP-Season, dazu jetzt das Full-Set, bestimmt frisch bekommen hier, Prüfung der Tapferkeit, sehr, sehr cool, wenn man den Helm ausblendet, finde ich das Set richtig fresh, auch mit den grünen Runen und so weiter, funktioniert am DH, funktioniert am Schorken, funktioniert überall, passende Waffen gefunden, nice Kombi, haben wir nicht zu meckern, wir haben Gebrech-WLAN, er guckt schon sein, ey, er hat sein Patch schon angeguckt, ne, was will er uns sagen, und das ist, gnolldes Bad Moment, mit der Schnapspulle, gnolldes Bad Moment, Boys, da ist er, da haben wir ihn, ne, wir müssen den Krebs dringend auf Wüstenflöhe untersuchen, oder auf Sandflöhe, ganz gefährlich, Grüße gehen raus an Gnollde, haben wir gleich erkannt, der Krebs trägt nämlich keinen Gürtel, ne, da wussten wir sofort Bescheid, wo es hingehen soll, sehr nice Kombi hier, mit diesem Spinnen-Septer, des Sagera-Skins, sehr, sehr nice, diese Priesterschultern hier, mit den Raben drauf, finde ich auch sehr, sehr stylisch, und alles auch so ein bisschen lila gehalten, nicht so ganz krass lila, wie in der Waffe, aber schon so ein bisschen, mit verschiedenen Stufen, Grüße gehen raus an Gorken Hero, sehr cooles Set, auf jeden Fall auch hier, finde ich auch mega am Verlassenen, ja, und passt, was soll ich sagen, da passt einfach alles, ja, auch mit den Raben, finde ich sehr, sehr cool, passt eben auch zum Hexer, düsteres oben, schon sehr, sehr nice, und wir haben Ari sehr mit super reduziertem Mock, was an sich ganz nice ist, ich meine, wir können jetzt irgendwie auch nur Robe und Handschuhe und vielleicht noch die Waffe bewerten, das ist Xalatas in Blau, auch das funktioniert sehr, sehr gut, das ist, denke ich, auch ein nice Set, komme ich das Einzige, was mich hier stört leider, und das haben wir sehr oft bei kleineren oder gerade weiblichen Modellen, die ein bisschen zierlicher sind, diese Handschuhe sehen aus, als würde sie da noch dreimal reinpassen, mit den Händen, wisst ihr, wie ich meine, die Robe ist überall ein bisschen eng anliegender, wir haben oben auch nice, die Sideboobs am Stizzle, chilliger Moment insgesamt, der Betrachtung hier, aber diese Handschuhe, die wirken so, so rausstülpen, wisst ihr, was ich meine, Drachenpriesterrobe, das finde ich immer ein bisschen schwierig, aber ansonsten, ja, ist auch so eine simple Kombi, durchaus eine, die man sich entsprechend mit ansehen kann, auf jeden Fall, ihr seid jetzt das Titten-Team, oder was, Hashtag Titten-Team, ja, von mir aus, ne, nice Sets dabei, liebe Leute, nice Sets dabei, ausufernde, exorbitante, minimalistisch reduzierte, sehr, sehr schöne Basteleien, vielen Dank fürs Mitkommen, Hex, vier Monate, nehmen Sie dieses feinste Abonnement, aber gerne, auch von Sony, mit zwei Monaten, LOL, danke euch für euren Support, Freunde, das freut mich sehr, das freut mich sehr, das sind Underboobs, sicher, das war da aber so zur Mitte hin, das ist dann so Underside, oder, an einer anderen Side of Life, ihr Splasher, ihr wisst, wie es läuft, RxP, hallo, ich in, Grüße, zeig Zitze, Alter, zeig Wurstfach, Bruder, was ist passiert, so, ähm, wir, wir wollten ein Giveaway machen, wir wollten ein Giveaway machen, ich weiß es noch nicht, ist der gute Mann denn noch da, ist er denn noch am Stizzle, alle, wir haben nämlich Discord aus, deswegen sehe ich gar nicht mehr, ob jetzt alle noch online sind, denn wir haben wieder ein schönes, gesponsertes Mount tatsächlich, und ich weiß den Server nicht mehr, deswegen, ich glaube, es war Azshara, und dann können wir jetzt in der Pause wieder, ja, da ist er, Azsharki, siehste, da können wir jetzt nochmal ein schönes Giveaway machen, von einer Rubin, einer Rubinwolkenroten Schlange, einer Rubinroten Wolkenschlange, samt schöner Jadeeule dazu, auf Azshara, alles klar, dann gucke ich mal, ob ich da überhaupt, hoppala, überhaupt auch noch ein Char erstellen kann, oder ob das Ding schon, warte, ich habe ein Char auf Azshara, oh, das ist kein gutes Zeichen, das, das, oh, das ist, das ist kein gutes Zeichen, uh, Sharky, ja, Sharky, ich brauche nochmal ein paar Infos von dir, bitte, ich brauche, ich brauche ein paar Infos von wegen, welcher Ort so, welche Zone, welche Fraktion und so weiter, dass wir das einfach an der Stelle auch nochmal haben, hoppala, das war ja unangenehm, Freunde, das war ja jetzt Blick hin an die Kulissen, uh, hoppala, hoppala, das sollte eigentlich auf die Extended DVD Edition dann erst, auf, wie es so ist, wie es so ist, ja, Sharky schreibt uns nochmal ein paar Infos, dann starten wir jetzt mit einem Giveaway, auch in die Pause, Horde Orgrimma, siehste, ruckzuck funktioniert das hier, ich mache einen Hexer, den nenne ich, äh, Gnoll der Alk, ja, einfach passend zum heutigen Thema, und ich hoffe, ich habe nicht zu viele Charakters, nein, das funktioniert, dann komme ich gleich zu dir, dann machen wir das wunderbar, und, äh, machen nebenbei, wie gesagt, eine Pause, dann habt ihr Zeit, habt ihr Zeit, ähm, ausreichend zu raffeln, euch zu beteiligen, jeder kann mitmachen, jeder hat die selben Chancen, ihr wisst Bescheid, und ihr holt das dann genauso, auf Achara ab, wie ich das gerade tue, sprich, ihr erstellt euch so einen Klassenprobenchar, benutzt euren Ruhestein, kommt dann zu uns in Orgrimma, und könnt das da, dann abholen, nehmt doch, ihr, oh, Misterioso, bis der in Orgrimma ist, da ist der Tag aber rum, du weißt, wie Manfred ist, du weißt, wie Manfred ist, ich hatte auch ein Taurendudo namens Manfred, ich bin ja vom Glauben abgefallen, als Bushido WoW gestreamt hat, nicht mal deswegen, aber als sein Taurendroide Bushimu hieß, da wusste ich auch, es geht zu Ende, da wusste ich, es geht zu Ende, so, ich lade mal Interface, Scharri, magst du mich einladen, ich stehe hier irgendwie, ein bisschen random und verloren rum, mein Name ist Gnolldealk, man kennt mich aus Funk und Fernsehen, und währenddessen, währenddessen suche ich mal meine Profile, da ist es auch schon, sehr schön, kopiere mal die Profile, und suche gerade mein Master Profil, und finde es nicht, wo ist es hin, wo ist es hin, da unten ist es, so, da haben wir es, sehr schön, einwandfrei, jo, Brudi, es geht um die Rubinwolkenschlange, wenn ich mich nicht irre, magst du mir die geben, oder wie wollen wir das am besten machen, Rubinwolkenschlange, also um dieses Mount würde es gehen, was wir jetzt gleich verrollen werden, und das könnt ihr euch dann hier wie gesagt abholen, und lasst es euch nicht wieder verarschen oder triggern, Freunde, das Raffeln, das Mitmachen fängt erst an, wenn der Bot das geschrieben hat, ne, also lasst es euch dann nicht besearchen, eine schöne Jade Eule, und die Rubinwolkenschlange sponsern, von Sharky, sponsert hier, von Shilara, vielen, vielen Dank dafür, das ist eine super Sache, jo, das war der Stream, ciao, nein, darum soll es jetzt gehen, jetzt kann ich es auch hier einmal so aufbauen, sehr, sehr gut, und dann mache ich eben mal das Giveaway fertig, richte das ein, gebe mir einen kleinen Moment, und dann verbinden wir die besagte Pause mit dem Giveaway, danach geht es dann weiter auf Ali-Seite, also hier Giveaway, und dann danach auf Ali-Seite nochmal eine schöne Runde mit Nachtfestigung und Co., das zumindest der Plan, so, Giveaway, wir haben einen Mount, und zwar diesmal auf Achara, auf Achara, so, und es geht um diese Wolkenschlange, das sieht man, glaube ich, das Ganze dauert drei Minuten, gut, Freunde, in diesem Sinne bin ich kurz weg, werde mir was zu trinken holen und reichlich pinkeln, das empfehle ich euch auch, trinkt genug, pinkelt reichlich, fliegt nicht weg, ich habe davon auch noch so vier bis fünf Stück, Lumpi, so, raus hier aus dem Gassau, zack, da sind wir wieder, Hallöchen, ich hoffe, ich habe Wasser getrunken, und Wasser gelassen, und was zum Fick bin ich hier eigentlich sehend, Alter, Pogo-Kreis, Pogo-Kreis, nein, okay, gut, wir wollen dieses schöne Mount jetzt gleich verrollen, oh, noch 30 Sekunden laut meinem Timer, naja, seht ihr, da war ich wieder zu schnell, wie der Speed-Pinkler unterwegs gewesen, ich sehe zumindest, dass viele verstanden haben, wie sie Test-Chars auf den Servern erstellen, das ist schon mal sehr, sehr löblich, das bedeutet nämlich, in der Regel, dass das nicht so schwer ist, und das ist wirklich immer, eine sehr, sehr, gute Sache, da kommt man gerade in den Stream, und denkt sich, WTF, wieso ist das Valentinstag, ganz normale Situation, was geht, Standard, wenn man einloggt irgendwo, sehr gut, so, mein Bot sagt mir auch gerade wieder, dass er völlig überfordert ist, aber das sollte nicht das Problem sein, denn wir können in der Regel trotzdem einen Gewinner ziehen, er ist dann nur nicht in der Lage, allen irgendwie nochmal zu antworten, und euch einen Rosenkranz, einen Rosenstrauß, und was sie alles überreichen, von daher, sind wir jetzt fertig, und ziehen einen schönen Gewinner, was sagst du da, Twitch Prime, das ist eine geile Sache, da hast du recht, wir ziehen einen Gewinner, und das ist, Pasku, Pasku, Glückwunsch an dich, du hast diese Rubinwolkenschlange gewonnen, du weißt, wie es läuft, du weißt, wie es aussieht, bitte dich, einen Test-Char auf Achara zu erstellen, nach Orgrimma zu porten, und mir im Chat dann deinen Namen mitzuteilen, damit wir auch wissen, dass du das bist, bevor einer dieser fiesen Halunken, der mich hier mies anhandelt, und sein Unwesen treibt, in unseren Handelsfenstern, ja, das ist zumindest soweit der Plan, gut, wenn Pasku dann da ist, und das haben möchte, und das, das abgeholt hat, dann können wir uns auch ready machen, was, Mito, dann können wir uns auch ready machen, dann geht es mit der Allianz weiter, jo, bin Pasku, ja, also, ich bitte Pasku, den Namen im Stream-Chat zu bestätigen, ne, ihr miesen Hunde, ihr miesen Hunde, ja, das war dann schön, genau, deswegen machen wir das nämlich, dass der Name im Stream-Chat bestätigt wird, ganz wichtig, könntest du eventuell erklären, was dieses Twitch Prime ist, das ist eine ganz geile Sache, wenn du, ah ja, seht ihr, Pasku ist Pasku, ihr Verbrecher, aha, aha, alles klar, ja, sehr gut, wie einfallsreicher, ist ja super, wenn das zusammenfasst, Twitch Prime, Mibio, ist ganz simpel, wenn du dein Konto mit Amazon Prime verbunden hast, dann kannst du deine Creator, die du gerne schaust auf Twitch, kostenlos abonnieren und supporten, das ist eine ganz geile Geschichte, und, ja, so einfach ist das dann, gerade die dämliche Wolkenschlange mit dem Lasso gefangen, jetzt ist das auch endlich von der Liste, jetzt fehlen nur noch alle anderen Mounts aus dem Tal, hat das gut funktioniert, musst du lange campen oder so, spezielle Positionen, ich weiß es nicht, nein, ich lösche den Schar doch wieder, nein, ich möchte nicht mal 10 Gold haben, ich möchte nicht mal die 10 Gold haben, ist Pasku denn schon hier, oder ist er noch unterwegs, es sind so viele Leute heute, Freunde, das ist Wahnsinn, ist Sonntag, habt ihr nichts zu tun, oder war's, hör mal, gibt's doch nicht, sie sind Pasku, er ist Pasku, ich bin Pasku, gibt es hier noch andere Paskus, von denen ich wissen sollte, geil, Tazurel, Dankeschön für dein Abo, freut mich sehr, so, Freunde, Pasku ist da, und Pasku kriegt diese schöne Wolkenschlange, und Pasku kriegt auch diese schöne Jade Eule, ist das geil, oder was, da haben wir einen, wie er leibt und lebt, GZ an dich, vielen, vielen Dank an Sharky fürs Sponsoren, und vielen, vielen Dank fürs Mitmachen, und rumpartien, bei diesem nicen Giveaway, oh Gott, es will Nasrak, Nasrak, und Kaskorod, echt jetzt, Kaskorod, wow, ja klasse, das hat auch funktioniert, er möchte Bitcoins, ja die gibt's bei Cool Savage, aber nicht bei mir, Dankeschön, fürs dabei sein, Dankeschön fürs Sponsoren, liebe Leute, und das war unser Achara, Giveaway Abenteuer, geil, Chico, zwei Monate, auch dir, vielen, vielen Dank, freut mich sehr, ich werde, ich werde Gnoldealk gleich mal wieder löschen, weil ich sonst mit den ganzen Charakteren auf sämtlichen Server überhaupt nicht mehr klarkomme, rip Gnoldealk, es war eine schöne Zeit mit ihm, es war wirklich toll, ich hab jede Sekunde genossen, wirklich bis zum Umfallen, bis zum Geh nicht mehr, aber manchmal soll es eben nicht sein, manchmal soll es nicht sein, gut, ich wollte mit einem Survival Hunter mitkommen, ne, gute Failphrase, guck mal, schnuppert schon in der Luft, Junge, ist einfach ready, let's fucking go, ich hab gestern Abend eine Weile gekämmt, und hab sie nicht bekommen, weil einfach müde und so, heute eine knappe halbe Stunde gekämmt, Glück gehabt, dass eine passende Gruppe offen war, ist das dann eine Campinggruppe, beziehungsweise wie schnell die Spawn das fiel, denn hast du wirklich eine Chance, dass man dann einfach den Spawnpunkt campt, dann Spawn das, und dann kriegt das da, äh, kriegt das da, kriegt das da direkt ab, oder musst du irgendwie auf irgendeinem Turm stehen, wo das vorbeifliegt oder so, wenn du Bock hast, kannst du gerne mal ein paar Infos droppen, weil ich muss das auch noch machen, und ich weiß noch nicht, ob ich Lust habe, genau, so, mit den ganzen Umständen, und mit anderen vielleicht drum kämpfen, oder so, weißt du, da bin ich, Mutti, da bin ich Wolkenschlangen-Mutti, das ist leider so, ähm, da-dum, da-dum, wir porten uns, und wollen Nachtfestungen anfangen, geil, worgen mein Lieblingsfolgen, ja, siehst du, und von denen sehen wir jetzt auch noch was, ist das nicht verrückt, komplett, so viele Ali-120er, traurig, great, ja, manchmal muss es passieren, ne, die Tradi-Rüstungen, sie müssen geholt werden, iso, iso, muss ja nicht fast jedes Giveaway auf Eri da sein, so ist es, natürlich, vielen, vielen Dank für das Sponsorn, war super, aber welcher Schwierigkeit werden die Runs heute gelaufen, die alten Legion-Dinger in der Regel auf mythisch, äh, weil ja die Sets einfach wirklich deutlich geiler aussehen, und viele nach wie vor die Sets auch nicht haben, deswegen, äh, gehen wir die vorwiegend auf mythisch, bisher so gut wie immer eigentlich, waren wir schon mal Hero oder so, ich glaube nein, ich glaube nein, du bist Blizzkiddy, bekommst eh alles, oh, Cookie Pandaren ist ein bisschen mad auf mich, ne, wir müssen dringend mehr über Drachenpriester reden, habe ich das Gefühl, oh, 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 Brattin, Hallöchen, 40 Minuten Respawn 2, das geht aber voll, Schattes, oder? 40 Minuten, oder wie wir als Suchtis sagen, gar nichts, das ist ja auch klasse, Gottes Willen, er sucht die ganze Zeit für Feral-Doodo-Hidden-Skin, war deshalb mega überrascht, gelost worden zu sein, boah, das war auch mies mit dem Hidden-Skin, ich meine, das ging noch, wenn man vorher irgendwie Paladin gemacht hat oder so, aber, ja, wie so ist, Glückwunsch an dich und gute Suche weiterhin, würde ich sagen, Young Fix, Dankeschön für dein Abo, freut mich sehr, vielen, vielen Dank, Mervit hat die Infos schon rausgehauen, ja, muss man sich gar nicht hier groß die Finger wund hauen, einwandfrei, um die Wolkenschlange zu fangen, musst du folgendes beachten, Craft, Lasso im Beutel haben, habe ich, erstelle dir ein Makro, mit dem du die Wolkenschlange ins Target nimmst und eines, mit dem du das Lasso benutzt, beides in einem Makro, also, das zu gleich Target und ab dafür, da gehst du ins Teil zu den Koordinaten 27, 56, das Viech respawnt in 1-3 Stunden, Mount kann ich, warte, Mount kann in Gruppe gefangen werden, muss dafür in der Luft sein, in Höhe der Würmer, kannst du es in der Gruppe machen, jeder aus der Gruppe bekommt es, nachdem die erste Person es gefangen hat, die spawnt es nach 10 Sekunden, okay, ja, das klingt auf jeden Fall machbar, kann man mal angehen, kann man mal angehen, vielen, vielen Dank für die Infos, liebe Leute, das ist eine gute Sache, was ist das für ein Addon, das dein Leben anders anzeigt, meinst du, das hier unten, das ist Z-Pearl, das ist das schöne Addon, Z-Pearl, Azen, Heyyuga, mit 22 Monaten, bald unser zweijähriges, oder, die Zeit rennt, völlig verrückt, vielen, vielen Dank, auch für das Emote, was ich von dem Abo bekommen habe, voll toll, wegen der Schlange, du musst an dem Spawnpunkt campen, und das Makro zum Targeten, und Usenspam, alles klar, ich glaube, das kriege ich hinten vorne, Dankeschön für die Infos, wir machen Nachtfestung, wer mitkommen möchte, Gruppe LOL, L-O-H-L, gleich serverübergreifend, Benutzer definiert, für die Allianz offen, Gearscore ist egal, checkt aber bitte, dass ihr Legion Raids vom Level her, betreten könnt, ihr habt das Mount, exakt zwei Stunden gewartet, Elfenbeinwolkenschlange, ja nice, selbst wenn es jetzt länger als 40 Minuten sind, vielleicht ist das momentan so ein Richtwert, auf den sich irgendwo geeinigt wurde, I don't know, ist ja auch selten so, dass man gerade irgendwie eine Campgruppe joint, und die hat gerade die Gruppe quasi, neu aufgemacht, eine Sekunde nachdem das hier gedespawnt ist, oder so, deswegen ist das ja auch mehr ein ideeller Richtwert, oder ein nicht ganz so ideeller Richtwert, wenn man wirklich die volle Zeit abbekommt, na, das ist dann belastend, ich werde mal gucken heute Abend, mal sehen, mal sehen, so, Gruppe LOL ist am Stizzle, Gruppe ist offen, Member sind am Start, was macht Rocktool denn? Barodian, Rocktool hat tatsächlich seinen ursprünglichen Hunter Boy, den guten Barodian, jetzt wieder reaktiviert, und Rocktool hat mir auch erzählt, dass er seinen Hunter so benannt hat, wie er selber gerne IRL angesprochen wird, Barodian, man kennt ihn, Deutsche Bahn, Barodian, das reimt es ja auch so ein bisschen, und da wurde ja quasi dann auch, mit der Geburt und der Namensgebung, und der Taufe, so ein bisschen das Schicksal der Welt, schon mal auf die Schultern des Kindes, naja, geladen, ja, einfach zack, die ganze Kugel gestemmt, finde ich super, und darum ist ja diesem Namen auch mit seinem Hunter treu geblieben, das zeugt von Charakter, Freunde, eben muss es so sagen, in diesem Fall ist der Charakter eben ein Jäger, so, haben wir auch diese Gruppe voll, wir haben Hexter dabei, das ist super, wir haben viele, viele bunte Mischungen, was auch Rüstungsklassen angeht, auch das ist super, und dann können wir auch hier jetzt einmal loslegen, sehr schön, wie immer bitte dran denken, alle mitporten, und vor allem Bosse nur pullen, wenn auch wirklich alle da sind, das wäre sehr, sehr schön, wenn das in der Gruppe geht, kannst du mit Lasso, was, kannst du mit Lasso Luz bestimmt mitnehmen, das Ding ist, es ist echt mega strange irgendwie, ich meine, das ist ja jetzt auch eher persönliche Erfahrung, aber ich habe es euch schon mal erzählt, dass ich drei Lasso's auf drei verschiedenen Charts gedroppt bekommen habe, und die habe ich nicht gefarmt, die habe ich bekommen, in der ersten Quest von Lernsucher Cho, die man bekommt, wenn man das Tal betritt, ne, und da habe ich diese Quest gemacht, wo du so einen Spearbericht holen musst, aus dem du dann erliest, dass es diesen Clan der Rajani gibt, mit dem du dann zusammenarbeitest, und während ich da vier, fünf Mogus für diesen Spearbericht getötet habe, habe ich immer das Lasso bekommen, und da dachte ich, es ist ja komplett simpel, und dann irgendwie haben wir uns mal unterhalten in den Streams, und viele von euch campen und fahren und kriegen dieses Lasso nicht, und die anderen kotzen, weil die haben das Lasso und sehen die Wolkenschlange nie, und dann dann, uff, ja, dann erstmal big uff wieder, das ist wieder so ein Beispiel für persönliche Erfahrungen, ist nicht immer deckungsgleich, egal wie oft man das mit welchem Charme macht, für die gebreite Masse, das ist so. Das ist so, das ist so, das ist so. Der Harlekin, mit dem Abo am Stizzle, vielen Dank für deine Unterstützung, das freut mich sehr, endlich wie Drogtu meine schwere Klasse, Beastmaster ist schon, ist schon echt hardcore, das ist leider so, das ist leider so, genau da habe ich das Lasso auch her, da habe ich das bei den meisten Chars, ne, das ist sehr, sehr belastend. Gestern dachte ich mir auch, Farms das Lasso, aber gestern keine Lust gehabt. Heute beim Daily annehmen, auf der Karte eine Truhe gesehen, stand ein Mob daneben, habe ich ihn umgehauen und random das Lasso bekommen. So ist es eben oft, ja, unverhofft kommt wirklich oft nicht nur IRL, sondern auch eben außerhalb des Bildschirms, ne, nämlich in WoW, in der wahren Realität. Innerhalb des Bildschirms ist mittlerweile gar nichts mehr, da gibt es nur noch Twitter, und dann haben wir die richtige Realität und die Realität jenseits des Bildschirms. Na, wer ist noch mitgekommen? Ich selber auch nicht, mach nichts. Skydiver, Hallöchen. Ich habe gestern zum ersten Mal das Lasso bekommen, aber vorher schon öfter die Schlange gesehen. Jetzt rate mal, was ich seit gestern noch nicht wieder gesehen habe, der Klassiker. Der Klassiker. Hab's nicht in die Gruppe geschafft, das heißt jetzt folgendes, ich würde dich bitten, nach dem Raid nochmal vorbeizuschauen, ab T-Mock zu zeigen und eine kleine Überraschung. Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin, das klingt nach einem sehr schönen Sonntagstream-Abschluss, möchte ich meinen. Ich bin übrigens, nächstes Wochenende, ich weiß noch nicht genau, wie lange und wann und wann ich wieder einsatzfähig bin, denn ich bin eingeladen bei Bolias und das ist in der Regel verbunden mit einem Bier. Mit einem Bier und Freunde, ihr wisst, ich weiß nicht, wie gut ich Alkohol vertrage, deswegen bin ich auch noch nicht sicher, wie lange wir da sind. Ich werde mit Rocktool dieses Abenteuer wagen und das Haus besuchen und großflächig zerstören und deswegen kann es sein, dass am Wochenende, also das kommende Wochenende, was jetzt dann demnächst ansteht, dass wir da eventuell ein bisschen umplanen müssen, was die Runs angeht. Nur schon mal so als Vorweg-Call. Ja, das ist im Grunde die Aussage. Aber überleg, wie schmückst du es aus? Nee, ist nichts auszuschmücken. Das klingt unglaubhaft. Wie, das klingt unglaubhaft. Hallo, jetzt habt ihr ein Bild von uns. Bitte euch. Ich bitte euch. Mann, ich glaub's ja nicht. Firefrog ist auch in der Gruppe. Gibt's ja gar nicht. Gucke da. Schön, ne? Tag, ich sag, mit dem Handelsfenster. Finde ich super. Ge-Var-Geos. Hallöchen. Es heißt eigentlich zwei Bier. Das erste und das letzte. So, das ist höhere Mathematik-Sharki. Du weißt, da bin ich einfach raus. Ganz, ganz traurig. Rocktool auch noch dabei. Ja, Rocktool ist auch am Stisse. Insofern, mal gucken. Ich habe noch keine Vorstellung, inwieweit das überlebt wird. Ich weiß auch noch nicht genau, wie lang wir am Start sind und ich weiß auch nicht genau, was geht. Aber, ne? Am Start. Heute Morgen um sechs die Schlange bekommen. Ohne Makro. Vermutlich war der Server noch am pennen. Das kann auch sein. Na ja, klar, wenn man zu so, ich sag mal, eher unchristlichen Zeiten solche Sachen angeht, mache ich ja auch sehr gerne, dann hat man natürlich auch eine höhere Chance. Problem ist dann, wenn er so einen Elite-Mob umhauen muss, wie diesen fucking riesigen Stein-Mogu-Elite-Rare, der so ein Spielzeug droppen kann, was sich auch in Mogu verwandelt, den sie auch schon genervt haben, weil der viel zu krass war. Ja, und das könnte, das könnte halt dann bitter werden um so eine Zeit auch. Bitter, bitter, bitter. Wie das, warte, was? Firefrog? Du bist nicht Firefrog? Also okay, ist jetzt auch nicht so, müssen wir fairerweise sagen, es ist nicht der Überspecial-Hypername oder so, aber das hatten wir ja auch noch nicht. Wir haben mehrere Firefrogs, Freunde. Holla! Ich habe gestern Nacht beim ersten Versuch die Wolkenschlange bekommen und habe vielleicht 20 Minuten gewartet. Glück muss man haben. Einwandfrei, ich hoffe gleich Lotto gespielt. Höhere Mathematik, aber 20 Rechnungen in 90 Sekunden schaffen. Ja, das war nach Gefühl. So, wie bei L'Oreal und dem Ei, das war nach Gefühl. Aber denkt dran, das letzte Bier ist immer schlechter, also am besten nur das vorletzte ausdringen. So, man lernt dazu mit der Zeit, ja. Man muss ja dazu lernen, man muss sich anpassen, man muss sich weiterentwickeln, ja, genau so. Genau so. Gibt es danach noch einen Ali-Run? Nee, das werden wir nicht schaffen. Also der wird jetzt bestimmt mit T-Mock irgendwie bis zu halb acht gehen oder so, dann hat Redmaster noch ein bisschen was für uns, also da werden wir dann nichts weiter groß kredenzt sehen. Nochmal zur Schlange, sobald das Vieh spawnt, gibt es jede Sekunde, nee, gewinnt es jede Sekunde an Geschwindigkeit. Selbst wenn du zu dem Zeitpunkt noch keinen Debuff der Würmer hast, kommst du irgendwann nicht mehr hinterher. Also Makro die ganze Zeit Spam und Filmschauen nebenbei. Oder Stream zum Beispiel. Jetzt zum Beispiel. Hallo. Geil. Ja, also ich werde mal gucken. Bin gespannt und ihr werdet es dann ja auf Twitter oder den folgenden Streams auf jeden Fall hören, wie es gelaufen ist. Mal sehen. Weiß auch noch nicht, was wir heute für einen Plan haben. Meine Abendplanung hängt ja auch immer stark davon ab, wer von den lustigen 3,5, die immer in der Nähe sind, wer da frei hat und wer nicht und wer vielleicht gerade arbeitslos ist und wer nicht und wer vorhat, arbeitslos zu werden oder nicht. Und je nachdem, wer dann wo und wie lange da ist, gestaltet sich auch meine Abendplanung mal mehr, mal weniger komplett suchtighaft. Deswegen mal gucken. Der Plan steht. Nur mal sehen, wann er Anwendung findet. Der letzte Pilger. Hallöchen. Grüße. Just kidding. Haha. Oh, einer Firefrog echt, Mann. Oh, Junge. Du bist auch manchmal so fertig, ne? Ist einfach nur schön. Bin besonders und der Name gehört nur mir. Hab den copyrighted. Kann 20 Euro für die Lizenz bezahlen. Boah, das ist aber ein echtes Schnäppchen, ne? 20 Euro für den glorreichen Namen Firefrog. Bruder, ich meine, da hast du ja auch, wenn du damit auftauchst, in manchen Ingame-WOW-Gruppen, dann bist du ja auch so eine Art K-Pop-Gott und kriegst dann gleich Gold geschenkt. Das ist schon ein fairer Deal. Ja, muss man sagen. Klingt erstmal nach einem fairer Deal. Auf jeden. Sega Fredo. Hallöchen. Was denkst du über den Orkan Sabine? Ich hoffe, dass alle gesund und alle Gebäude und Nichtlebewesen an sich erstmal heil bleiben, ne? Jetzt hat er als Ossi heil gesagt. Das ist auch wieder nicht gut. Ich warte seit dem Patch draußen, ne, warte, ich warte seitdem der Patch draußen ist, so rum, dass ich das Lasso bekomme. Uh, Krummkeule, ne? Da bist du nicht so gut zu sprechen auf meine Droprate bei den Twings. Kraft, du bist noch in dem Alter, da habe ich fünf Tage gesoffen. Ein Tag im Koma, heute ist es genau andersrum. Ja, das hört man leider immer wieder, ne? Das hört man immer wieder. Meine glorreichsten Sauftage und Gelage, die sind an sich auch vorbei. Ja, es gibt immer noch super gute Feiern, auf jeden Fall, es waren Eskalationen, aber so die glorreichen Tage, gerade so Schulzeit, alle Freunde auch noch gebunden, ja, und in der Gegend und so weiter, das ist ja alles nicht mehr, leider nicht mehr so, aber, naja, ich merke den Verfall. Langsam aber sicher, ich merke den Verfall. Safehold Arm posted Kraft das Bild von der Schlange und sorgt für spontane Ingame-Depression. Ja, also, ihr wollt mir jetzt nicht unterstellen, dass ich irgendwie viele Mounts bekomme oder so, naja, also das ist natürlich eine Behauptung, bei der ich ganz klar ein Veto einlegen muss oder ich lege gleich ein Veto ein, das könnte auch sein. Na, geht raus an dieser Stelle. Voll geil. Voll geil. So, Freunde, wir haben, wir haben einen Kettenhelm, also ich habe einen Kettenhelm bekommen, wer den kriegen möchte, der kann den gerne bei mir abholen, einmal anhandeln und Attacke. Leider wurde ich noch nie in einer Gruppe erkannt. Ja, das kommt noch, du musst nur am Ball bleiben. Du musst am Ball bleiben. Ist der Sturm eigentlich bei dir auch schon angekommen? In Göttingen wütet er schon seit heute Vormittag. Also, ich habe starke Windböen vernommen, Windböen, die so laut draußen rumgefegt haben, dass ich sie durchs Headset beim Einsprechen der Hörbücher mitbekommen habe, aber so richtig, wirklich, auch jetzt so Tante, Oma, Vater, Mutter, keiner irgendwie mal geschrieben, hey, der Garten ist weggeflogen oder so. Also, hält sich anscheinend noch ein bisschen in Grenzen, aber mal abwarten. Soll ja auch noch ein bisschen gehen. Soll ja noch ein bisschen weitergehen. Der Fluch des Fleisches quasi, ja, das kennen viele auch vom Pinkeln, wenn der Sack ein bisschen hängt und irgendwie den Toilettenrand berührt oder so, ja, das ist der Fluch des Fleisches im wahrsten Sinne. Im wahrsten Sinne. Wie viele Mounds hast du auf dem Zähler? Insgesamt, kann ich gerade nicht gucken bei Infight Lell, aber aus den 8-3-Zonen fehlen mir jetzt nur noch die beiden Wolkenschlangen, wenn ich mir nicht über die Wolkenschlangen und halt das Drohnenpad, was man aufzieht. Ansonsten müsste ich, glaube ich, bisher soweit alles gefarmt haben. Insgesamt habe ich jetzt 480 zu verbuchen. Ist, glaube ich, eine Nummer, mit der man durchaus leben kann. Da bin ich bisher recht zufrieden. Recht zufrieden. Vielleicht solltest du dann meine Twinks noch nehmen, Beispiel. Oh, du Krummkeule, ich kriege gerade leider einen Anruf, ne, und das war, äh, das war Gott, egal welcher, und der hat gesagt, nee, darf ich nicht. Leider verboten jetzt. Chloa hat da auch eine sehr schöne Seite, vorhin schon gepostet, jetzt wieder. Da könnt ihr irgendwie das Ganze auch verfolgen, ne, wer da, wer da dran Interesse hat, wer an sowas interessiert ist, ne, sind bestimmt auch überall lustige Bilder von Jörg Kachelmann oder so zu sehen. Und da kann man das Ganze verfolgen, sich da voll informieren. Ich pleb hab nur 290, ne, learn to play, Firefrog, was soll ich dir dazu sagen? Walhalla hat 488, ja, aber ist halt auch Walhalla, ne, das ist natürlich auch ein bisschen unfair jetzt. Irgendwie. Langsam bashen hier die Äste gegen die Fenster. Hagen Dortmund, ja, das ist sicherlich auch wieder, Freunde, letztendlich, letztendlich kann das natürlich auch so eine Diskussion werden. Wie erinnert euch an deutschlandweite Internetstörungen? Ich wette, wenn wir jetzt über das Sturmtief reden, ne, und sagen, das ist ja deutschlandweit und hier und da mal unterschiedlich, dann gibt's Leute, die sagen, nee, kann gar nicht sein, deutschlandweit bei mir ist nichts. Ha, das ist, das machen wir immer wieder fertig, dass das wirklich passiert ist und dass wir einen ganzen Stream eine halbe Stunde irgendwie klären mussten, natürlich auch mit einer Menge Trolling, aber leider nicht nur, ähm, was man unter einer deutschlandweiten Störung zu verstehen hat und dass der Einzelfall mit einer nicht vorhandenen Störung kein Beleg dafür ist, dass sie nicht stattfindet. Das wollten einige nicht verstehen. Da war ich kurz vorm Zusammenbruch, das war fast genauso schlimm wie das Vulpera-Mock vorhin mit der grünen Brille, sag ich euch. Das war dieses andere schlimm, ne. Fabrice Now, Hallöchen. Grüße. Der Zähler ist pro Char unterschiedlich, beziehungsweise man hat einen Schüssel, äh, Schüssel Char, Mutter Schüssel, man hat einen Schlüssel Char, wo es hochzählt. Genau, das ist sowieso nochmal so ein bisschen unterschiedlich. Ich hab 1, 8, 7, get on my level, Arthrus. Ich hoffe, jeden Morgen machst du auch das Fenster auf und schreist deine Mountanzahl erstmal schön nach draußen, Junge. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Der Orkan ist ein Witz. Ich saß den halben Tag an der Elbe, hab gemütlich gegrillt. Schön erstmal Anti, ne, Anti-Panik, find ich gut. Das war sowieso kein großer Sturm. Die übertreiben alle völlig mit ihrem Super-Orkan, hat Kachelmann getrillert. Kachelmann-Tweets sind immer eine sehr, sehr nice Sache. Ähm, zumindest sie, die ich mitbekomme. Ich spreche mal lieber nicht für alle. Direkt wieder Shitstorm. Da haben wir keinen Orkan, haben wir einen Shitstorm. Dieses Mal ist es halt wirklich so, aber der Richtige ist halt nicht mal hier. Das ist ja heute Abend, ja, siehste, ja, noch kann man grillen, Freunde, aber demnächst, hola, demnächst geht das richtig abbelastend. Internet-Fake-News wieder. Oh, 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 der Wind, der Wind soll doch nur die Camptrails und das Coronavirus hier verbreiten, Alter, so sieht's nämlich aus. Schönen Aluhut aufsetzen. Los geht das. Los geht das. Ich will Ausfall haben, das wird eh nicht passieren. Leider scheiße, Schleswig-Holstein. Ja, aber du kannst doch, du kannst doch sagen, ich wohne in Schleswig-Holstein und ich hole einen Stein und beim Holen dieses Steins, um irgendwie die Plane im Garten vor dem Sturm zu schützen, damit die auf dem Boden bleibt, hast du dir den Fuß verstaucht, du musst leider zum Arzt und hast dann eine ganze Woche Krankschreibung. Also, warum den einen Tag gegönnt bekommen, wenn es die ganze Woche sein kann auf gelbem Urlaub, Great. Einfach schön auf Nacken vom gelbem Urlaub, oder? Da hast du doch das Potenzial. Da hast du doch direkt mit dem Stein und der Windgeschichte und so das Potenzial komplett zu eskalieren. Richtig lässig. Deutschlandweit, aber nicht flächendecken. Da wären wir wieder. Da wären wir wieder. Ich habe bis 17 Uhr noch im Hamburger Hafen gearbeitet, bin Kran gefahren. Das war halbwegs ruhig. Ja, das hofft man auch. Wenn da mal was umfällt, oh, oh, oh. Das wird natürlich dann auch eine gefährliche Geschichte. Und dann ist ja auch gern mal Domino-D. Ja, weil wenn man bei Baustellen alles sichert, dann rechnet man ja auch, ich meine, jetzt ist die Ansage da, dann rechnet man ja nicht damit, dass jetzt spontan Naturkatastrophe seinen Vater vorbeikommt und mal eben alles schön zack, zack, wie auch so E-Roller, die aneinander gereiht sind, irgendwie aufgestellt sind. Ja, wüt, einmal schön zehn auf einen Streich. Gefährlich, gefährlich vorne. Gefährlich, gefährlich. Siehst du heute Abend, wir gehen alle schlafen, verpennen den ganzen Weltuntergangssturm. Morgen geht es zur Arbeit. Ja, also deutscher geht es auch nicht mit so einer Naturkatastrophe. Deutscher kann man so eine Naturkatastrophe eigentlich auch nicht beschreiben. Wobei dürfen wir eigentlich Naturkatastrophe sagen? Ich meine, es gibt ja teilweise Böden, Schätzungen, die irgendwie im lebensgefährlichen Bereich und so weiter sind. Da kann man schon von Katastrophe sprechen. Aber von so US-Zuständen und so sind wir, glaube ich, trotzdem weit entfernt. Hoffe ich zumindest. Wir haben auch keine Papphäuser. Das ist auch so ein Pluspunkt möglicherweise. In Darmstadt wählen auch die starken Wände. Das, glaube ich, kann man schön den Weg zur Uni ein bisschen abkürzen. Ja, einfach Parcours. Einfach morgens schön Müsli-Schale, Parcours aus dem Fenster brüllen und ab dafür. Einwandfreie Geschichte. So, ich wusel ja auch ganz verwirrt umher, Freunde. Wir wollten erst zum Stern, oder? Ich war auch schon wieder so anders. So woanders war ich. Wenn man Corona mit Cortana verwechselt, in U-Bahn, Corona, wie ist das Wetter heute? Genau so. Und dann plötzlich kriegst du ein ominöses Paket aus China zugesandt, was du dann mit dieser Aussage bestellt hast. Sehr belassen. Einen letzten Tipp habe ich noch für das Fangen der Elfenbein-Wolkenschlange. Wenn du sie im Target hast und das Lasso benutzt, beweg dich nicht. Sobald du dich auch nur einen Millimeter bewegst, bricht der Benutzereffekt ab. Deswegen auch wichtig, das möglichst schnell zu machen. Muss neu kanalisieren dann. Und so schnell wie das Viech wieder despawnt, hast du meistens nur einen Versuch, Freunde. Nur einen Versuch. Richtig actiongeladen, der Mount-Farm-Moment. Ja, großartig. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich wollte nur einen Joghurt in die Küche bringen und direkt einen Stunt hingelegt auf alle Viere. Aber Hauptsache den Joghurt in der Hand oben gehalten. Sehr ehrenwert. Da sehe ich immer dieses Video hier mit dem Jungen und dem Bierkast. Michi! Wenn so eine Storys dann hier reindroppen. Ja, da muss man einfach, was ist das? Zivilcourage. Dem Joghurt gegenüber muss man da beweisen. Ja, und einfach das rettende Momentum am Start haben. Selbst wenn wir US-Zustände hätten, am nächsten Tag muss man trotzdem zur Arbeit. Sonst gibt es vom Chef auf die Decke. Ja, da ist der Chef die Naturkatastrophe. Und dann reißt er deine Hütte ein. Aber dann nicht wie Papphaus, sondern wie der Wolf und die kleinen Geißlein und so weiter. Oder die Schweinchen. Vielleicht das auch. Ich hustete und pustete und weg war das Haus. Oder am Torus? Nope. Eine Naturkatastrophe. Papalapap. Da ist es mal ein bisschen windig. Finde ich geil, wie wir auch sämtliche Fraktionen so im Chat haben. So ein paar, die ein bisschen panischer sind. So ein paar, die jetzt gleich noch zum Grillen gehen und so weiter. Finde ich geil. Ja, so ist das in der Gesellschaft. So ist das, so ist das, so ist das. Ähnlich fliegen irgendwelche Sachen durch die Gegend. Darauf habe ich gewartet, weil vorher ist kein Sturm. Cool, ne? Crackpile sieht man dann so irgendwie draußen rumfliegen in so einem Vogelanzug. Endlich ist was Sturm. Wusch, Alter. Schön rüber. Mal noch bei Edeka rein, ein bisschen einkaufen und dann wieder wusch weiterfliegen. Ja, da warten die natürlich alle drauf. So wie unsere Motorradfahrer beim ersten Sonnenschein und abgetauten Straßen dann erstmal zack die Straßen dominieren. Ja, so ist das dann auch mit den Vogelmenschen, die ihre Kostüme rausholen, wenn ein bisschen Sturm ist und da lauert man natürlich. Da lauert man. Auf jeden Fall. In einigen Städten, darunter Köln, Düsseldorf, Aachen und Gelsenkirchen fällt der Unterricht am Montag, 10. Februar aus. Geht's ja dann alle, die da wohnen. Finde ich aber auch seltsam, Dass das dann auch so eine Entscheidung von einzelnen Städten, okay, Großstädten teilweise ist, aber was sagen die dann da so drumherum? So, die sagen dann, Ja, das ist nur da drüben, der Sturm. Das ist nur da drüben. Da habe ich letztens einen Doku-Ausschnitt gesehen über die Umweltsünden von Indien oder in Indien, ja, und wie es da vielleicht auch in den nächsten Jahren aussieht mit brauchbarem Wasser und dass das vielleicht auch kurz vorm Versiegen ist und alles total super. Und dann wurden irgendwie auch zwei Bürgermeister, zwei Parteivorsitzende, whatever, frag mich nicht, wie das da läuft, Alter, in Indien, wurden halt interviewt, weil halt riesige Smog- und Abgaswolken sich über den Städten, zwischen den Städten gesammelt haben. Oh, die haben halt original keine Problemlösung vorgeschlagen, sondern haben es auf die andere Stadt geschoben, ne. Haben einfach gesagt, ja, dass die andere Stadt so, dass die andere Stadt und ihre Schutzmaßnahme war, dass sie wegen dieser hohen Feinstaubbelastung Feuerwehrlöschzüge durch die Straßen geschickt haben, die die Blätter sauber spritzen. Das war die Maßnahme und wegen dieser Smogwolke, die da zwischen den beiden Städten hingen, haben gesagt, ja, es war die andere Stadt, das sind wir gar nicht. Fand ich auch geil. Muss ich sagen, war irgendwie genauso traurig, wie lustig ich sich das mit anzusehen. Ganz belastende Geschichte, Freunde. Ganz, ganz belastend. Beste Gelegenheit, den ganzen Mist, den man nicht braucht, auf den Balkon zu stellen. Ja, so die Oma, ne, wollte sowieso nicht fürs Eilersheim bezahlen. Oder auf Wiedersehen. So schnell funktioniert das. Aber Obacht, wenn Crackbite dann die Oma im Flug irgendwie erwischt, ne, dann bildet sie die auch zum Vogelmenschen aus. Da muss man aufpassen. Dann kommst du vielleicht zurück und scheißt dir auf dein Auto oder so. Äh, Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Jin Shuriki, zwei Monate, mein Job ist es, die Menschen vor dem Sturm zu retten. Na, dann wünsche ich gutes Gelingen. Vielen Dank für dein Abo. Ach ja, Freunde, wenn wir da auch wieder dränken, ne, unsere Freunde und Rettungskräfte und Helfer und wenig alles, die werden auch schön zu tun haben. Die haben auch richtig Bock, Junge. Vom umgestürzten Baum bis hin zum, äh, weiß ich nicht, Panikattacken, Fußbruchmoment, ja. Gottes Willen. Alles nicht schön. Ich wollte zuerst auch Meteor, äh, Meteorolo, Alter, bin ich total fertig gerade? Meteorologie, es ist aber auch ein Assi-Wort, oder? Studieren. Als ich kurz vor dem Abi stand, wie ich die Serie Stormcatcher, weil ich die Serie Stormchasers so geil fand, wie die den ganzen Tag durch die USA eiern und einfach nur Tornados filmen und davon leben können. Alles studierte Meteorologen gewesen in der Serie. Nicht solche Adrenalin-Junkies. Dumm nur, dass man in Deutschland selten Tornados jagen muss. Ja, da hättest du auf jeden Fall einen relativ überschaubaren Arbeitsmarkt und allerdings auch dann im Folgenden einen sehr überschaubaren, äh, überschaubarbareren, ne, Arbeitsplatz. Das ist so das Problem dabei. Das stimmt wohl. Ich teste mal für euch die Hagener Gegend und hol mir einen Döner, wenn ich in drei Monaten nicht wieder da bin, bin ich auf eine einsame Insel geweht worden oder an der Scheibe vom Dönerladen zerscheppert. Je, ich drück dir die Daumen. Du merkst, ich kann nicht mehr reden. Nimm meine Zunge am besten gleich mit. Konservier die da in der Dünnersoße oder so für die kommenden Generationen. Keine Ahnung. Ja, und gutes Gelingen. Gutes Gelingen. Oma auf Vogelmenschenbaum geskillt. Ja, ganz gefährlich, Freunde. Passt da auf. Passt da auf mit unseren lieben Rentnern. Mein Nachbar hatte ein Trampolin im Garten. Ja, hat er halt, ne. Ist jetzt ein Flugolin. Masupilami ist es jetzt geworden. Schwierig. Bahn, 16.30 Uhr. Fernverkehr wird bundesweit eingestellt. 17 Uhr. Deutsche Bahn, Regionalverkehr in NRW eingestellt. Dies betrifft alle Regionalexpresse vermutlich. Regionalbahn und S-Bahn-Linien der Deutschen Bahn in Nordrhein-Westfalen. Oh, das reimt sich aber schön, oder? Bahn und Fahren und so. Toll. Junge, das ist super. Die Bahn muss mehr rappen, oder? Die Bahn muss irgendwie mehr mit Farid Bang kooperieren. Dann wird das auch alles besser. Das ganze Leben wird einfach besser. Ja, wenn Rocktool dann irgendwie mit Farid Bang so ein bisschen Texte erarbeitet für die Marketing-Schiene. Ja, da sehe ich. Da sehe ich beide, muss ich zugeben. Da sehe ich einfach beide. Noch Erkan und Stefan dazu holen. Ja, machen ja ihre Comeback-Tour jetzt momentan. Das ist schon geil. Da sehe ich die Deutsche Bahn in der Zukunft. Die muss es gestehen. Scarface. Hallöchen. Beste Wetter, um die Frau an die Schnur zu binden und den Drachen steigen zu lassen. Uff. Uff. Ja, kann man machen. Kann man mal so machen. Oh, oh, oh. Marketing-Schiene. Da sind wir wieder. So viel Potenzial. Oder Farid-Bahn. Da haben wir ihn doch. Ist doch klasse. Da ist so viel Potenzial. Verstehe ich nicht, dass das nicht genutzt wird, Freunde. Verstehe ich wirklich nicht. Es gibt ein offizielles Rap-Lied von der Bahn mit Echo. Nein, mit Echo Fresh. Ich frage mich gerade, warum ich das verpasst habe, aber im selben Atemzug weiß ich, warum. Oder wie auch immer der geschrieben wird. Hast du, glaube ich, sogar richtig geschrieben? Es gibt ein offizielles Rap-Lied der Bahn mit Echo. Welches ist das? Köln-Kalk-Ehrenmord? Was? Warum kenne ich das nicht? Ich bin schockiert. Da haben wir Drogto auch nichts geschrieben. Dachte sich, ich gehe mal unter. Ich bin gar nicht da. Nee, nee. Wenn der das jetzt rausfindet, dann höre ich wieder die nächsten Monate gar nichts anderes mehr. Wie es so ist. Was ist hier denn los? Wäre es möglich, gleich auf meinen Twink zu loggen? Nein, ist leider nicht möglich, weil ich nicht überwachen kann, wer dein Twink ist und wir dann ewig warten und kontrollieren müssen, wer, wo, wann, wie kommt. Und dann melden sich 20 andere Leute an und meinen, ist dein Twink? Deswegen ist das generell nicht möglich. Was ihr versuchen könnt, ist natürlich Gruppe verlassen und schnellstmöglich anmelden und euren Platz dann wieder einnehmen. Aber generell, wenn wir da mit einem anfangen, dann macht das die halbe Gruppe und dann brauchen wir eine halbe Stunde Gruppenplanung, bevor wir losgehen können. Deswegen machen wir sowas nicht. Als würde ich das kennen, Rocktool. Rocktool. Ich bitte dich. Du hast es auch höchstwahrscheinlich komponiert. Tu doch nicht so. Ja, Gnollde, direkt, ne? Du hast es produziert. Gib's doch zu. Das ist doch aber, oder? Wenn man so Bahnmitarbeiter ist oder wenn man irgendwie, weiß ich nicht, Müllmann ist oder wenn man irgendein Beruf, keine Ahnung, mir fiel gerade noch dieses Müllmann-Lied aus der Sendung mit der Maus, war das, glaube ich, ein. Dann kennt man doch diese Sachen. Dann unterschreibt man doch beim Arbeitsvertrag, dass man diese Lieder auswendig kennen muss, oder? Mit Sicherheit. Das fehlt mir doch nicht. Zusammen mit dem Blizzard-Mitarbeiter. Genau so. Echo rappt über einen U-Bahn-Ficker mit Joko und Klaas. Das kenne ich sogar. Das, das, das kenne ich sogar. Aber das ist hoffentlich nicht der Deutsche Bahn-Song letztendlich gewesen, oder? Ich hoffe, die Deutsche Bahn wird nicht mit dem U-Bahn-Ficker-Song mit Joko und Klaas. Kennst du den Hofhuhn-Rap? Ne, kenne ich zum Glück auch nicht. Ich merke gerade, dass ich zum Glück vieles nicht wirklich kenne. Aber ich werde es vermutlich demnächst dann kennenlernen. Kennenlernen müssen, vor allem. Oh, ich habe meinen falschen Bildschirm gerade aktiviert. Hoppala. Da sind wir wieder. Irgendwie, finde ich, fehlt irgendwas in den Zonen. Eine Art Erfolg, wie bei Mechagon oder Naziatar. Meta-Erfolg, I don't know, wenn man alle Rare-Stone hat oder so, weil, I don't know, benutzt I don't know sehr gerne. Finde, abgesehen von den Mounts und den Dailies gibt es keinen wirklichen Mehrwert in den Zonen beziehungsweise da reinzugehen oder so. Ja gut, das hängt halt auch wieder stark davon ab, was du machen willst. Also für mich als Viertwinker und Mountfarmer bin ich momentan sogar sehr froh, wenn ich so eine Zone mal verlasse. Allein wenn so ein Übergriff wechselt, der Weltboss, die Mounts, die Pet-Battle-Dinger, die Dailies mit der Drohne, generell die Dailies, ja, dann dieses Farmen von Kisten und Co., Ressourcen-Farmen für die Twinks, Visionsgelöt-Farmen, um möglichst viele Fiolen zu haben, um da voranzukommen. Also es ist natürlich ab einem gewissen Punkt wieder Grind, vor allem Grind, der ab einem gewissen eskalativen Ausmaß auch überhaupt nicht für jedermann ist, aber ja, mehr geht immer. Also ich bin da generell bei dir und behaupte, ja, mehr geht immer und auch so ein Erfolg hätte durchaus drin sein können. Andererseits hatten wir erst wirklich richtig fette Erfolge, die auch große Teile der Spielerschaft immer noch nicht haben. Mich by the way eingeschlossen, ja, ich hab den auch noch nicht. Die hatten wir mit 8-2 in Nasiata, wie auch Mechagon, deswegen wäre es vielleicht einfach ein bisschen too much, würde dem Ganzen wieder zu viel irgendwie geben, ja, ein bisschen erschlagen sein. Deswegen ist es, denke ich, auch schwierig, da immer von Patch zu Patch so einen gewissen Mittelweg zu finden. Was behalten wir, was halt gut funktioniert, was können wir so oder so ähnlich wieder machen und was soll irgendwie in einem gewissen Patch, in einem gewissen Add-on auch eine Einzigartigkeit verleihen. Und diesen Mittelweg müssen sie, glaube ich, immer finden und ich finde, der ist ihnen grundsätzlich sehr gut gelungen, in diesem Patch, aber wir haben auch genug Baustellen. Und mehr geht sowieso an sich immer, da hast du ja durchaus recht, man muss nur gucken, wie man das verpackt dann. Ich wollte gerade sagen, verpassen wollen wir es nicht, wir wollen es nur verpacken. Kennst du den U-Bahn-Schläger von Trailerwag? Den kenne ich auch. War das nicht mit KIZ sogar? Der U-Bahn-Schläger war sogar noch mit KIZ ein Feature, oder? Holy fuck, wir sind alt. Nie gefällt dir das Alpaka-Lied. Es gibt leider zu viele Alpaka-Lieder. Und es gibt auch zu viele WoW-Zusammenschnitte mit Alpakas momentan, da gibt es ja dann wieder mit Autotune und nicht mit Autotune und mit einer Ukulele und nicht und von einem Mann und von einer Frau. Also habe ich, glaube ich, alleine in den letzten Wochen ca. 37.528 verschiedene Alpaka-Videos gesehen mit verschiedenen Interpreten. Deswegen, ja, ist ganz witzig, aber reicht dann auch. Siehst du, das Neue sagst du schon. Das Neue. Ja, ist ganz witzig, wie gesagt, aber reicht dann auch. Welche Zone findet ihr eigentlich besser? Uldum oder das Tal? Persönlich finde ich das Tal ja zum Kotzen. Das hängt, glaube ich, sogar sehr stark mit der Invasion ab, mit dem Übergriff und den Dailies, so alles, was gerade da ist. Ansonsten komme ich mit beiden ganz gut klar, habe aber eher so meine Hass-Übergriffe und meine Hass-Dailies beziehungsweise Hass-Übergriffs-Fraktion. Ein aktuelles Bild meiner Katze draußen, sag mal, oh ja, oh, die Arme, aber sie kann sich festhalten. Die Katze hat Krallen. Katzen kratzen mit ihren Tatzen, Freunde, vergesst das nicht, ganz wichtig. Und Crunch Crunch, abonniert mit dem Abo-Button. Geil, drei Monate, wichtige Infos, vielen, vielen Dank für deinen Support. Freut mich sehr. Ich bin ganz froh, dass diesmal nicht so viele Erfolge gibt. Man hätte es zwar machen können, aber der Weg hin zu weniger Erfolgen pro Patch ist auf jeden Fall gut. Ja, gefällt halt auch nicht allen, ja, aber mich hat es jetzt hier tatsächlich auch nicht gestört, weil ich auch so durchaus genug zu tun habe, gerade als Twinker, ja, gerade als Twinker und gerade auch als Trinker. Prost, lol. Gut, kein Mount. Das ist eigentlich nicht so gut, aber wir sind durchgekommen und ihr habt hoffentlich viele schöne Sachen bekommen, liebe Leute. Wir machen weiter mit dem Smaraggrünen Albtraum. Selbiges wie immer. Alle irgendwie hinholen, alle irgendwie mitnehmen, Boss hin und pullen, wenn alle da sind. Und dann geht das auch weiter. Voll geil. Beide Zonen sind zum Kotzen. Ja, Schmelke will sich da gar nicht festlegen. Schmelke beachtet das gar nicht so groß, will er gar nicht differenzieren, denkt sich, beides scheiße. Beides scheiße, raus mit die Viechers und fertig ist die Laube. Hat mein Hunter denn überhaupt Flugpunkte? Ich weiß es nicht. Ja, ey, ich habe in Valsharah gequestet, ja geil, mit dem Rochen und ab dafür. Sehr, sehr gut. Wie schalte ich die Invasion in Legion frei? Gibt es die noch? Die gibt es noch und ich glaube, die musst du nicht freischalten. Also du kannst gerne mal schauen. Ich glaube, Wowhead hat einen Legion Invasion Timer oder gibst bei Google ein, ja, Legion Invasion Timer, dann kommst du auf eine Seite, die dir sagt, wann der nächste ist und eigentlich habe ich die, glaube ich, auch nie groß freigeschalten. Hab die eben immer mit meinen Twings dann benutzt, ne, ohne einfach irgendwas gemacht zu haben. Manchmal auch ohne Artefaktwaffe. Also die sollten im Grunde am Start sein. Sharoone hat den Link gleich gefunden, da hat ein paar Rad einwandfrei, genau den meine ich. Sehr gut. Ich hoffe nur, dass Shadowlands wieder altfreundlicher wird. Die Essenzen sind zwar nice, aber auch extrem ätzend, absolut. Und das schreibe ich. WoW hat mir so viel gegeben, aber seitdem die Itemgrenze auf plus 15 angehoben wurde, habe ich einfach keine Lust mehr, mit Random Gruppen solch hohe Steine zu laufen. Ja, zu Recht. Es war schon 8-3 nicht einfach und jetzt ist es sogar noch schwerer. Weser damit bezwecken wollte, außer Frust bei einigen Spielern auszulösen. Ja gut, ich kenne auch genügend Spieler, die eben so gut und konzentriert spielen und das als Herausforderung sehen und genauso weitermachen. Ich habe heute zum Beispiel Kies kommentiert, einmal plus 14 in Time, Mechagon, und einmal plus fucking 17 in Time, Freie Hafen. Ja, von Gruppen, die es genauso genießen, mit dem neuen Affix zu spielen, neue Herausforderungen anzunehmen, sich hochzugieren und so. Also, ja, in meinen Augen ist es gang und gäbe, dass man natürlich dann mit steigenden Ausrüstungszahlen, mit neuem Affix und neuer Season dann auch die Schwierigkeitsgrade entsprechender Dungeons, entsprechender Features eben anhebt. Deswegen kann ich die Aussagen jetzt nicht unterschreiben. Aber klar, wenn man dann ein bisschen rumkrebelt, vielleicht auch einige Leute nicht mehr spielen, man neue Gruppen suchen muss oder nicht so ganz zurechtkommt damit, dann ist das natürlich erstmal eine miese Sache. Ja, aber von Frust habe ich bisher nicht gehört tatsächlich, sondern mehr auch von unseren Gruppen, die ja regelmäßig was einschicken, dass die es sehr genießen. Jetzt endlich neue Affix, neue Season, neu und schwer, bam, in die Fresse. Ja, also diese Seite gibt es auf jeden Fall auch. Überlege mir, die Epic Edition für Shadowlands zu kaufen. Meinst du, die Extras, die man dazu bekommt, lohnen sich? Also, wenn du aktiver WoW-Spieler bist und mit solchen Sachen was anfangen kannst, dann auf jeden Fall. Ob man das preislich stellenweise rechtfertigen kann, da kann ich nichts zu sagen. Bin kein Wirtschaftsexperte. Das musst du dann eben wissen, wie viel dir diese Goodies in einem Game, wie aktiv du das spielst, dann eben, wie viel dir das wert ist. Aber generell, klar, ist immer eine coole Sache. Weißt du, wie das damals mit dem Furchtbrecherhammer von Magni war? Wie hat Anduin oder sein Vater den bekommen? Weil auf alle Seiten gibt es da eine kleine Sidecress, wie Magni den wiederbekommt. Er hatte ja Anduin, dann hat Anduin den Bane gegeben, dann hat Bane den wieder zurückgegeben und jetzt hat ein Magni und das ist dann auf Ali-Seite so und das ist auf jeden Fall mega verwirrend und das ist eine super coole Waffe, die gerade in Bezug zu Anduin und Bane einige schöne Storystränge genießt, aber die insgesamt halt mega kurz gekommen ist. So kurz, dass ich sie nicht mehr erkannt habe, als ich sie beim Magni-Modell betrachten gesehen habe. Deswegen habe ich jetzt keine super mega Inside-Lore-Fäden für dich und selbst die, die es gibt, sind jetzt nicht exorbitant riesig. Aber ja, der Furchtbrecher ist auf jeden Fall eine krasse Waffe und ist auch eine Waffe, die schon seit geraumer Zeit im Umlauf ist. Gruppe Lohl geht auf, die ist auch seit einiger Zeit im Umlauf, dann machen wir hier die Gruppe wieder voll und dann geht das an der Stelle auch weiter. Fearbreaker, genau, der Furchtbrecher, der Furchtbrecher Hammer, nein, Furcht, Freunde, der Furchtbrecher, der Fearbreaker, genau. Letoxbox, mach es gut, danke fürs Reinschauen. Danke, danke. So, gucken wir mal, ob wir hier noch ein, zwei Leute haben, die Lust haben, im Albtraum mitzukommen, jawollo, eins, zwei, drei, vier, haben wir sogar noch einen fünften Platz frei, hör mal. Ja, sieht ganz so nah aus, ne, können wir unseren Schorken hier auch noch mitnehmen. Wie immer bitte ranporten, die lieben Leute und Bosse pullen, wenn wirklich alle da sind. Gerade im Albtraum, bitte dran denken, an diese Regelung, die wir uns hier selber auferlegen, weil wir hier mit den Portalen und Trash-Mobs, gerade vor Ursock und Co., immer wieder mal auf kleinere Probleme dabei stoßen. Feuchtbrecherhammer finde ich auch ganz gut, zerstört ihn, dann befreit den Fluss, so diese Geschichte. Ich glaube, er meinte, dass ab 15 das Max-Gear bringt und das Random nicht machbar ist, eigentlich zumindest oft und davor halt 10 das Max-Gear-Stelle. Ja, okay, aber auch aus dieser Sicht soll es ja auch kein Geschenk sein und wer jetzt halt schon plus 15 in Time oder generell packt, der ist halt dann einer der krasseren Spieler. Ihr müsst aber auch dran denken, Freunde, dass wir halt einen Endpatch haben, das heißt, danach kommt auch nichts mehr. Ja, also sie mussten das jetzt auch so skalieren, dass du eben beschäftigt bist, bis fucking Shadowlands damit. Also auch in dieser Hinsicht finde ich dieses Scaling voll okay und dass es eben für viele jetzt erstmal frustrierend ist, was dann hoffentlich dazu motiviert, mehr zu machen, andere Gruppen zu suchen, an den Optimierungssystemen, Acerid-Essenzen und Trades betreffend eben sich zu verbessern, ja, weil das soll ja jetzt eine ganze Weile halten und danach wird es dann ja so gesehen eh resettet, dann ist ja sowieso Latte, ne? Ja, dementsprechend habe ich damit eigentlich überhaupt kein Problem. Bin fairerweise auch niemand, der jetzt irgendwie ständig plus 10, plus 15 rennen muss. Wenn wir unseren 10er in der Woche machen, dann schaffen wir das relativ problemlos. Zwar nicht in-Time, aber relativ problemlos und deswegen kann ich diese Probleme nicht ganz so nachempfinden. Klar, die gibt es, ja, auf jeden Fall, aber ich kenne auch die andere Seite halt zur Genüge und finde diese Skalierungsentscheidung halt auch völlig richtig mit Hinblick auf Endpatch und danach kommt dann das neue Add-On, wie es so ist. T-Morg nach Prüfung, absolut. Absolut, absolut. Gibt es dann Dienstag nochmal eine Runde Fool? Ich denke ja. Ich denke ja, ich denke ja. Neliana, vielen Dank für dein Abo, das freut mich sehr. Da ist gerade eine Kuh an meinem Fenster vorbeigeflogen. Holla, Firefrog. Schön auf dem Dorf, ne? Schön auf dem Dorf. Ich finde, du solltest K-Pop ganz laut anmachen, um den Sturm zu beruhigen. Ich denke, das funktioniert. Ja, I don't know. Es ist ein Firefrog-Satz, wir erkennen ihn. Sind halt Obelisten in dem Dungeon verteilt und da sind so kleine Elite-Mobs, die du halt besiegen musst, sonst tauchen die alle beim letzten Boss auf und während du die bekämpfst, bist du sozusagen im Stairs und kannst damit Sachen skippen und ja, mehr gibt's nicht. Ja, aber das ist auch mega geil und eröffnet dir voll viele neue Möglichkeiten, ganz davon abgesehen, was passiert, wenn, und das hatten wir heute auch, ich hab wie gesagt Plus 17 kommentiert und die haben einige dieser Mobs dann mit in den Endboss-Freiheit genommen. Fucking Harlan, Endboss-Freihafen, Tyrannisch und dann noch explosive Skarabeen und so, gute Nacht. Also das ist ja auch eine ganz neue Challenge, ist ja wie mit den Masken dann in Orgrimmar, um zu gucken, wie viel kann ich davon mitnehmen, was überlebe ich, wie können wir die spielen, was können wir skippen und so weiter und so fort, wie spiele ich am besten diese Mobs, die auch nicht ganz so geil sind, mit ihren Augen den Tagern nie rauskommen, also, ähm, finde ich gerade, dass einige von euch das ein bisschen zu einfach runterbrechen, dann bin ich sehr gespannt auf eure Plus 17 In-Time-Freihafen-Runs, Freunde, wenn ihr das so leicht runterbrecht, diese Mechanik und irgendwie, ähm, in meinen Augen zu leicht einordnet, da freue ich mich für eure Gruppen, wenn ihr das so krass problemlos runterspielt, bei uns ist das noch ein bisschen anders und ich sehe das auch nicht so, dass das so simpel ist, also da verkennt man so ein bisschen die Mechanik und die Möglichkeiten, die das offenbart, könnt ihr ja so wahrgenommen haben, könnt ihr auch so sehen und fühlen, Gottes Willen will ich euch gar nicht voll reinreden, aber finde ich es ein bisschen sehr kurzsichtig betrachtet, diese Materie, ne? Wie es so ist, mit K-Pop wird der Sturm noch wütender, das kann in der Tat auch sein, das kann auch sein, da ist sogar Vito wach geworden, beim Fool, auf jeden Fall, als ob dieses, ja, I don't know, meine Texte ausmacht, du bist original jemand, der die Abkürzung IDK sehr häufig benutzt, no hate, ja, aber war jetzt halt sehr auffällig einfach, was ist denn sonst so typisch Firefrog, boah, was ist sonst so typisch Firefrog, da darf ich nicht drüber reden, es ist noch nicht 22 Uhr, nein, es ist nur gerade aufgefallen, so überhaupt kein, kein Stigma oder so, was ich dir ja auferlegen möchte, war das bei dir auch so, dass du ein paar Momente vom Abi absolut gar keinen Bock auf Schule hast, ja, das war immer so, da brauchte ich nicht kurz vom Abi, also ich meine wirklich Ground Zero, so krass keine Lust wie 13 Jahre Schule, wie in 13 Jahre Schule nicht, ähm, ich kann mich nicht dran erinnern, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das so ist, weil es ist ja eine Endzeit, die Endzeit, habe ich diesen Ort 1 genannt, so nach dem Motto, es ist ja das Ende eines ganzen Lebensabschnittes, es ist etwas, worauf man hingearbeitet hat, es ist etwas, was mit viel Unsicherheit, vielleicht auch mit Ängsten einhergeht, ja, mit vielen Anforderungen und so weiter, und ich denke, da ist es auch dann ein Stück weit normal, durchaus die Option noch im Kopf zu haben, äh, zu sagen, nee, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich hab keinen Bock und das ist dann viel extremer als in den anderen Jahren, ähm, deswegen, ja, war das bei mir nicht so, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das bei vielen so ist, durchaus, plus 20 Solo, genau so, ja, ich wollte jetzt auch gar keinen angreifen und irgendwen als schlechten Spieler darstellen oder so, aber ich fand halt, dass in vielen, ähm, Aussagen, die ich eben vorgelesen habe, einfach dieser Affix, ein bisschen zu kurzsichtig betrachtet wurde, ja, wie es so ist, Freunde, deswegen sage ich auch immer, wie es so ist, weil es für mich vor allem so ist, und für euch ist es dann anders, Gottes Willen, da reicht der Wendler, ja, der Wendler soll mal Keys einschicken, da bin ich gespannt, Freunde, da bin ich sehr gespannt, das letzte Halbjahr ist man noch eh nicht in der Schule, das kommt erschwerend hinzu, ja, dass man generell nicht mehr so mit Anwesenheit glänzt oder nur noch Kurse hat und mit den Lehrern was bespricht oder eine Lerngruppe gründet oder whatever, wow, wow, ich hab den schon, ihr habt den doch schon, kann ich den traden, nee, oder? Wow, okay, Hidden Skin, cool, ich hab den Hidden Skin bekommen, den hab ich schon, nice, aber er droppt noch, wir haben ihn länger nicht droppen sehen für die Hunter, Freunde, hatte ich im letzten Jahr auch, ne, haben einige gerade geschrieben, insofern, ja, ist das, denke ich, eine ganz normale Geschichte, wenn die auftritt, und das letzte Halbjahr, also, ist man eh nicht in der Schule, hatten wir gerade auch, die kratzen mich gerade an der Nase, deswegen weiß ich gerade nicht, Pollenallergie wird jetzt auch mitgewählt, ja, ich hab gar keinen Bock drauf, deswegen wusste ich gerade nicht, wo ich im Chat noch war, das ist nicht cool, Wendler skippt dann einfach die Obelisten, und denkt sich, egal, ich liebe das Meme, ich liebe dieses Meme, wirklich, The Prime, Lodo, Hallöchen, ja, ich kann nicht meckern, meine Nase juckt gerade, ich weiß nicht warum, wurden jetzt subtropische Pollen von dem Sturm in meine Nase geblasen, oder was, was soll das denn, welche Klasse kannst du einem ans Herz legen, der letztes Mal zu Legion spielte, Rolle, egal, ja, ist ja auch nicht so lange her, ne, dann die, die du spielen willst, alle Klassen funktionieren relativ gut, kannst du mit allen so gut wie alles machen, wenn du gar nichts weißt, nimm eine möglichst vielseitige, ruide Paladin, wenn du keinen Bock mehr auf eine Rolle hast, nimmst du die nächste, aber an sich gibt es jetzt nicht die ultimative Überklasse, oder eine, die absolut nicht funktioniert, was mit Shadowlands ein bisschen im Hype ist, auch bemessen an verbündeten Völkern, ist halt der Todesritter, wenn du da loremäßig ein bisschen am Start bist, oder Bock hast auf einen Panda-Todesritter, oder sowas, das geht jetzt auch, aber sonst, das, wo du Bock drauf hast. Im letzten Halbjahr, wurde ich ins Oberstufenbüro bestellt, ich soll da mal zum Sportunterricht gehen, mit einer 6, würde ich das Abi nicht kriegen, ja, er hat's versucht, er hat versucht hinzugehen, diese Geschichte, länger nicht den Hidden Skin gesehen, ja klar, war ja nur letzte Woche der letzte Drop, ja, aber letzte Woche, überleg dir mal, wie lange die letzte Woche her ist, oder? Alter, das war krass, wie lang das her ist, crazy. Freunde, ich habe übrigens auch Non-Set-Handschuhe, und auch Schuhe, Handschuh-Schuhe quasi bekommen, Non-Set-Kette, wenn ihr einen Kettenträger haben möchtet, gerne mich anhandeln, und abholen, fühlt euch frei, fühlt euch frei. Würde gern ein paar mehr PvP-Plays von dir auf YouTube sehen, ja, dann gibt es zwei Optionen, zum einen, spielt mehr PvP, dass wir keine 13 Minuten Wartezeit haben, und ich das mit meinem Upload-Plan verantworten kann, zum anderen, schickt gern Replays ein, ne, wenn ihr sagt, ich möchte gern mehr PvP sehen, ich spiele selber gern PvP, fühlt euch auch gerne frei, Replays einzuschicken, ansonsten, ihr wisst es, ich versuche immer einmal im Monat, auch durchaus so ein paar Tage hintereinander, PvP von mir selber auch als Let's Play zu bringen, aber ihr wisst auch, ich muss irgendwie gucken, dass ich einen täglichen Stream und zwei Uploads garantieren kann, und wenn ich dann so einen Tag habe, wo ich sage, ich nehme heute mal PvP auf, und mache nichts anderes, und habe dann a, 13 Minuten Wartezeit, und dann BGs, die ich komplett kacke verliere, und die noch kürzer sind, als die Wartezeit, dann habe ich halt original nichts, ne, und das ist dann für mich quasi auch mit Hinblick auf das Creator-Dasein, komplett wasted, deswegen ist PvP super gefährlich, und ich versuche es auch immer wieder, aber viel PvP, gerade unter diesen Umständen, super schwierig, immer super, super schwierig, und deswegen nutzt er auch gerne die Chance, und schickt gerne eure Sachen für Commentaries ein, da habe ich demnächst auch wieder zwei sehr, sehr nice Runden, aber mit diesem Aufnahme gelöht, wenn man da auf die eigene Planung schaut, ist PvP wirklich Gift, das ist wie Unge und seine Milch, das ist einfach Gift, wirklich, den Hidden Skin kann man ja auch nicht sehen, der ist ja Hidden, das stimmt, den vergisst man dann auch, der verkriecht sich ganz hinten, ne, im Gehirn, wie es so ist, wie es so ist, Söldnerbuff FTW, ja, das ist absolut wahr, aber mit dem Söldnerbuff verliert man in der Regel, ist man ja dann Allianzler, da hast du dann zwei Minuten Wartezeit, vier Minuten BG, ist dann aber auch verloren, ne, also, da schöpfe ich schon alles aus, was geht, liebe Leute, da müsst ihr euch gar keine Sorgen machen, aber, wer aktiv PvP spielt, der weiß, das ist oft nicht ganz so einfach, vor allem, wenn es ja nicht darum geht, irgendwie, dass ich zwei Videos im Monat raushaue, ne, und das ist dann mal PvP, da hängt leider ein bisschen mehr bei mir dran, Nemesis, Hallöchen, ich will Sturm gucken, klingt interessant draußen, mach doch, Crackball, draußen mit dem Regenschirm, ein bisschen, wer war das, Mary Poppins, ne, so ein bisschen hier, oder waren es die Muppets, die Muppets mit Mary Poppins, Alter, kann man auch, ne, gibt es da schon Rap zu, vorhin waren wir beim Deutsche Bahn Rap, jetzt haben wir den Muppets Rap, Alter, es läuft komplett krank, ach, belastend, sag Bescheid, wenn du aktiv PvP machst, musst du den DK dann als Ali anmelden, um mit der Gruppe abzusprechen, dass sie dich CC'n und Fokus'n sollen, ja, solche Geschichten halt, ne, solche Geschichten, ach Mann, oder mach doch Arena, Arena, bin ich froh, dass da auch viele, sehr qualitativ hochwertige Replays mittlerweile eingeschickt wurden, weil generell die PvP Community ist eine super schwierige, deswegen streame ich auch kein PvP, ähm, weil viele Leute, die PvP Videos suchen, die gucken das eigentlich nur, um sich selber zu beweihräuchern und hart zu flamen, es ist leider die absolute Wahrheit, ich muss selten so viele Kommentare löschen, wie einfach unter PvP oder vor allem Arena Videos, sobald du einmal irgendwie diesen hier machst, ein Stück gebackpedelt bist, oder sobald du nicht permanent perfekt kickst, CC's oder irgendwas skillst, was den Leuten nicht gefällt, du wirst sofort aufs Übelste beleidigt runtergemacht, und es ist ganz, ganz traurig, deswegen macht das auch aus dieser Sicht nicht allzu viel Spaß, von daher wollten einige demnächst schöne Arena Sachen einschicken, gucke ich mir auch sehr gerne an, aber selber spielen, wie gesagt, und ich betrachte das ja als Creator aus der Sicht, wie lohnt sich das für die Aufnahmen, wie kriege ich meinen Upload-Pensum quasi voll, und wie habe ich am besten auch noch Spaß dabei, um das zu transportieren, obwohl so ein Rage-Part natürlich auch mal lustig ist, und da hat PvP einfach in wirklich allen Aspekten, was die Aufnahme angeht, bis hin zur Resonanz, einfach überwiegend Minuspunkte, und deswegen schwierige Kiste immer, sehr, sehr schwierige Kiste. Manchmal sieht man hier sogar in den Wolken, warte, was? Also man steht in den Wolken auf dem Balkon, wow, Sturmkönigin, ja, die Sturmkönigin ist geboren, sehr, sehr nice Geschichte auf jeden Fall, es ist aber dunkel, na und, im Dunkeln ist gut ein Munkel in Craig White. Ich warte immer noch auf den Shitstorm der Community, die sich beschweren, dass der Event-Boss aktuell nur Halsketten droppt, wie kann Blizzard es wagen? Da haben sie keinen neuen Event-Boss-Loot-Design. Frechheit gibt's garantiert auch schon. Maveritt haben wir nur noch nicht mitbekommen, aber ich glaube, wenn man da aktiv im Forum unterwegs ist, ab und zu kriegt man ja so ein bisschen was mit, wenn die Foren-MVPs irgendwas teilen oder auf Twitter irgendwas steil geht, aber ansonsten bin ich auch so gut wie nie im Forum unterwegs, und ich bin mir sicher, da gibt es schon sämtliche geistigen, naja, Ergüsse kann man das ja nicht nennen, aber sämtlichen geistigen Abfall der Welt, den gibt es bestimmt auch schon zu 8.3 und Events und was nicht alles und ach nee, das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Ich fand PvP mit Blutika immer ganz witzig, mit dem ganzen Heilungsgelöten kannst du den Gegner echt auf den Keks gehen. Auf jeden Fall, definitiv, wenn es läuft, macht es ja auch mega fun, aber Tanks im PvP auch echt ungern gesehen, ja, auch die ersten PvP-Videos als Tank, hola, das ist ja auch komplett krank. Äh, wie kann man Tank im PvP spielen? Äh, Tank im PvP, so eine Scheiße, also nur um euch mal auch so ein Bild zu geben von der Resonanz, ne, bei solchen Sachen, weil die PvP-Community ist, klar, überraschenderweise, wer hätte es gedacht, ist halt wirklich sehr, sehr toxisch auch unterwegs. Ähm, bei uns natürlich nicht so in der Community und natürlich blende ich auch solche Kommentare sofort aus, deswegen ihr sowas nicht mitbekommen solltet, aber PvP ist wirklich immer, also, äh, da blute ich auch, ja. Da blute ich auch. Muss ich mal so sagen. Also im Rahmen, wie man in einem BG eben bluten kann, ihr werdet wissen, was ich meine als PvP-Spieler, weil das ist einfach wirklich nicht schön. Das mache ich gerne, weil wir alle auch durchaus viel Spaß dran haben an solchen Runden, aber mehr geht nicht. Mehr als das, was ich dann im Monat auch bringe, geht dann auch oft leider einfach nicht. Wir, Frau und ich, sind sehr dankbar, dass du jeden Tag streamst. Das freut mich sehr. Lenkt uns aktuell sehr gut ab. Anfang der Woche hatte sie einen Autounfall. Nein. Das hat sie überlebt, logischerweise. Das freut mich zu hören. Aber der kleine Grunzling im Bauch nicht. Nein. Nein, Trimo. Wir wollten uns nur kurz bedanken für deine immer gute Laune. Es hilft sehr. Bleib so, wie du bist. Trimo. Trimo, alles Gute für euch. Scheiße. Trimo, alles Gute für euch. Die Herzen sind schon da. Kriegen wir. Kriegen wir eine Menge Liebe. Für Team Trimo. Kriegen wir Herzchen. Alter. Was ne Scheiße. Was ne Scheiße. Ich wünsche euch ganz viel Kraft. Ich wünsche euch alles Gute. Ich wünsche euch weiterhin viel Gesundheit. Scheiß auf das Auto. Scheiße, Mann. Scheiße. Ich werde es versuchen. Ich werde versuchen, so zu bleiben, wie ich bin. Ich freue mich sehr, dass ich euch da ein bisschen helfen kann. Dass wir euch helfen können mit dem, was wir machen, was wir sagen, was wir tun, was wir reden, was wir zeigen. Boah, Liebe geht raus. Liebe geht raus, Liebe geht raus. Holy fuck, ne? Da erscheinen die eigenen Probleme auf einmal so klein, Freunde. Die Welt ist leider nicht nur Sonnenschein und Regenbogen, Freunde, aber wir müssen das Beste draus machen. Wir müssen das Beste draus machen. Das, was wir haben. So einfach gesagt. Scheiße. Die Kraft wie Liebe geht raus, Freunde. Mann. Es ist auch unfair, oder? Es ist auch unfair, dieser ganze Mist, den wir leben, denn. Aber was soll man machen? Wir sind halt mittendrin. Aussteigen ist keine Option, liebe Leute. Aussteigen ist keine Option. Nur aufstehen und weitermachen. Dafür ganz viel Kraft. Für alle, die gerade eine miese Zeit auch haben und vielleicht gerade zuhören. Schafft ihr. Schafft ihr auch, bin ich mir ganz sicher. Das wird. Auch wenn man gerade das vielleicht nicht sieht. Und wenn man in der dunkelsten Grube sitzt. Die Sonne geht trotzdem auf. Und irgendwann auch wieder für einen selber. Mit Sicherheit. Ich drücke die Daumen. Ich drücke diese Daumen. 2020. Es reicht. Oder mit 2020. Langsam reicht es hin. Die Welt ist ein nerviger Orkansturm aktuell. Absolut. Langsam reicht es hin. Wies, Freunde. Wir hoffen. Wir hoffen das Beste. Mehr können wir eh nicht machen. 2020. Der Hurensohn. Ja. Richtiger Son of a Bitch. Oder? Gibt's doch nicht. Fuck off the fuck. Dankeschön für dein Abo. Der heißt so, der Mann. Ich kann's nicht ändern. Dankeschön für deinen Support. Ah, was eine Story. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Dankeschön fürs Teilen. Dankeschön für deine krassen Worte. Deine direkten Worte. Ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Ich wüsste immer gar nicht, ob ich manchmal solche Geschichten auch teilen könnte. Die einige von euch auch immer am Start haben, die das droppen können. Schon heftig. Aber, Freunde. Wollen wir nicht einfach mit 2021 auch weitermachen irgendwie? Reicht doch, oder? Orkan über Deutschland. Hat sich die AfD schon gemeldet. Alter. Ja, ich bin für 2021, Freunde. Vielleicht auch ein bisschen sehr eigennützig, weil ich habe keinen Bock auf Sommer- und Pollenallergie. Aber reicht Ihnen auch nicht. Reicht Ihnen. Ich hoffe, wir kriegen jetzt ein sehr, sehr schönes Beispiel für das Jahr. Ja, denn trotz aller Negativität und trotz aller Extremität und sonst was dürfen wir uns eins nicht nehmen lassen. Nämlich die Zusammengehörigkeit und den Humor. Und darum hoffen wir das Beste, dass wir uns im Folgenden auch die Xavius-Schultern nicht nehmen lassen dürfen. Dass wir uns hier keiner wegnehmen können. Dass keiner kommt und sagt, hier, ich habe die Erlaubnis, ich darf das, ich nehme Ihnen die Schultern weg. Nein, sagen wir. Das sind unsere. Deswegen hoffen wir, dass wir jetzt mal wieder droppen. Es wird Zeit. Es wird Zeit. Es wird Zeit. Hashtag für 2021. 2021, oder? So sieht es aus. Craft wollen wir heute. Heute wird ein bisschen knapp, glaube ich. Wir hatten schon ein Giveaway gemacht und Dreadmaster hat auch noch einiges vorbereitet nach dem Stream. Aber können wir gern, wenn du mich erinnerst, du weißt, wie vergesslich ich bin. Wenn du mich erinnerst, können wir das gern in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, wie du da bist, wie du Zeit und Lust hast, können wir das gerne dann angehen. Ich finde, die kostenlosen Testmonate haben wir durch. Und wir sollten das Abo abbrechen. Direkt zur nächsten Version wechseln, oder? Zeit für eine neue Version. Na aber, hallo. Na aber, hallo. Lass 2020 rausstreichen nochmal anfangen. So, Restart. Zeit für den Restart. Ja, Make 2021 great again. Genau so. Cuttertanks in BGs waren geisteskrank. War lustigerweise mein erstes PvP-Video damals. Also, ich bin da auch vorbelastet. Nicht, dass das vielleicht gerade nach zu viel Geheule klang. Ich hoffe, ihr kriegt das auch, wie ich, immer richtig relativiert, wenn ich irgendwie über mein mieses Dasein als PvP-Kommentator rede. Oder so. Ja, das ist natürlich alles, bitte im richtigen Rahmen auch zu werden. Und das waren damals die ersten Videos, die ich gemacht habe. Ja, Bluttodesritter PvP. Das war geisteskrank, als man noch die Rache aufgebaut hat. Ja, ganz gechillt. Eins gegen fünf machen, wo du dann immer mehr Schaden prozentual aufgebaut und verursacht hast. Das war krass, auf jeden Fall. Das war sehr, sehr mächtig. Vom Sommer grauzen wir auch. Diesmal wird mein neues Fenster auch wieder von außen geschützt. Während dem in der Ofenhitze zersprungen ist, Craig Biden. Naja, immerhin reicht es für den Orkan oder wie war das. Abschlussprüfung 2020, gar kein Bock. Direkt skippen auf 2021. Vielleicht ist Shadowlands dann schon da. Ja, hoffentlich. Also, da bin ich mir relativ sicher, dass Shadowlands dann schon da ist. Und Crate, wenn wir jetzt... Crate hat auch gewonnen, weil wenn wir jetzt skippen, dann hat er ja auch morgen seinen freien Tag quasi gehabt. Das ist ja weggeskippt. Gar kein Problem. Darka, hallöle, grüße dich. Grüße. So, Freunde. Wir haben wieder keine Schultern, ne? Wir haben eher gut. Xavius hat auch zugehört. Er wollte sich die halt auch nicht nehmen lassen. Ist ja auch richtig so. Wir können ja hier nicht nur irgendwie rauben und brandschatzen. Wir sind ja kein Wikinger-MMO. Noch nicht. Hätte ich auch Bock drauf. Ich habe übrigens immer noch die beiden Kettensachen, Freunde. Schuhe, Non-Set und Handschuhe, Non-Set. Also, wenn auch ein Kettenträger die haben möchte, könnt ihr die jetzt nochmal gerne abholen. Und ich sehe gerade, wir haben keine Kettenträger. Deswegen holt ihr auch keine ab. Gut, das erklärt, warum ich die mit mir rumschleppe. Freunde, Prüfung, unser letzter Run für heute. Wir sind gespannt. Wir könnten auch einfach alle Schmieden, die auf der Erde verteilt sind, aktivieren und die Welt resetten. So wie die Titanen das gewollt hätten. Gebt euch, es ist aber wirklich so. Und irgendwann graben Archäologen, wie damals auch bei Thor und so, ja, so irgendwelche Ruinen aus oder irgendwelche Titanenschmieden, was dann abgeht. Holy fuck. Super belastend. Hab zwar die ganze Zeit Blut gezockt gehabt, aber ich fand das zu unfair und hatte deswegen auch Frost gewechselt. Krass, ich nicht. Ich hab das richtig genossen, Schmelke. Ich hab das richtig genossen. Und fairerweise bin ich auch vorbelastet, weil damals viel geflamed wurde. Aber ich war halt auch ein sehr überheblicher Bastard. Also ja, noch schlimmer als heute. Noch schlimmer als heute. Auch zurecht geflamed. Trotzdem vorbelastet. Mord war, hallöchen, stormt's bei euch schon. Hält sich in Grenzen, muss ich sagen. Hält sich bisher in Grenzen. Super easy. Hallöle. Ja, ich flieg jetzt doch schon weg. Hui, bis Nightfall. Nein. Da fliegt sie dahin. Da fliegt sie dahin. Ach Mann. Acht Monate warten wir sicher noch auf Shadowlands. Ja, es soll ja auch seine Zeit brauchen. Ja. Es soll ja jetzt auch wirklich nicht gerusht werden. Und irgendwie, wir müssen jetzt schnell releasen. Und irgendwie. Es soll sich bitte die Zeit nehmen. Ja, es ist fertig, wenn es fertig ist. Und von mir aus auch noch einen Monat mehr. Aber langsam würde ich es echt begrüßen, wenn Blizzard richtig schön positive Schlagzeilen macht. Auch außerhalb von... Also, Videosequenzen können sie. Ja, da werde ich gerne mal wieder ein bisschen mehr so von der breiten Masse. Und ich hoffe, das sehen sie auch so und machen auch was Schönes draus. Prynamic. Hallöchen. Wenn du zwischen den folgenden beiden Optionen wählen müsstest, welches würdest du nehmen? Noch 2020 Shadowlands, aber mit erheblichen Bugs zum Release. Oder Release Anfang 2021, aber komplett ohne Bugs. Definitiv das Zweite. Definitiv das Zweite. Dann lieber verschieben. Und es wurden ja viele Sachen verschoben. Cyberpunk, dieses Avengers-Game. Und Warcraft ja selber, aber da wollen wir jetzt mal gerade nicht drüber sprechen. Dementsprechend. Ja, dann lieber länger. Ja, nicht so viel mit Konsum. Konsum und schneller, schneller. Und Druck von der Community und Firma und Shareholder und so. So, ja. Bam. Back to the Basics. Ja, und schön in Ruhe. Fertig, wenn es fertig ist und ab dafür. Mord war vier Monate. Dankeschön. Danke, danke. Je länger, desto besser. Sonst kriege ich ja meinen Longboy nicht mehr. Ja, das ist ein anderer Longboy dann am Start. Archäologie-Team buddelt so eine Schmiede aus. Alle total überrascht und erstaunt. Auf einmal der Praktikant Manfred. Was macht der Hebel hier? Ihr Sterblicher habt die Welt resettet. Ja, finde ich gut. Oder er drückt den Hebel und dann... Er drückt so diesen Hebel und dann kommt so ein kleines Mikrofon rausgefahren. Oder eine kleine Box besser gesagt. Eine kleine Audio-Box. Irgendein MP3-Player aus dem Jahre Null. Und er kommt nur so, bildet euch nichts ein. Ich weiß, was ihr denkt. Aber diese archäologische Ausgrabung war nur ein Rückschlag. Das fände ich auch super. So wie früher bei Teletubbies. Wisst ihr noch bei Teletubbies, wenn da dieser Lautsprecher rausgefahren kam? So wuuuut, ja. Und dann kommt einfach die Keltas-Rede. Geil. Das finde ich super. Wer hat Lust, so ein Video zu schneiden? Es ist Zeit für Video-Editing-Cleave. Cleave, sage ich schon. Edwin von Cleave. Cleave, ich weiß es nicht. Schöne Teletubby-Szene mit Keltas-Boss-Zitaten. Da sehe ich mich auf jeden Fall. Da sehe ich Chloa auch ein bisschen. Thema Warcraft 3, ich sage mal so. Tobi hat jetzt etwas B-Net-Guthaben. Nice. Nice. Mausebärchen. Hallöde. So Freunde, letzte Runde. Letztes Grün. Ich kann nicht mehr reden. Letztes Glück, Alter. Ich bin schon wieder komplett durch. Wirklich Gruppe Loll. L-O-H-L. Lassen wir uns doch nicht unterkriegen von oralen Spassmen. Oder wer mitkommen möchte, kann das gerne tun. Wie immer bitte ganz auf entspannt und die Leute ranporteln und dann gemeinsam attackieren. Was meine Frau mal meinte, jetzt kann sich der Jäger so ziemlich alles getiert zähmen. Was ist deine Meinung? Ja, und ich finde das auch ganz gut. Ich finde das nicht so gut, dass sie Ruckmar zähmen können. Das ist ja der Weltboss, der heute noch recht aktiv gekämmt wird für diesen Sonnenfalken, den er droppen kann. Das finde ich nahezu suizidal, den zähmen zu wollen. Machen trotzdem einige. Aber an sich, klar, immer her damit. Dem Hunter mehr Stallplätze zu geben, wäre vielleicht eine gute Sache, die man nebenbei einfügen sollte. Aber ansonsten kann ich sehr gut damit leben, dass Hunter immer mehr ihre Menagerie nähren können. Du hast eben von Hidden Skins geredet. Habe meinen für den Shadow in den Run auch bekommen, Ultarion. Geht set, geht raus. Geht seddi, geht seddi. Das freut mich sehr. Und auch dieser Run scheint nochmal voll zu werden. Das ist schön. Das ist keine Selbstverständlichkeit bei der Prüfung, weil hier wie gesagt vollständige T-Mog-Sets droppen können, wenn man Glück hat. Und darum, naja, der Andrang logischerweise nicht so groß ist, umso häufiger wir das Rennen, weil dann viele nicht mehr rein müssen, weil sie es eben gleich haben. Wie es so ist. Du musstest den Char auch unbedingt Manfred nennen, oder? Ich wurde auch schon, ne, direkt geflamed auf das Wiederhaben. Ich denke, jedes Mal du sagst meinen Namen, ne, siehst du. Das ist ja einfach umbenennen. Benennst dich einfach IAL auch in Maverett und dann läuft das. Morgen schulfrei wegen dem Storben. Grüße an Crater an dieser Stelle. Ja, schön. Glückwunsch zum freien Tag. Bench, zwei Monate. Glückwunsch an mich. Dankeschön für dein Abo. Wie ist das mit dem neuen Elymania? Wie heißt das und gibt es da schon was? Ja, also das neueste Elymania war Elymania Classic. Ist es immer noch. Jetzt gingen gerade die Texte an uns Sprecher raus von der nächsten Folge vom guten Stivigno. Und das kam mit dem Classic Release. Also es gibt drei oder vier Folgen, wenn ich mir nicht irre. Die hast du bisher verpasst. Der Frage nach, und die kannst du auf YouTube, Spotify und Co. Nehme ich mal an, überall nachholen. Elymania Classic. Ja, und da sind auch viele, viele, ich sag mal, neue Creator dabei, die früher noch gar nicht irgendwie geboren waren. Ja, zu den guten alten, glorreichen Elymania Zeiten. Und der neueste Teil ist jetzt in der Mache, braucht aber natürlich. Gut, Ding will Weile haben, haben wir ja eben gelernt. Bin bei meinem Hunter immer noch unsicher, ob ich im 15er Talent lieber das zweite Pet nehme oder eben das Tötungsbefehl, gelötene mit Execute Bonus. Genau, ich meine zwei Pets und so, aber zwei Pets sind auch zweimal so viel Unfug. Absolut. Schadenstechnisch nimmt sich das ja scheinbar kaum was. Wobei wirklich viele überkrasse Hunter, glaube ich, ohne zweites Pet spielen. Kann ich aber nicht. Wenn ich BM spiele, will ich mein zweites Pet. Ich will diesen Unfug. Ich habe dafür bezahlt. Mit meinem Leben, mit meiner Seele, mit meinem Blut. und dann will ich das auch und erwarte das, aber naja, wie es so ist manchmal. Wie es so ist. Demnächst kommt auch ein schönes Replay aus Sicht von unserem guten Ratzok, von unserem guten Daniras, der ja auch im Mainrate dabei ist und der war mit seinem Hunter auch unterwegs in einem Mythisch Plus und zwar im Tempel von Cessralis und auch da hat er mich aufmerksam gemacht auf einige Probleme, die so das Hunter-Dasein mit sich bringen. Deswegen schwierige Geschichte, aber solange es einen nicht völlig abnervt, würde ich auch die zwei Pets mitnehmen. Definitiv. Kannst du mal ein teures Kanalpunkte-Ding machen, damit ich alles raushauen kann? Das kann ich eigentlich echt mal machen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Welche Waffe hast du für Parla Nachtfestung mythisch? Da hatte ich immer, ich glaube, der Skin war das vom Gleichgewicht der Kräfte. Der Skin vom Schild, vom Artefakt, vom Schutzperli natürlich, vom Gleichgewicht der Kräfte, das war so ein runder, gelber Kolben und auch so ein Schild, was super perfekt gepasst hat, wenn ich mich nicht irre. Also das müsste sehr, sehr nice funktionieren. Mustn't fly. Fünf Monate T-Fucking-2. Moin, vielen Dank für deinen Support, das freut mich sehr. Das freut mich sehr. Scheiße, meine Tochter hat morgen sturmfrei und ich wollte morgen endlich mal Endlevel erreichen. Ja, dann schickst du in den Tierpark oder so, schickst du shoppen oder einen schönen gesuchten da. Einwandfrei. Oh, Abstimmung. Abstimmung von Chloa. Freunde, ihr kennt es, wenn alle da sind, Gruppe 1 und 2 links, Gruppe 3 und 4 rechts, ne, das war ein bisschen verteilen, die Mobs auseinanderziehen und dann weg damit. Hat Kraid morgen schulfrei? Wähler eine Antwort, nein, nein oder nein. Boah, ich gehe den Weg der Mitte. Abstimmung, mal gucken, wie sieht das aus. Ja, ist ganz gut verteilt. Also, es sieht für alle gut aus, nur für Kraid nicht. Man muss es so sagen, es sieht für alle wirklich gut aus, außer halt für Kraid. Kraid. Das ist so ein bisschen das Problem dabei und da können wir auch alle herzlich drüber lachen, außer halt, man ist Kraid. Ja, das ist dann leider das Problem. Einen zauberhaften Sonntag wünsche ich euch. Sehen uns morgen in London. Vito, mach es gut. Danke dir fürs Reinschauen. Bis denn. Auf jeden Fall zwei Pets, die müssen sich ja, warte, was? Die müssen sich ja jeder an den Arm des Vulpera verbeißen, damit ich gut zielen kann. Ne, da wird noch, der wird noch praktisch gedacht. Ja, finde ich super. Finde ich richtig unwichtig. Sind alle da? Ja, es scheint so. Da wird nämlich gepullt und mein Pad ist ja sogar beim Survival Hunter immer auf Abwägen. Oh, Leute, zum Glück bin ich kein Hunter mehr. Da blutet mir mein eigenes ehemaliges Mainherz, wenn ich sowas sehe. Ah, Kraft parkt den Porsche heute nicht neben Bäumen. Ne, ich bin direkt mit dem Lambo gefahren. So, weißt du, und was haben wir noch? Was war das bei Prinz Markus von Anhalt? Ah, diesen brandneuen Rolls Royce. Da ist er wieder. Ja, die Mimms müssen sitzen, gerade die Deutschen, die paar, die wir haben, oder? Da darf man gar nicht lange überlegen. Habe alle in die Tiefgarage Wasser, du weißt, YouTube Money und so regelt. Kein Problem, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Hab den Hidden Skin für Feuermagier von Philomelon von einem World Drop bekommen. Ist das normal? Ja, der droppt auch bei so gut wie allen Mobs in Suramar und so weiter und in der Nachtfestung kann er fallen gelassen werden. Dann haben die ja immer wieder mal nachgepatcht, auch der Hidden Skin oder gerade die Hidden Skins, die nur bei Weltbossen droppen, was ja aufgrund dieser Rotation ein bisschen ekelhaft ist, sogar zum Nachfarmen. Da haben sie dann auch immer noch mal geschaut und da haben sie dann einiges hinzugefügt. Der Frost Todes mit der Hidden Skin kann er oben droppen in Sturmheim auf dieser Insel, wenn dieser 3er Vrykul-Worldboss ab ist in der 1.ID, kann aber auch mittlerweile in der Eiskron-Zitadelle droppen und so. Also das haben sie ein bisschen angepasst, dass man da, angepasst, dass man da ein paar mehr Möglichkeiten hat. Also das sollte normal sein. Was nicht normal ist, erinnert euch an unsere Runs, als wir noch regelmäßig Schlacht um Orgrima gegangen sind und er hat auf einmal dieser eiserne Skorpion, bevor man die Stadt betreten hat, der hat auf einmal Pets vom Agentum-Turnier gedroppt, also eine Event-Zone, ein Patch-Inhalt aus Wottel K, ja, in Eiskrone. Und das war irgendwie nicht normal, aber Blizzard hatte anscheinend keinen Bock, das zu beheben und mittlerweile tauchen diese Pets sogar in einigen Loot-Tabellen für diesen Boss auf. Also auch diese Richtung gibt es, aber das mit den Hidden Skins sollte überwiegend so gewollt sein. Ich war heute gerade zehn Minuten scheiß-Mantes-World-Boss, so eine Scheiße, es leckt wie Scheiße. Also deine Wortwahl impliziert jetzt so ein kleines bisschen, dass dir das nicht gefällt, Crate, aber du kannst es schaffen. Glaub an dich, dann kannst du alles erreichen. Du weißt Bescheid. Mit einem Lambo vom PC zum Kühlschrank. Ich habe so mehrere kleine Matchbox-Lambos unter so ein Stück Holz geklemmt und dann mit so einem Lambo-Skateboard, weißt du, fahre ich dann zum Kühlschrank rüber. Der Lifestyle vorne. Praktisch muss man denken. Ja, man muss sich nur zu helfen wissen. Dann funktioniert das. So vor ein paar Monaten hatte ich in BFA-Gebieten bei Weltquests auch noch Ordensressourcen bekommen, als wäre mein Begleiter aus den Legion-Gebieten dabei. Geil, oder? Battle for Beta nennt man diese schöne Add-On auch. Funktioniert nicht immer alles, ne? Ja, ich bin immer zufrieden, solange es dann irgendwann mal funktioniert. Am besten noch in einer Woche, vielleicht auch in einem Monat, nicht unbedingt sieben Add-Ons später oder so, aber ich bin da leider auch gar nicht mehr so der heftige Flamer, ne? Was war ich früher als Kiddy? Was war ich leicht auf die Palme zu bringen, Junge? Ach, was war das schön. Alles wird beleidigt, flächendeckend. Serdar so Mundschuh in WoW ausgelebt. Wisst ihr, wie ich meine? Nö, gar nicht. Ganz oft entspannt, ja? Wenn es heute nicht da ist, dann ist es morgen da und wenn nicht, du, dann ist es vielleicht auch gar nicht so wichtig. Dann kriegt es ja gar nicht die Priorität, die es haben soll. Battle for Arzerid, Beta for Arzerod, ja, diese Geschichten. Von daher, da bin ich irgendwie ein bisschen entspannter geworden. Zumindest innerlich. Ich weiß zugegebenermaßen nicht, wie das manchmal nach außen wirkt, aber zumindest innerlich gehe ich an viele Sachen ein bisschen entspannter ran. Und das tut oft auch echt gut. Das ist, ja, ich hatte, League of Legends habe ich genug Lebenszeit irgendwie durch Stress schon verbraucht. Muss nicht sein. Glaub an das Herz der Karten. Absolut. Absolut. Wie Wind ist es bei dir. Hab den Gleiterschirm ausgepackt, um die Umwelt zu schützen. Dante, das ist sehr vorbildlich. Ich grüße dich. Es hält sich noch im Rahmen bei mir, muss ich zugeben. Es hält sich noch im Rahmen, aber ich lebe ja auch im Harzvorland. Das heißt, der Brocken, dieser riesige, massive Berg, der fängt einfach auch wirklich viel ab, was Mist da angeht. Und da ich hier dann in meinem kleinen Tal sitze, wie das Ottilie, ne, Holly Adriho und so weiter, und da habe ich dann manchmal auch Glück, dass ich das gar nicht abbekomme und dass das dann oben in der luftigen Höhe sich alles abspielt. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken, was passiert. Mein Dönermann ist nicht mehr da, weil er woanders einen Laden aufgemacht hat. Ach, Schatess, und dann ohne dich zu fragen, was soll das denn? Hallo, so geht es aber auch nicht weiter. Ich komme von einem Server, bei dem man beleidigt wurde, sobald man ins BG gekommen ist. Von daher sehe ich so gut wie alles entspannt an. Ja, irgendwann hilft halt nur noch Abhärtung. Irgendwann hilft nur noch Abhärtung. Als Vorland ist Arbeitslosengeld 1. Absolut. Völlig richtig. Vor all dem, ich gehe immer 15 Minuten zu Fuß zur Schule. Ich fliege da morgen früh safe weg. Great, das Ding ist, uns musst du nicht überzeugen, ne? Uns musst du nicht überzeugen, aber, äh, die Bundeskanzlerin. So, let's go. Hatte letztens auch den Bug, dass man in Asiatar beim Flugmeister, äh, beim Flugmeister der Fischleute, ich ihn anlabern konnte und mich von ihm in die Arkatras teleportieren lasse. Für eine Quest. Okay. Ja, warum nicht, ne? Warum nicht? Wegen Harz, Kloa, ne? Arbeitslosengeld und so, lol, ey. Omega-Lul auf jeden Fall. Großes, großes Omega-Lul. Ich stelle mir immer so Namensgebungen vor. Ja, das ist mal ein ganz schöner Brocken so. ja, Crackpite, das wird genau so gewesen sein. Genau so wird es gewesen sein. Ach, Mann. Wohnt um die Ecke Bock auf Lahnparty? Du, ich gehe ja nicht raus. Und ich lasse auch keinen rein. Das ist das Problem. Ich bin so ein sozialer Problemfall, wenn du weißt, was ich meine. Deswegen, höchstens im Beule bucht. So. So sieht's aus. Am Himmel, Crackpite, so, das ist Scheiße. Wenn man kurz mal Fenster aufmacht, kommt Crackpite so vorbeigeflogen, ne? Dann hörst du, das ist Scheiße. Liegt doch schon wieder weiter. Man kennt ihn. Brüco, vier Monate. Dankeschön. Danke. Danke, danke. Viele gute PvPler für damalige Verhältnisse, dafür aber umso toxischer. Ja, das ist schon, das ist einfach so, wenn Mensch auf Mensch prallt im PvP, egal ob MMO, MOBA, Shooter, sonst was, ist halt einfach toxischer. Ja, das ist so. Ist überall so. Auch wenn du da Videos machst, wenn du streamst, wenn du selber einfach so abends eine Runde spielst, das kennt doch jeder, das ist so, klar. Du solltest dir Witze einschicken lassen und daraus ein Video machen. Nee, nee. Aber ich habe so, und ich muss mich morgen ransetzen, ich habe so unglaublich viele coole Einsendungen bekommen für das Anders-Projekt. Crazy Stuff. Ich hoffe, das gefällt auch vielen von euch, weil im Endeffekt ist es ja Fotos angucken, drüber reden, aber mega, unglaublich viele coole Sachen, ganz, ganz viel Verschiedenes, ja. Wird, glaube ich, echt ein cooles Projekt. Auf jeden Fall. Wird, glaube ich, sehr, sehr cool. Mal sehen, wie lange das anhält, wie viele Folgen man machen kann. Wir gucken erst mal T-Mog an. Wir haben Ray. Ray ist flauschig und Ray ist priesterlich unterwegs mit Xalathas in einer sehr hellen Variante, passend auch zu diesen mit Legion gereworkten, eher älteren Sets und dazu auch ein schöner Ali-Wappenrock. Er leuchtet hell, er ist ein Gnom, somit ist er kein Leuchtturm, aber zumindest eine Glühbirne, oder? Und das funktioniert sehr gut. Das ist sehr priesterlich, das hat Allianzfarben, das läuft. Wir haben Trennsekunde aller als Katze und Hawk. Hawk am Stizzle, heute ohne seine lustigen schwarzen Robenelemente mit Silbernetz und all solchen lustigen Sachen. Dafür aber mit einem Helm, von dem ich nie, nie, nie gedacht hätte, dass ich den mal sehe, ohne kotzen zu müssen. Kennt ihr das? Dass ich den mal sehe, ohne kotzen zu müssen. Das ist so ein richtiger 0815-Stoffhelm aus Wottel K. Oder? Wenn du die erste Quest vor Burg Utgard auch nur angesehen hast, dann hast du so ein Ding bekommen. Das Ganze kombiniert mit vielen verschiedenen Sachen. Ich meine ein bisschen Wottel K zu sehen, ich meine ein bisschen BFA zu sehen, ich meine auch einen Zauberstab zu sehen, der so verzaubert ist, dass man gar nichts mehr erkennt, aber das ist Stoff. Ja, das ist Stoff. Ich finde das höchst interessant, weil ich finde, das passt farblich. Was super cool wäre, wäre, wenn dieser Helm Kragen sich hier jetzt noch eingliedern würde, der sitzt halt ein bisschen auf, aber ich finde farblich thematisch, passt das einfach. Also er wirkt ein bisschen so, als hätte er nicht verstanden, auf welches Körperteil das Kondom gehört. Aber insgesamt muss man sagen, dafür, dass es so ein Helm ist, ist er hier wirklich super untergebracht worden. Das war bestimmt auch die Challenge. Und das finde ich ganz nice und ich finde, das kann sich durchaus sehen lassen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. nice Sache. Sancha haben wir. Sancha, hoppala, falsche Tassen kommen, ich wollte Odi muten, so. Hoppala, was jetzt passiert? Hallo, das war eben noch Vanessa van Cleve. Jetzt ist es Vanessa van Cleve, Alter. Ein wenig leeren van Cleve. Ah, coole Idee. Coole Idee. Auf jeden Fall. Sehr nice. Ja, mit auch sehr vielen verschiedenen Sachen. Wir haben oben ein bisschen Oldschool T6 beziehungsweise Arena Pendant, dann haben wir unten T20 Boots und so weiter. Schön lila Wappenrock dazu kombiniert. Bisschen grau. Ja, überall auch so ein bisschen aus den neueren 8.3 Sachen, wenn ich mich nicht irre, hier mit diesen starken lila Essenzen in den Handschuhen und so weiter. Ganz normaler Mundschutz. Oben auch ein altes PvP-Set, wenn ich mich nicht irre. Gott, war das hässlich. Da habe ich so gekotzt mit meinem Shorken, da kotze ich heute noch, wenn ich sehe. Sehr, sehr coole Idee. Lehren van Cleve. Ja, zum Glück nicht schon wieder Todesminen gererorkt, aber so hätte das aussehen können. Finde ich klasse. Richtig coole Idee und auch sehr, sehr cool mit diesem lila gespielt, aber nicht zu viel, weil das shorkische Grau, das Unheilvolle, das Verstohlene auch noch durchkommen sollte. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Und guck mal hier oben in diese Maske, da kann man auch schön Spaghetti mitessen, ohne die abzunehmen mit den Löchern, wisst ihr? Das ist schon nice. Die muss man nicht mal abnehmen. Das ist echt weiter gedacht. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Wir haben Shizui. Ja, Shizui, denkt sich Shadow Pan, den Helm natürlich von unseren Shadow Pan Elite-Kollegen aus MOP, einen ganz klassischen Mönchstab, Mönchstab, SCH läuft heute auch wieder gar nicht, oder andersrum, CHS, alter Mönchstab, Junge, ich raste aus, ich schmeiß meine Zunge nachher aus dem Fenster, Leute. Könnt ihr dann fangen, wenn irgendwo eine Zunge am Fenster hängt, wisst ihr, ist meine, bitte zurückschicken dann. Ich brauch die noch. Und dazu ein relativ simples Set, was schon Kategorie Non-Set ist. Wir sprechen hier nicht über geile T-Sets für Mönche und so weiter, aber farblich thematisch natürlich passt. Das Problem ist nur, ihr seht es hier, und das ist leider das Ding mit dem Helm, der ist halt so einzigartig, so detailliert, dass er selten passt. Und auch hier in Sachen Animation mit diesem wehenden Tuchelement, was so ein bisschen den Hals- bzw. Mundbereich schützen soll, haut er sich hier immer wieder in die Schulter rein. Das ist ein bisschen schade. Deswegen kann man da noch mal gucken, ob man das Set dahingehend optimiert, beziehungsweise erweitert, dass man mehr mit diesen Farbtönen spielt, mit diesem starken Rot aus den Tüchern, ja, oder diesem Braun, wie im Helm zum Beispiel, da mit dieser Tatze, ja, oder ein paar Symboliken mehr mit reinbringt, wie wir es auch auf der Flasche vom Stab haben, diese Pandatze, oder ob man weiter reduziert und vielleicht die Schulter noch wegnimmt, dass diese Überschneidung nicht stattfindet, der Fokus eben auf dem Helm liegt, der Rest dann eher ergänzend ist. Da kann man noch mal ein bisschen basteln, insgesamt aber durchaus eine Comedy funktioniert, ja, also das geht durchaus klar. Bin wieder da, hab gerade erfahren, dass ich morgen keine Schule habe, cool, und wir wissen, dass Kratus nicht geschrieben hat. Glückwunsch an dich auf jeden Fall. Geht set zum freien Tag. Wir haben Jormundsparler. Du, von dir hab ich das PvP, glaube ich, kommentiert, ne? Ich glaube, du was mit der Tiefenwindschluchtrunde seht. Da haben wir es. PvP-Commentary demnächst. Ja! Nice. Und dieser gute Mann denkt sich, ich schicke zwar Replays ein, Re-Re-Replays, aber meine Nippel zeige ich euch trotzdem. Und das ist natürlich eine sahnige Geschichte. Im wahrsten Sinne, er hatte den Foulstinkdrescher von den Insee-Expeditionen, die Hose dürfte Votekar gelötet sein, und das Schild, das kam, glaube ich, mit Cutter, oder? Ich glaube, mit Cutter hatten wir erst mal so eine Schilde, so richtig Goblin-mäßig, sich aus irgendwelchen Rohren und hier mit Pflastern zusammengeflickt. Super interessant, also soll ein sehr, sehr ranziges Set sein. Ein bisschen mit Piraterien, ein bisschen mit Seefahrt-Aspekt. Ja, hier oben mit dem Hut, mit der Medaille, klar, der Fischstreitkolben dazu. Relativ witzige Geschichte. Und das funktioniert sehr gut, und für die restlichen Klamotten müssen halt erst mal noch Inseln geplündert werden. Man kennt es, man kennt es, man kennt es. Kann es sein, dass jemand aus seiner Familie Führungen unter Tage macht? Ne, also ich habe eine sehr große Familie, aber das wäre mir, glaube ich, bekannt. Da muss ich dich leider enttäuschen. Wir haben Stimmen abkacken und Alaskatras, Alter, mit, wie heißt sein Kätzchen? Wie heißt das Kätzchen von Alaskatras, Alter? Ihr kriegt es nicht angeklickt. Wieso nicht? Wieso kriege ich das Kätzchen nicht angeklickt? Welche Hitbox ist? Aha, Frau Feuerpfote, so. Finde ich geil. Frau Feuerpfote und Alaskatras, Alter. Ja, habe ich mir fast gedacht, dass die Katze so heißt. Finde ich gut. In einer interessanten Kombination, wir haben unseren Wahrheitshüter, also unser Tank-Pally-Schild aus Legion, in einer recht simplen Form, in einer roten Variante. Dazu Feuerlandes-Set vom Krieger, bisschen random gelönt und die Schultern dürften MOP vom Todesritter sein, also auch viel durcheinander gewürfelt wieder. Vieles auch, was gar nicht so viel mit dem Pally an sich zu tun hat, aber durchaus funktionieren kann. Ich finde die Schultern vor allem sehr, sehr schön gewählt, wegen diesem Lichtaspekt, der da rausscheint, ja, und dann das Rot eben auch mitverarbeitet, was sie entschwert, wie auch im Schild haben. Sehr, sehr cool, dafür, dass das alles Teile sind, die eigentlich nicht zum Paladin gehören, dennoch aber hier in dieser Kombination passen können. Sehr spezielles Set und vor allem nicht einfach Kategorie schöner leuchten. Sehr cool. Wir haben Meho und Meho hat Baby Winston an der Leine auf einer Flugscheibe vorne. Die Zukunft ist jetzt. Gewöhnt euch dran. Meho als Demon Hunter ist eigentlich ein Kriegerset. Ja, ich hab gesagt, Kriegerfeuerlande dürfte das sein. Bisschen rötlicher, Schultern dürfte aber Todesritter sein und so schnell kann man daraus ein Pally Set machen. Und darum natürlich auch untypisch, wenn man es damit in Verbindung bringen kann. Was meinest du gerade noch? Hommage an Meho aus Sin City. Kenne ich leider nicht. Kenne ich leider nicht, aber gut zu wissen. Und auf jeden Fall ein Demon Hunter Set, was nicht Standard ist. Da ist Pepe standardisierterer als unser DH hier. Wir haben rote Tätowierungen. Wir haben zerrissene Hosen. Klar, wir haben aber vor allem so blaue Töne, graue Töne. Bisschen was Dunkleres. Ja, nicht so das typische Grün. Das haben wir nur oben im Kopf. Auch wenn sie sich sehr nervös hier irgendwie umblickt die ganze Zeit, ist es natürlich ein Set, was durchaus mit DH-Rüstungsteilen spielt, aber eben ein ganz anderes Farbschema dazu nimmt. Und das funktioniert in meinen Augen auch sehr, sehr gut. Wir haben Extremo am Stissi. Ganz in lila. Oh, mit einer schönen Sense, die man, glaube ich, auch als Schmied herstellen konnte in dieser Form, oder? Sense des Hexenjägers. Stand, glaube ich, alle drei Sekunden im Handelschannel. Weiß noch nicht mehr, wann genau. Lila Haare. Dann so ein bisschen Gelöt aus der Nachtfestung, beziehungsweise der Nachtfestung Season. Ein bisschen Random Drop aus Legion dazu. Also ganz, ganz viel wieder durcheinander gebastelt, vor allem aber entlanggehangelt an den Rüstungsteilen, die wir aus Legion bekommen können und damit eben ein schönes und sehr nachtelfisches Set gebastelt und auf jeden Fall auch eins, was aufgrund dieser Farbschemen natürlich sehr unnatürlich wirkt und darum auch super zu dieser Gesamtkonstellation passt. Wir haben, wir haben, wir haben den Blade Master schon mit Set, oder? Zu Cutter-Zeiten war das, siehste mal, so lange her schon wieder, mit Düsterfang und mit Hati. Nice. Und dieser gute Mann hat versucht, Teile der Traditionsrüstung von Gylneas mit unterzubringen, nämlich den Hut und das gelingt ihm, Achtung, ganz gut. Lell. Übergag, oder wuhu, abgerissen die Hüte. Dazu hat er Titanblitz, unsere Beastmaster-Artefaktwaffe und vor allem, ich denke, mit BFA-Teilen, wenn ich an die Schultern so denke, kombinatorisch versucht, hier ein Set zu basteln, was eben vor allem diese goldenen Aspekte, aber auch ein bisschen was von der Allianz unterbringt, dieses Blau beispielsweise haben wir ja auch im Wappenrock. Das funktioniert, denke ich, auch durchaus gut. Ich kann nur diesen Hut irgendwie nicht ernst nehmen. Und es sind so viele Reime hier gerade, warum reimt sich alles auf Hut? Was ist denn los mit mir, Mann? Kennt ihr noch das Pokémon? Immer so auf einem Bein nur stand, Hut, Hut. Ich erschieße mich gleich. Ja, also, cooles Set auf jeden Fall. Ist eine interessante Kombi. Man muss halt nur gucken, wie das mit der Skalierung wirkt, weil 90 Prozent, äh, 90 Prozent, 90 Prozent des Sets gehen irgendwie von dem Hut ohne den Schultern aus. Einfach, weil die so groß skaliert sind, ja, einfach, weil die so viel einnehmen und der Rest ein bisschen untergeht, beziehungsweise durch die Körperhaltung des Worgen auch so ein bisschen verdunkelt wird, ne, durch den Schatten, den er selber auf sein, äh, auf sein Wappenrock wirft und so weiter. Das könnte ein Stück weit eine schwierige Geschichte sein, aber insgesamt farblich, thematisch funktioniert das durchaus, ne, Ausbaupotenzial ist aber auch da. Da Joey, Hallöchen, ja, ganz gut, ganz gut, ganz gut. Wir hatten heute, gerade bei der Horde, sehr viele Transmox-Sets, die mich für immer traumatisiert haben. Meine Zunge fliegt gleich mit den Orkanböen weg, aber ansonsten eigentlich alles frisch, muss ich sagen. Ansonsten, sonsten, alles frisch. Der Anwalt ist auf einen Schild umgestiegen, Sauerfang ist traumatisiert, um Gottes Willen, und das ist die Failphrase, die kenne ich sehr genau, Gloin, Gimlis Vater, wenn ich mich nicht irre, äh, good old Gloin, man kennt ihn, im schönen Fullset von unserem Prüfungsrun hier, das ist das Plattenset ohne Helm, sehr, sehr nice, dazu ein wunderbarer Säbel und dazu ein schönes Kulirana-Schild. Das funktioniert durchaus, ist eben relativ simple Wahl, ohne groß auffällige Waffen-VZ oder mega leuchtende, riesige Exe oder was auch immer, von daher, ja, nice Kombi, funktioniert mit diesen blauen Perlen, finde ich auch ganz gut, mit dem Verderbniseffekt, ohne simple Waffenwahl ist in der Regel seltenstens was Schlechtes. Wir haben Forlorn am Stizzle und Forlorn kommt mit dem nahezu, nahezu vollständigen Rüstungsset von der Dunkelküste, so ein bisschen Richtung Nachtelfen-Traditionsrüstung geht das Ganze, deswegen passt es natürlich auch sehr gut zum Nachtelfen und spaltet das Ganze dann auf mit dieser neuen 8-3-Nialota-Achse, die, naja, irgendwie weder zum Nachtelfen noch zu dem Set passt, oder? Weder die Augen, noch das Grün, noch die Stacheln, weiß ich nicht, ich finde die Waffe gerade irgendwie nicht so passend, bei den Handschuhen hast du ein bisschen variiert, aber die Waffe, die Schuhe findet Crackbite viel besser, sehen aus wie Bügeleisen, das ist wahr, wait, dieser Mann trägt Bügeleisenschuhe, das ist nice, Freunde, das ist Next Level T-Mog, wenn ihr sagt, Mensch, Mutti, Mutti, ich brauche noch was für Karneval, ja, wir haben doch nichts, nimm gelbe Säcke und das Bügeleisen, finde ich gut, finde ich gut, nee, dann passt nichts, die ist noch neu, achso, okay, hätte ja sein können, dass du jetzt sagst, ja, pass auf, ich habe mir das und das gedacht, nee, hast du nur noch nicht irgendwie unterbringen können, ja gut, dann fehlt da natürlich eine passende Waffe und das mit Sicherheit und Hörm haben wir am Ende und Hörm hat ein nice kombiniert und zwar sowohl, 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 ich meine T20 als auch Antorus als auch T10 nice und dazu eine schöne brennende Klinge aus den Feuerlanden, also ganz, ganz viel von schönen, plattenhaften Panzersets, die unsere Krieger nun mal so ausmachen, ja, diese Schultern, gerade Antorus mythisch, die wirken halt bei jedem Krieger fett, der Gürtel dürfte wie auch die Schuhe vom T20 sein und der Rest, wie gesagt, Eiskronzitadelle hier, gerade die Handschuhe, ja, die da so ein bisschen auch mit diesen gelben Farbtönen spielen, Runen dabei haben und das lässt sich in all diesen Rüstungsteilen finden und ähnlich in der Farbgebung ist auch die Klinge am Stizzle sehr, sehr nice, oh, du bist kein Krieger, er ist einfach Pally, das ist natürlich nochmal cool, weil das heißt, A, er hat diese Teile non-set gefarmt und B, beim Paladin macht das natürlich nochmal mehr Sinn mit diesem ausströmenden Licht und mit diesen brennenden Schwertern hier und allgemein diesem Gold, sehr, sehr cool, sehr, sehr coole Sache, einwandfreie Kombi, Freunde, vielen, vielen Dank fürs dabei sein, vielen, vielen Dank fürs Zeigen, waren durchaus schöne Sets und schöne Bügeleisen mit dabei und wir wollten jetzt noch gucken, was Dreadmaster für uns hat und dann sind wir auch schon wieder in the end, um es mit Linkin Park zu sagen, gerade Fail in WoW gehabt, bin von der Kriegshümeln in Feste, Richtung OG mit dem Zeppelin, nach der Ladezeit, stehe ich am Friedhof, im Steinkrallengebirge, Hopperlade, du bist ein Zauberer-Schattenscherge, du musst nur noch, du musst nur noch deine Kraft zu bändigen lernen, großartig, 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 von Craft YouTube zu Craft Stream ist das ein Sonntag, der safe war, aber hallo, oder so muss es sein, auf jeden Fall, so, Dreadmaster, ich erwarte nice Instruktionen, was die folgende Temo-Präsentation angeht, in der Zeit strecke ich mich und tue so, als wäre ich Rocktool, oh Leute, Deutsche Bahn, geil, oder? Mega, was für eine geile Kabarett-Einlage meinerseits, muss nach Boralus zum Kräutergarten, ich lade dich ein, Boralus zum Kräutergarten, ähm, okay, ja lad mich mal vorher ein, ich mach mal wieder hier meinen Gruppengelöt aus, nicht, dass wir dann schon wieder gespoilert bekommen, und sehen, wie du aussiehst, aber, muss zumindest gucken, wo der Kräutergarten ist, ähm, da oben, wie seid ihr denn jetzt zwei, was machen denn Miss Knife, Fall eigentlich und Dreadmaster hier immer zusammen, da waren mir aber deutlich zu viele Zinkersmileys letztens auf Twitter, in den Konversationen, liebe Leute, da waren aber deutlich zu viele Zinkersmileys dabei, nur um das mal zu sagen, ähm, ja, ich warte mal noch, ob ich neue Instruktionen bekomme, eins zu eins, Rocktool kennt sich selbst am besten, aber hallo, finde ich gut, Kräutergämt seine Schulseite, und wartet drauf, die Akzeptanz der Unterschiede ist Voraussetzung für die Überraschung von Gemeinsamkeiten, cool, geiles Zitat, ne, mega nice, mega nice, danke, Peter Usidnov, zu Peter Usidnov sagte meine Oma immer, das war nicht mal ein Deutscher, und ich gehe auf eine Schule, mit seinem Namen, und das ist das Zitat der No-Racism-Schule, ja, scheint ja gut zu funktionieren, ne, ich stehe hier unten, komm runter, okay, ich soll runterkommen, ich komme runter, irgendwo hier, da, achso, okay, im Kräutergarten, so, ich bin da, hello, der ist ja im Kostüm, mal gucken, mal gucken, mal gucken, vielleicht macht Miss Nightfall auch mit, vielleicht, vielleicht sind sie jetzt so, eine Art Theatertruppe oder so, weiß es nicht, weiß nicht, was da abgeht, was macht ihr denn hier, hallo, sie haben keinen Eintritt gezahlt, haben sie auch gerade gemerkt, ne, wieder umgedreht, schöne Sache, so, ich bin da, so, also ich habe hier wieder versucht, so gut es geht nachzubauen, ist also alles gewollt, viel Spaß beim Raten, okay, wir sind gespannt, wir sind gespannt, ich habe absolut keine Ahnung, kann ich gleich in der ersten Sekunde sagen, oh, äh, hier, ähm, ah, Mann, die Friese, diese Soldatenfriese, ah, nicht Duke Nukem, der andere, der andere, come on, das wissen welche von euch, oder, hat das schon wer geschrieben, ne, Stream Delay kickt rein, äh, von Tekken, Guy aus Street Fighter, Paul von Tekken, Gil, ich sehe, ich sehe es komplett vor mir, ich, ich, ich war jetzt bei Duke Nukem, ne, ey, aber das, das kenne sogar ich, das ist doch mega, was macht sie denn hier, sie kommt direkt auf mich zu, Duke Nukem hatte eben Angela Merkel auch im Kopf, Street Fighter, der Typ von Walking Dead, Donald Trump, also, ihr wart auf jeden Fall auch bei Tekken und bei Street Fighter recht schnell, das passt ja auch zu dem, was Dreadmaster gerne mal macht, ich nicht, geh mal näher ran, wir können auch mal näher ran, und ich habe halt Angst verdroschen zu werden, also, ihr hattet vor allem die Friese, die Friese ist halt mega, gerade auch auf Range schon erkannt, ja, dann war ich halt bei Duke Nukem sofort in dieser Richtung, Son Goku, der eine von Steel Buddies, der ist es, es ist dieser eine von Steel Buddies, also, ich glaube, ihr seid mit dem Fighting Spiel richtig gewesen, und ich glaube, ihr hattet auch schon den richtigen dabei, kann das sein? Was macht er denn da? Na komm schon, kleiner Kumpel, Spriese, ja, das sagen viele von uns auch immer abends unter der Bettdecke, passiert aber nicht, kannst du lassen, ja, warst schon dabei, warst schon dabei, Victor Drago aus Rocky, Miss Bastas, Hulk Hogan, Johnny von Mortal Kombat, die Friese ist anders, Ding Ding, es ist Street Fighter Kämpfer, wie spricht man ihn? Jill, Gill, Permit please, ja, liebe Mods, bitte ein Permit für Dreadmaster, dass wir auch das Bild dazu bekommen können, von daher, waren wir anscheinend in der richtigen Richtung, aber die wenigsten haben es wirklich 1 zu 1 richtig erfunden, vor allem, richtig gefunden und zugeordnet, Props gehen raus an alle, die es richtig geschrieben haben, aber ich war auch in dieser Ecke, ne, ich war auch in dieser Ecke, so militant, blonder, blonder Schnitt in dieser Richtung der Frisur, ne, grüne Klamotten, da war, geil, ne, echt geil, geil, finde ich geil, sehr nice, geil, geil, ihr wisst, Freunde, ihr wisst, dass ihr bei mir das sowieso gar nicht erst versuchen müsst, mit der Aussprache, oder? Aber schön, schön, dass ihr es macht, schön, dass ihr es macht, Lycra hat es erkannt, so, da haben wir auch ein Foto, ja, ein Foto, da können wir mal draufklicken, uns das angucken, und ja, da ist er, mit der Armeehose, genau, also, ich wäre nie auf den Namen gekommen, ich hätte euch nicht mal das Universum oder das Game nennen können, aber exakt den hatte ich auch im Kopf, den kenne ich sogar auch vom Aussehen her, seht ihr mal, wieder Mr. Oberflächlich unterwegs, crazy, 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 ach man, erinnert mich an, an was, ach so, how I met your mother, geil, geil, gay, girl, ach man, sehr cool, sehr, sehr cool aber wieder, ja, auch wenn ich den Namen nicht kannte, habe ich sogar, auch in die richtige Richtung gelunst, einige von euch haben es direkt rausgefunden, andere waren da dran, sehr cool, deswegen auch die Kampfpose, ja, das hat definitiv auch dazu beigetragen, bin ich mir ziemlich sicher, dass das Ganze so hingehauen hat, sehr, sehr cool wieder, sehr, sehr cool, auf jeden Fall, das Team ist auch mega, kennt jeder, wenn er es hört, es ist eine relativ bekannte Kiste insgesamt, definitiv, ja, also ihr wisst, ich habe all die Games nie gespielt, aber wenn ich sogar mal was da, davon kenne, dann habt ihr recht, jetzt noch zu meiner Überraschung, oha, was kommt jetzt, was kommt jetzt, habe ein bisschen Angst, weiß aber noch nicht, ob oder warum, geh mal ein Stück zurück, please, okay, 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 ja, cool, ich mounte mal ab, weiß noch nicht, was jetzt kommt, oha, Obacht, Obacht, mal sehen, oha, die Spannung, die kommen schon wieder, die war da eben schon hier, geht noch nach Hause, nachher erzählt mir, wer das für ein NPC ist und keine Spieler, ich raste aus, wirklich, machen die dieselben Abläufe, Tag für Tag, hat ja ein Tumor am Arm, wieso ist der so dick, okay, ich sehe Allianz, also ich sehe überall Allianz, aber auch Dreadmaster hat jetzt ein, möchte meinen Arati Warfront, Rüstungsgelöt angelegt, Aha, ja, okay, Ali Wappenrock, Anduin Cosplay, so, Moment, die Vorbereitung, Freunde, Impro-Theater, Impro-Theater, Achtung, ist eben noch Popcorn am Eingang, bitte verliert nicht eure Chips für eure Jacken, sonst kriegt ihr die nicht wieder, also, okay, ja, bin gespannt, weiß, ich weiß nicht, was passiert, weiß nicht, was jetzt kommt, vielleicht kommt auch Penisverlängerungswerbung oder so, keine Ahnung, ähm, ich bin auch verwirrt von den Leuten, die ja die ganze Zeit an den Blumen rumwurschteln, so groß ist der Garten auch nicht, dass der von 500 Mitarbeitern irgendwie betrieben werden muss, oder, das sind wieder Zustände bei der Allianz, oh oh, ist das der neue Uta aus Reeford, wie es der Zufall will, ist gerade Liebe liegt in der Luft, irgendwie passend, wie ich finde, okay, okay, weiß nicht, ob ich jetzt mehr oder weniger Angst habe, Miss Nightfall, kommst du bitte, oh, was kommt jetzt, oh nein, es könnte auch mega sweet werden, ich hoffe, ich habe jetzt nichts zu mies, totgeteasert mit meinen ZwinkerSmilies vorhin, die ich angesprochen habe, da kommt sie, okay, ja, hi, hallo, grüße an Fleef, mod der Herzen, du sagtest doch, dass wir uns ein Zimmer nehmen sollen, nicht wahr, ja, curse and blessing, I will be yours forever, Klein Dread, was, wow, okay, wow, wow, das ist echt niedlich, aber ich bin auch verwirrt, ich bin auch sehr verwirrt, weil es gibt jetzt viele Wege der Interpretation, und ja, was soll, was soll mich sagen, ja, was soll mich sagen, das war mega cute auf jeden Fall, aber, äh, ich bin mir, ich meine, man kann das jetzt auch durchaus so interpretieren, wir haben uns die letzten Tage näher kennengelernt, okay, weil das sah halt so aus, als würdet ihr ein Kind kriegen, das wäre halt ein bisschen sehr schnell eskaliert, ich meine, klar kann sich jeder so schnell näher kennenlernen, wie er möchte, aber, dann habe ich es ja komplett gespoilert, mit meinen Zwinker-Smileys, oh nein, und ich muss sagen, es hat gefunkt, ja, nice, Dreadmaster, läuft bei unserem Meister, nice, man, zwei Tage, oh, da ist das Kind, oh, das ist schön, da kann man ruhig mal klatschen, da kann man ruhig mal klatschen, läuft bei Dreadmaster, oder, erst ein Kätzchen, jetzt eine nice Dame, alle, das werde ich nicht singen, dadurch mache ich den Moment kaputt, oh, das ist ja sweet, das ist ja sweet, was für ein schöner Abschluss, was für ein schöner Abschluss, sieh nur, deutet neben sich, schön, guck mal, oh, das finde ich ja sweet, das finde ich sehr, sehr sweet, oder, schön, ja, nice, also, das habe ich auf jeden Fall nicht erwartet, also, überhaupt nicht, überhaupt gar nicht, aber das erklärt einiges, ja, doch, das erklärt schon einiges, ja, wir haben nicht umsonst getweetet, nehmt euch ein Zimmer, ja, das war voll sweet, das war sehr sweet, auf jeden Fall, erbindet ihr die Schnürsenkel, das ist Liebe, ja, Freunde, kein Klettverschluss irgendwie dabei, das ist wahre Liebe, der Schnürsenkel, schön, ja, freut mich, freut mich, freut uns, sehr schön, dann, ja, wünschen wir euch alles Gute, ne, wünschen wir euch alles Gute, das ist schön, ja, ich kann auch, ich habe auch gar keine Worte irgendwie, so, ich trinke jetzt meinen Tee eben, Wofa, das war eine sehr niedliche Vorstellung, wir wollten mal Danke sagen, weil wir uns in deinem Stream gefunden haben, BÄÄM, Junge, so sieht es nämlich aus, ist das cute, oder war es feiern, Big Hornipope, Hallöchen, kommst gerade live zur Liebesbekundung, Dankeschön, für 15 Monate, das ist mega cute, mach weiter so, du Hordenpummler, das freut mich natürlich mega, das ist cool, weil jetzt kann ich in meine Bewerbung schreiben, übertrieben nicer Influencer Boy und Pärchenvermittler so und dann mach ich demnächst eigene Sendung mit Christian Ulm und so richtig cool, Tinder-Ala ja cool, also freut mich alles Gute für euch, mega sweete Community-Geschichte und auf dass das schön so weiter geht, wir freuen uns dann auf das RL-Klein Dread obwohl das dann hoffentlich nicht so aussieht das wünsche ich euch auch das wünsche ich euch auf jeden Fall auch, schön jetzt lasst uns alleine, oh Gott, das wäre in der Smiley, ja, lieben Gruß an Bolias cool, was für ein schönes Ende was für ein schönes, oder jetzt ab nach Goldheim was für ein schönes Ende, wow, was für eine emotionale Achterbahn heute, oder wow, bald kommt der Hochzeitsplaner ist das jetzt Craftship, sei doch ruhig Mann, ey ja, so finde ich voll sweet und finde es auch voll toll, dass wir das so mit uns geteilt haben weil es ja dann doch irgendwie auch dazugehört so ein Stückchen, ne, weil es dazugehört schon cool das war echt schön das war mega unerwartet und echt schön wie der ganze Stream heute es war mir ein Fest mit euch, liebe Leute es war eine wirklich wahre Achterbahn also heute waren wirklich wieder auch Themen dabei die haben von komplett geisteskrank und eck bis zu wirklich der Stellenweise auch bewegen, schön und ernst so gereicht, ne, und das habe ich eigentlich ganz gern auch am Wochenende, weil dann viele Leute mit vielen verschiedenen Ansichten und so weiter dabei sind und ich es immer auch ganz toll finde meine eigenen Ansichten erweitern zu können das musste ich bei so ja auch lernen andere Meinungen einfach mal hinzunehmen, einzuordnen, ne, und nicht immer überall gegen zu schießen, gibt halt Leute, die sehen Dinge anders so, das habe ich auch nicht gelernt früher, als ich noch Blut-PVP-Videos gemacht habe komisch, ne, dass mich die Resonanz noch heute traumatisiert ja, liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein, war wirklich sehr, sehr schön haben mir sehr viel Spaß gemacht ich danke euch fürs Mitmachen, für euren Support für alles, was heute wieder reingekommen ist und wir hören uns natürlich in den nächsten Tagen bis dahin, fliegt nicht weg, passt auf euch auf ja, und habt einen schönen Start in die neue Woche und genießt den, Leute haben andere Meinungen, crazy, oder und genießt den Rest vom Wochenende bis dahin, macht es gut, haut rein Dankeschön, Dankeschön und Schohoos Dankeschön, Dankeschön